einen wunderschönen guten abend ali hallo hallöchen es ist pokémon pokémon zeit so mal wieder in safe in natürlichem outfit ohne menschliche kleidung so hallo hallo und hallo neon was lachst du denn danke erst mal lachen ich glaube einige kennt es immer noch gar nicht oder man wollen sie ich mag den moment wenn wir hier etwas über die hände stülpen wir machen relaxe wo ich habe mir fällt auch ich weiß gar nicht wie relaxes schrei ist so das hier ist also dieses pokémon ja ja aber mich bitte nicht fangen weil sonst geht das du nicht weiter so spielst du das spiel jetzt nicht mit den dingern das wird schwierig wie geht's euch hallöchen so das ist immer noch sehr laut aber ich habe mich leider nicht erschreckt ich habe es im chat vorher gesehen ich würde echt fragt nein nicht fangen und danke für 13 monate viel vielen dank also wie es geht ein bisschen kaputt von der arbeit und abgehetzt und soll sehr viel rumlaufen aber an uns sind ganz gut wie soll ich so doch doch der fach der frage nennen nicht der fangen dann kann man dich versklagen und dann gibt es dauerhaft streams nie aber gut dass brot was schreibt ich muss mein chat out poppen klappt das problemlos oder sind die nachrichten weg nein perfekt weil so leute wie broti haben eine furchtbare farbe im dashboard und das dashboard ist das ist kacke und macht farben kaputt macht es nicht besser heute broti schreibt mal bitte was vielleicht funktioniert es bei neuen nachrichten verdammt ich bin farbe immer noch misst du hast so im dashboard ist dein blauer dunkler als es normal ist das habe ich wirklich mein chat gelöscht scheiße okay man steht ja hier ist hier ist noch chat was da vorbereitet zwar unfair ja du hättest warten müssen immer so in zehn minuten wenn ich vergessen habe ich meine schlafritt muss zerstört wie erzählen warum du hast ihn zerstört warte mal lass mich erst erwarten das sind zerstört weil du was hast du denn gemacht hast urlaub punkt das einfach nur urlaub dadurch hast du nicht kaputt gemacht weil wer geht im urlaub zu normalen zeiten ins bett also mein ernsthaft wer wenn er urlaub hat zu normalen zeiten ins bett geht hat die kontrolle über sein leben verloren punkt gar keine diskussion wir haben auch subs schenken dann musst du dich versklaven genau ihr müsst einfach nur ganz viele subs da lassen damit ich volltime streamer werden kann dann gibt es auch mehr streams funktioniert bestimmt wenn ich euch das so verkaufe oder hat hat den subs command gefunden gefunden kurz anekdote dazu den habe ich schon lang der war nur nie aktiviert ich weiß nicht warum also ohne witz sind habe ich schon ewig aber irgendwie der haken war nicht drin ich mache öfter mal commands basteln habt ihr dann erst mal deaktiviert zum testen und habe den anscheinend vergessen zu aktivieren ich bin halt dumm zu ähnlich ich hatte seit dem 30 10 keine veranstaltung mehr an der hochschule ja seitdem war ich einen tag krank gestrige zeit meine dozenten gut du hattest gefragt also wir sind irgendwie drauf gekommen ich weiß es schon gar nicht mehr das war gestern oder vorgestern ich weiß es nicht mehr ich hoffe ich hoffe dass sound funktioniert ich habe meinen rechner also mein streaming rechner neu aufgesetzt und das hat ja vorher immer ein bisschen probleme gegeben wenn ich die also irgendwann hat meine sound anstelle nicht mehr funktioniert und hat geknarrt da muss sich ändern und jetzt habe ich sie wieder so wie früher der war jetzt erschreckend hätte jemand von subs geredet hallo aus feier danke für 26 monate alter das ist seit über zwei jahre holy crap dankeschön er verkehrt was ich sagen wollte ich dachte mir jedenfalls ich mache eine nacht durch damit ich wieder normales bett gehen kann das funktioniert nie man nimmt sich immer vor so ja ja ich mache einfach eine nacht durch und geht dann einfach früh ins bett funktioniert nicht also bei mir zumindest ein paar tage alle sechs stunden neppen folgte dann ein normaler tag an dem ich es tatsächlich geschafft habe um eins ins bett zu gehen reden wir von ein uhr nach nacht oder ein uhr mittag mein körper dachte sich dann aber so wo dreizeinhalb stunden schlafen ist sicher cool oh ja ich kenne es ja 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 man kennt so perfekt lied aus wunderbar ich hoffe dass mit dem sound funktioniert das ist laut warum ist denn das so laut moment das ist nicht gut euch die ohren weg und mir so das update hat übrigens ewig gedauert gerade ich will das intro jetzt gucken und hallo schnuti ähm hallo soll das so soll das so hab ich es jetzt schon ah ne ok in welcher sprache möchtest du spielen äh hier eine oh ist das wirklich laut eine ich weiß nicht immer was das ist äh ja das ist koreanisch würde ich behaupten na hallo hallo cap danke dass du schnutenmonster ins ab schenkst oh schön so ähm ne englisch oder deutsch ich würd aber ich hab pokémon immer auf deutsch gespielt ich guck mir zwar videos dazu immer auf englisch an aber spiel natürlich dann doch immer auf deutsch ich bin einfach mein problem ist ich bin zu faul um mir die attacken auf englisch neu anzulernen deswegen so möchtest du das spiel in dieser sprache starten ja ah oh was kein intro wieso ist da kein intro das hype train was im moment wie hype train der folge oh god ne aber fast fast zur helle ähm was zum fick ich kenne neon zum achten mal schon ihr habt einen hype train alter ich glaub das ist das zweite mal erst dass es dass ihr es schafft äh schafft schafft einen hype train auszulösen und er ist halt schon auf 94% was ist denn los mit euch sucht euch doch Hobbys ich fang doch gerade erst an ich hab doch noch gar nichts verdient bisschen Dave Jr. von mir ich warte immer noch darauf dass er seinen eigenen Channel eröffnet kommt noch kommt noch grüß dich es freut mich dich kennenzulernen hallo ominöse Stimme aus dem off willkommen in der Welt der Pokémon oh hey alter Mann mit Bart Professor Eibel ich bin Professor Eibel doch die meisten nennen mich einfach nur den Pokémon Professor das haben die anderen beiden vorher auch schon gesagt jeder wird wow es sind sogar zwei okay dass du Porti und Tobi versammt hast was okay oh es geht endlich los ja dankeschön alter ja klar Level 2 Chuchu jetzt sind doch alle bekloppt alle bekloppt hier jeder Winkel dieser Welt wird von wundersamen Lebewesen bewohnt wie man Pokémon nennt ist es eigentlich zu laut oder zu leise ich glaube es ist zu laut ne nochmal nochmal so wie die zur oh man fack so man schlägs wir Menschen leben in Einklang mit den Pokémon an manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander an anderen verrichten wir Moment so und ich weiß aber dass du auch Jello uns abschenkst alter ähm oh jetzt ist die Musik weg das ist blöd ähm darf ich bitte erstmal anfangen also nein vielen vielen Dank was zum Fick Moment so genau also Jello versappt und Captain Mr. Mono brauchen Black Key Dankeschön sag mal ach kenners vielen vielen Dank sag mal Level 3 Hype Train yo Alter ich mach mich trotzdem wieder weg während dem Intro vielen vielen Dank was zur Hölle ich hab doch gerade erst angefangen ein kleines Relaxo jaaa an manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander an anderen verrichten wir mit vereinten Kräften unsere Arbeit manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf ein und stärken so das Band das sie verbindet was meine Berufung ist fragst du nun ich widme mich der Forschung damit wir über unser Wissen über Pokémon vertiefen können aber erzähl mir doch mal ein bisschen über dich bitte wähle dein Foto aus ne da bin ich doch gar nicht dabei ups nein 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 ich hab da 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 achso da war schon ein Cursor ha hab ich gesehen oh guck mal ein blond naja dann blond bin ich also der hier ne würd ich sagen jobei das andere passt nicht so ganz und auch die vier nicht so wichtig ich muss aber sagen der männliche Charakter sieht eigentlich nur besser aus in Gen 2 oh nein das Problem mit dem ah ja mein Steak ich muss mir wirklich einen neuen Pro Controller kaufen wow okay gut wow ich muss gleich mit den Joy-Con spielen wenn es so weiter geht nein nein oh mein Gott wie soll ich denn das jetzt eingeben nein oh goddammit ah nein nein jetzt oh dein Name lautet also Dave richtig yes verstehe Dave heißt du also das ist aber mal ein schöner Name oh danke das bin ich nicht und dieser junge Mann hier ist ein Freund von dir nicht wahr verrätst du mir auch seinen Namen oh man kann ihn oh 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 und hallo Impact oh das glaube ich ging im Original nicht also wir haben eigentlich immer den Vivalen Bob genannt hm ich bin für Bob meine sag Fresse nein ich bleib bei dem wir nennen unseren Vivalen Bob eieieiei und danke Impact auch schon für 15 Monate jeder der Dave im Pokémon heißt kann nix wow danke Nintendo mag die richtige Variante nicht Barry glaube ich heißt der oder? nennen ihn Uwe Dirk nein er ist Bob Dave und Dirk nein ja ja er ist Bob Dave es ist soweit dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen auf deiner Reise wirst du unzähligen Menschen und Pokémon begegnen du wirst gewiss viele interessante Dinge erleben und vielleicht auch mehr über dich selbst lernen so genug geredet die Welt der Pokémon wartet auf dich gibt es jetzt ein richtiges Intro noch bitte aber das klingt sehr nach dem Tor trotz aller Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen das seltene schillernde Pokémon aufzuspüren das rote Galatus scheint sich dem entmutigten Team partout nicht zeigen zu wollen oh stimmt ähm hier 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 Diamond und Pearl spielen ja parallel zu äh Gold Silber Kristall stimmt aber im Original war die Meldung hier anders da ging es um die Reportage wie es wütet glaube ich irgendwie sowas damit wären wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung angelangt die Sondersendung Suche nach dem roten Galatus wurde Ihnen präsentiert von Jubelstadt TV wir sehen uns nächste Woche wieder gleiche Welle gleiche Stelle oh wow wirklich die alten Kamellen yeah ich kann laufen cool und zack ihr habt echt Level 2 halb Dragon gemacht oh ich habe auch ein E-Mode bekommen wieso kriege ich denn ein E-Mode was ist denn das der ist eigentlich cool der Mops den haben alle bekommen anscheinend sehr schön nochmal vielen vielen Dank ihr habt doch einen Vogel im Intro beim Namen eingeben wo noch nichts passiert ist dass sie packen ja stimmt so genau es wird wieder die Originalfarbe von der Switch die man hat übernommen nach unten geht er nach oben und unten geht er langsamer ja warum man kann in der Tiefe langsamer gehen okay so ah ja gehen sie Texttempo Texttempo 2 oh ja genau wenn wir das schon mal aus irgendwas grünes na gut dann einfach den grün rein hier so Animation definitiv ähm Teambox was äh ah okay man hat das wieder Spitzenanfrage ja bitte wir benennen eh wieder alle Bewegungssteuerung äh neigen der Job nee hm 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 Moment weil bei Schwert und Schild gab es da Probleme mit dem automatischen Speichern gibt es das verdammt nein ach ja gibt es das hier wieder oder funktioniert es diesmal ey der Stick ist wirklich ich will nicht auf die Joycon wechseln kacke kacke es ist ja richtig doof ey nein oh gott ey das ist unspielbar so gerade äh nein oh gott so zeigt sich ah so spitzenanzeige ja automatische Speichern so in diesem Problem ähm irgendwas hat das kaputt gemacht zumindest in der ersten Version das weiß ich noch so das hat man noch mein Gott so ich lass das jetzt einfach ich spiel einfach mit Digi Pad damit mach ich nie so viel kaputt speichern ist R naja 10 Minuten und nichts gemacht erst mal speichern haha so sieht also ein Dave aus und was im ersten auch die blau rote Joycon obwohl ich die OLED über sie hatte hab ja was sind deine Joycon blau und rot oder andersfarbig weil eigentlich übernimmst die die du auch hast und ich hab halt die blau und roten hm hm den weiß ok die OLED gibt es noch nicht so lange vielleicht hat man die hat noch nicht rein programmiert ich will mehr Fernseh gucken ausgeschaltet ja dann Ende ist äh ein Blick auf den PC gewohnt wissen nee nee das ist so basic muss ich nicht so ah guck mal hallo hallo mama hey Bob war eben kurz hier und hat nach dir gesucht ich weiß für nicht was er genau wollte aber er meinte er sei dringend ok ok was guckst du da mama guckst du wieder Pokemon Porn hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Wettbewerbs oh nein die Wettbewerbe ah das habt ihr vorhin im Vergleich gemacht hab ich ja nicht mitbekommen der fährt also eine richtige Haut an nein ich hab einfach nur nix an im Gegensatz zu sonst oh da hast du mich herausgefordert oh hab ich ja nicht mitbekommen ähm die Monster Hunter Rise wird die Scrawl die Joy-Cons äh okay das ist nicht einfach nicht mehr okay das sind nur die Standard-Ding Standard-Farben einprogrammiert ja also nee hm oh ich glaub ich werd die aber auch machen diesmal mhm keine Kekse klauen nein oh Gott im Kühlschrank steht war mein Lieblingsnachtisch so aber welcher ist es warte mal also es gibt sogar eigentlich Teils also äh wirklich Felder ich tipp nur einmal kurz an okay oh was noch etwas halte dich vom hohen Gras fähren Dave du könntest trotzdem von wilden Pokémon angegriffen werden hättest du ein eigenes Pokémon dabei wär das was anderes aber so ist das Texttempo wieder runter gegangen glaube ja oder so ja der ist auch runter gegangen so mhm 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 Bonk, genau Wumms Was, wie? Oh, hey, Dave Hermann, ich gehe zum See und du auch Worauf wartest du noch? Beeil dich, zack, zack Ich stelle dir eine Million Punkte Dollar in Rechnung Wenn du zu spät bist Ich habe dich gewarnt Oh Gott, ja, das war so ein hyperaktiver Ah, ich habe es vergessen Okay, ja, ich erinnere mich Tatsächlich kann man das Was, 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 was Kann man das essen? Ja, Pokémon werden sogar relativ oft gegessen Porrento zum Beispiel ist wirklich eine Delikatesse Im Pokémon-Universum Oh, schön dich zu sehen, Dave Du suchst bestimmt Bob, oder? Er ist eben rasch zur Tür raus, doch kam kurz darauf schon wieder zurück Der Junge kann einfach nicht still sitzen Von wem er das bloß hat? Ja, du wirst ja wohl wissen, wer sein Vater ist Ich nehme jetzt auch meinen Beutel Und meine Abenteuer-Notizen mit Oh, hey, Dave Los, nichts wie oft zum See Ich gehe schon mal vorwärts Wir sind von uns dann unterwegs Und würden ja auch nicht rum Sonst wären 10 Millionen Poké-Dollar Strafe fällig So, jetzt ist er weg Stilbern wir doch mal in seinem Schrank rum Bei dem Kontroll ist das wirklich doof Ich drücke ein Menü öffnen Haben wir schon gefunden Wähle speichern Ja, mehr steht da nicht Die neueste Videospielkonsole Eine Nintendo Switch Die neueste wäre doch eigentlich Eine PS5 und eine Series X, oder? Hab ich nochmal rausgefordert Ich krieg da doch nicht mit War der andere raus Hätte ich also den Lachs so erkannt Ja So, alt Da ist noch jemand Hallo, Dave, suchst du Bob? Der kam hier eben vorbeigedüst Aber weit ist der bestimmt noch nicht gekommen Du holst ihn sicher ein, wenn du dich beeilst Naja, mal gucken Route 201 Und die Blätter und Nägel Was? Um die Bob in die Füße reinzuhämmen Damit er steht Nee, nee Sag mal Du hast doch auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt doch Suche nach dem Roten Garados Die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See Das hat mich auf eine Idee gebracht Ich wette mit dir Bei uns im See lebt auch so ein Pokémon Und weißt du Was wir jetzt zu zweit machen Was wir zwei jetzt machen Wir ziehen los und suchen es So Erstmal ins Hohlgras Was hat deine Mutter noch gleich gesagt? Halte dich vom hohen Gras fern, Dave Können das Dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden Er ist dein eigener Blablabla Das ist dann wirklich Mamas Wurde, ich dachte, er sagt das Hey, wenn wir einem Pokémon begegnen Werde ich es irgendwie fangen Ich will nämlich ein Pokémon Trainer werden Weißt doch, was ein Trainer macht Oder nicht Er sagt dafür Das Pokémon kämpfen Unserem Zeugs Ein Kampf Äh Die Grafik ist toll Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht jetzt Der Chibi Ich kann mich sogar mit dem Chibi-Log anfangen Irgendwie Macht das, dass man sich einfach so hinterlegen kann Kann ich Bäume anquatschen? Muss Dinge ausprobieren So, wenn ich jetzt mit dem Stick arbeite Haben die Chars in dem Dorf überhaupt Väter? Ne, Väter sind im Pokémon-Universum-Mythos Zum See der Wahrheit Der See der Gefühle Ihr weiß jetzt, See der Wahrheit oder See der Gefühle? Alles klar, auf zum See Wir werden das rote Kateros finden Bestimmt Na du Die Melodie erinnert mich so an Paper Mario An Paper Mario 1 Der, ähm, nicht Sternenhafen Das Plateau Wo, ähm, um die sieben Sterne sind Und unten auch die, ähm Die Zaubererhütte Wo du die Sternenschlitter eintauschen kannst Das ist doch dasselbe 100, das ist das gleiche Ganz sicher Professor Am anderen Ufer konnte ich auch nichts Außergewöhnliches entdecken Hm Dann muss ich mich wohl geirrt haben Irgendwas scheint anders zu sein als früher, aber Egal Immerhin haben wir den See gesehen Wir lassen es für das erste dabei Los, hier, gehen wir Professor Wie gefällt es ihnen eigentlich wieder hier in der Senneregion zu sein Nach vier Jahren muss es sicher aufregend zu sein, nicht wahr? Ich mach mal für mich leise, das ist echt laut So Hm, nun ja Eins kann ich mit Sicherheit sagen In Senneregion gibt es zahlreiche, seltene Pokémon zu untersuchen Diese Region ist wie geschaffen für unsere Studien Taschenspawn Entschuldigung, dürften wir bitte einmal durch? Verzeihung Wir haben es eilig Was hat er das denn? Diese zwei Hä? Dave, los Sehen wir uns das mal an Was sagst du da? Bloß nicht ins hohe Gras? Ach was, kein Problem Wir werden uns nicht lange genug im hohen Gras aufhalten Um wilde Pokémon anzulocken Sag das mal den Zubats Ein Koffer Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben Was machen wir jetzt damit? Wir können ihnen das Ding hier zurückbringen Aber wer waren die überhaupt? Ich habe gehört, wie einer mit Professor angeredet wurde So, keine Pokémon Aber wird es von wilden Pokémon angegriffen? Tja, bist du eigentlich tot, ne? Das war es halt Ah, Pokémon Was jetzt? Zum Glück springt jetzt der Koffer auf Sieh mal, da liegen Pokéwelle Los, schnappen wir uns jeder ein Pokémon Da wird gekämpft Welches soll das nun werden? Okay Oh Gott So, jetzt geht's los Machen wir erstmal so Gibt's schon Freiwillige Die der Starter werden wollen Und Plimpfer wird's nicht Plimpfer hatte ich damals Plimpfer hab ich wirklich gar keinen Bock Hm 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 Was nehmen wir denn für einen Ähm Gibt's einen Elektro-Starter? Nein Elektro-Starter gibt's nur in Pokémon Gelb und Let's Go Pikachu Und Pokémon Go So Also Mein Team ist geplant Dornfugil Punkt Das ist das einzig Feste Aber Ich Hab's letztes Mal Bereut Irgendwie Nicht die Wasser-Boden-Schnecke Genommen zu haben Ins Team Hm Dann kandidiere ich eben Okay Einmal Ferros Gibt's mehr Also nur Ferros Wenn ja Müsste ich jetzt Ein Raffle aufmachen Wenn nicht Wird's einfach Ferros Was nehme ich Was will ich denn Deswegen Pflanzenstarter wird Später zu Pflanze Boden Ich schlage Ferros vor Also immer noch Ferros Wird ebenfalls Ferros Ist Seid ihr euch gerade Wirklich einig Dass Nur Ferros Also Ferros wird der Starter Tipps auf das erste Elektro-Pokémon Das wird immer ausgelost Wenn's mehrere gibt Hm Aber ich möchte eigentlich Nicht schon wieder ein Lux Tra haben Das hatten wir beim letzten Mal Ich möchte was anderes Deswegen genau Pflanzenstarter wird Später Pflanze Boden Dann hätte ich doppelt Boden im Team Was dem Pflanzenstarter Auf seine Stärke Gegenüber Wasser nimmt Weil's dann nicht mehr Ähm Resistent gegen Wasser ist Sondern nur noch neutral Entschweifend bleibt Er eigentlich wirklich Nur der blöde Affe Ich mag den vom Design Eigentlich am wenigsten Weil seine Endentwicklung Wieder cooler ist Seine Basisstufe ist Bäh Die gefällt mir nicht Okay Wir sprechen dann also über Panflam Das Schimpansen-Pokémon Wird ein Feuer-Kampf-Affe Auf Maximalstufe Wir haben bisher Plinfa Ne Hat gerade schon gesagt Hat man damals schon Plinfa War Wie heißt denn die Endentwicklung Nochmal Empoleon Empoleon war nicht so strong Hat mich sehr enttäuscht Damals Genau Also wir haben bisher Nur Bewerbungen Und Vorschläge Von und für Feathers Gibt es Gegenstimmen Dass Feathers Unser Starter wird Ohne Scheiß Wenn jetzt in drei Sekunden Kizaru kommt mit hier Ich Als ob wir uns freiwillig Von der Ewige Sklaverei Kämpfe im Leben Und Tod schicken lassen Dave Ich wollte auch der Starter sein Also es ist jetzt Eine ernsthafte Bewerbung Um den Starter Weil dann müsste ich Leider zwischen euch ausraffen Ach dieser Kommt nicht in drei Sekunden Wart's ab Ich mach das dann fair Wenn es gleich Also mehrere Leute gibt Die es werden wollen Dann wird es halt ausgelost Ja ist das Okay Dann müssen wir losen Fick wie machen wir das Jetzt am blödsten Ich brauche meine RDP-Sitzung Das ist der Nachteil Wenn man den Bot Auf einen anderen Rechner Ausgelagert hat Wie geht denn das Im Bot nochmal Betting Events Nein Verdammt Wer bitte auch Ah Jetzt kommt er alle Ach Gott Jetzt kommt die Konkurrenz Ja genau Ähm Wie ging denn das Poll Nee Minigame Nein User Hä Es gab doch so ein Ding mal Ist das woanders Das ist ja Ein Dashboard Da seht ihr mal Wie oft ich das mache Ah hier Giveaway Ja gut Machen wir das Als Giveaway Äh Command Ist Starter Äh Ohne Ticketkosten Permission Permission Da wir machen Ticketkosten Eins Ihr habt ja eh Alle was Aber auch maximal Ticket eins Ich weiß nicht Wenn ich das auslasse Ob Man nicht dann Mehrere haben kann Aber eigentlich nicht Keine Kosten Äh Preis Blabla Permission Everyone Open Giveaway So Auslöfe Zeichen Starter So Was ist mir da Viel zu kompliziert Ne Ich will es einfach Fair machen Auslöfe Zeichen Starter Genau Schnudi ist drin Yellow ist drin Feathers ist drin Gebt sogar eine Response aus Oh Gott Ist das ja doof So Ihr habt noch ein bisschen Zeit Falls sich doch noch Jemand überlegt Mitzumachen Wo gebe ich denn Die Outputs An Die würde ich gerne Ausschalten Die finde ich ja doof Ne Da seht ihr mal Ich mache das immer nicht Geht Start Blablabla Blablabla Windbäumen Aus Ne Cut Dammit Irgendwie Was steht da Er ist Entert Mh 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 nein also aber hier noch scrollen nach der scheiße doch nicht gott ist ja doof da ein pik wird auch noch mitmachen sehr schön ich finde es halt wirklich nicht ach keine ahnung so letzte chance aber mal mitgemacht jeder hat momentan 25 prozent chance möchte noch irgendwer panflamme sein muss gewinn auf den namen schielen ich weiß dass ich glaube ich im englischen heißt die deutschen namen speziell von gen 4 ist die haben schon viel als einmal gespielt deswegen sehr begrenztes wissen über dieses spiel oder so er macht auch mit ja ja es will keiner von mir versklavt werden sehe ich alle wollen sie mit dem feuer wäre schon gut ja okay ja vor allem feuer kampf ja der name würde passen so ich gebe euch noch ich habe irgendwo den timer nehmen wie geht denn das timer so er ist in minuten gott es will da war weil das abgelaufen ist war es das letzte chance 15 sekunden wer möchte der starter sein wer hat noch nicht mehr melden noch mal moment davis dass das moment was 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 alle kamen auf leben und tod wird doch super und 2 1 und so macht sogar töne wie mache ich das aus verwerfen was ist okay so er hat jetzt wirklich lang genug zeit so um close give away und pick winner so um so um ist das halb kaputt Moment Was sind nun schon wieder kaputt? Twitch! Nicht Dinge kaputt machen. Wo finde ich denn das jetzt? Oder habe ich mich da vertippt? Wahrscheinlich habe ich mich vertippt und das heißt, das schaut sich an, dass das Emote oder? Oh ne, der Bot ist kein Follower, deswegen kann er keine Follower Emotes benutzen, weil ich bin ein Trottel. Darum wollte ich mich noch kümmern. Ja, ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Ähm, ich ignoriert das. So. Na gut. With Impact. Achso. Wir kommen noch gar nicht zur Benennung. Oh. Soviel dazu. Na gut. Ein Dips auf dein Stahl-Pokémon. Ich habe noch keine Ahnung, was was werden soll. So, ähm. Spiele. Nach einer Stunde haben wir schon das Start-up-Pokémon. Ja, kann auch nur Start-Aus-, äh, Kampf auswählen. Silberblick. Ich mag dieses. Das ist wirklich was, was schön gemacht haben. Diese klassische Kampfansicht. Voll Angriff sinkt. Der Warme ist cool. Muss mal ganz kurz angucken in Ruhe fast. Und steht da nur Text statt Emotes. Pff. Ich hau dir gleich, ne. Das war ein Crit. Ja. Gut. Etwas im Weg. Ja, aber nicht so schlimm, oder? Ich weiß halt auch noch nicht, wo wir die Cam am besten hinmachen. Ich weiß, oben rechts kommt später irgendeine Art Overlay. Ähm. Das bisschen überschneiden, da ist es nicht so schlimm. Muss sich bewegen, Dave. Nee, 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 nee. Da schon. Die Namen nicht lesen. Wie über welche Namen? Namen? Welche Namen? Ich kann mich auch nach oben rechts, glaube ich. Oben, äh, oben links ist, glaube ich, am besten wirklich. Nee. Ich hasse es. Diese Funktion muss ich auch irgendwann mal ausstellen. Wenn ich dran denke. Mein OBS ist eh komplett verschoben, sehe ich gerade. So. Jetzt stimmt alles. Boah, dein Pampflamm war einfach spitze. Aber mein Plinfa war natürlich um Länge besser als dein Pokémon. Aber gehören diese Pokémon nicht mal uns. Aber wir hätten ja keine Wahl. Wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen, oder? Oh, da ist der Koffer, ja. Der Professor wäre sicher im Dreieck gesprungen, wenn ich ihn verloren hätte. Nanu? Oh nein. Habt ihr zwar etwa die Pokémon hier rausgenommen? Echt jetzt? Ach du meine Güte. Was wird der Professor nur dazu sagen? Das ist gar nicht gut. Ich nehme den Koffer jetzt lieber erst einmal mit. Der, 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 der holt die Rute raus. Wohrstock. Bam, bam. Was haltet ihr das denn jetzt? Ey, lass uns erstmal von hier verschwinden. Mein Pokémon wurde außerdem bei dem Kampf verletzt. Deins. Hm. Sollte mir nochmal angegriffen werden, könnte es blänzlig werden. Also meinem geht's gut. Original Pearl und Diamond war für DS, oder? Yes. Hm. Jetzt werde ich nie erfahren, wie die Eule heißt. Welche Eule? Wir hätten ja keine Wahl. Ähm. So also wird diese Brutalität gerechtfertigt. Ne, ne. Geh euch vor, ich folge dir. Ich weiß ja, dass wir die Pokémon nicht behalten können. Aber ich hätte trotzdem gerne noch etwas mehr Zeit mit meinem verbracht. Also das hat mir gelesen. Ne. Okay. Also in dem Stil wirkt die Kante wirklich nicht, als könnte man nur herabspringen. Ah. Hm. Können wir schon schnell rennen? Nein. Oh. Ach Gott. Ich glaube, ich will nachher wirklich die Joy-Con. So. Erstmal gucken. So. Aha. Ach Mann. Was eitel ist alles. Ja, passt zur Impact. So. Ach Mann. Hm. Großbrand. Okay. Sonst. Warte mal. Ähm. Hier ist nichts blauer oder rot geschrieben. Ähm. Heißt das, wir haben ein neutrales Wesen? Äh. Was ist es? Wesen Ernst. Kann mal jemand checken, ob Ernst ein neutrales Wesen ist? Er ist eben nicht alles. Er ist eben nicht alles. Ah Gott. Das ist ja grausam. Okay, wartet mal. Ich hole die Joy-Con. So kann man ja nicht spielen. So. Joy-Con. Die sich nicht connecten. Warum? Äh? Ein Halb? Muss denn jetzt kaputt? Hä? Warum ist hier alles doof? So. Joy-Con. Nach Kontrollern suchen. Ja. Was war das? Was war das für eine Hupe? Habt ihr die gehört? So. Zack. Kann ich den Controller kicken? Ähm. Ja, hallo. Nein. Hier. Ja. Okay. Der ist off. Gut. Nicht, dass der also zwischendrin reinfunkt. So. Und zack. Wunderbar. Ah ja. Kamala. Jetzt überdenkst du aber hier Zeug. Ach Mann. Man kann's halt nicht allen recht machen. So. Ähm. Ich glaub unten links ist fast besser. Nein, ich lass die Kerne unten links. Äh. Verdammt. Mann. So. Ih. Goddammit. Spaß wurde ernst. Was? Ernst? So. Ah ja. Oh, das ist auch der Typ von vorhin. Warum startet er uns so eindringlich an? Weil wir seine Pokémon geklaut haben. Hm. Hm. Dossier hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Stimmt das? Zeigt sie mir bitte mal. Hm. Pannenflammen und Plinfer. Hm. So ist das also. Dossier, ich gehe zurück ins Labor. Äh. Ja. Jawohl. Professor, warten Sie auf mich. Schaut am besten später mal bei uns im Labor vorbei. Bis dann. Wer ist ob sockene Lippen heute? Ganz und danke nichts getrunken auf Arbeit. Was hat er das denn jetzt? Ich meine, wenn er so auf uns ist, hätte er uns einfach anschneiden können. Und wieso wollte er nicht mal seine Pokémon zurückhaben? Was soll's? Komm, Dave. Lass uns nach Hause gehen. Achso. Hm. Ja, okay. Ich dachte, passiert irgendwas cooles, aber na gut. Was gibt es, mein Schatz? Mensch, das ist ja kaum zu glauben, was euch da passiert ist. Aber Hauptsache, du und Bob seid wohl auf. Bei dem Professor, den du gerade erwähnt hast, handelt es sich doch bestimmt um Professor Eibe aus Sandgemmel. Hm. Nicht wahr? Ich habe ja gehört, er sei berühmt für seine bahnbrechenden Studien zu den Pokémon. Andererseits gibt es auch Gerüchte, wonach er ziemlich einschüchtern sein soll. Ich glaube, er ist der älteste aller Professoren. Irgendwie sowas war er doch da. Ich finde, du solltest ihm in Sandgemmel einen Besucher abstatten. Was ist denn Sandgemmel für Name? Impactus Ernst, der Affe. Nein, er ist der Ernst, der Affe. Sorgen. Dann kannst du ihm erklären, warum dir nichts anderes übrig blieb, als sein Pokémon zu borgen. Mach dir keine Sorgen. Er wird sicher Verständnis für dich haben. Ach übrigens, ich habe noch etwas für dich. Hier, Dave. Zieh die mal an. Turboträter, Turboträter. Nice. Der Weg nach Sandgemmel ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Doch mit diesen Turboträtern bringst du auch weite Strecken in Windeseile hinter dich. Ich lese den mal. Nein, B drücken. Oh nein, neige den Elstick besonders stark, um schneller zu rennen, als je zuvor. Oh. Nimm mal, das ist anders. Zieh den Turboträter an und mache dich auf den Weg zu neuen Abenteuern. So, das wäre alles ziemlich cool, nicht wahr? Okay, nimm mal, das ist... Ach so. Oh Gott. Gehen, rennen. Gehen, rennen. Ja, man rennt halt einfach an die ganze Zeit. Aber ich würde trotzdem B drücken, weil das hat man halt immer so gemacht. Na gut, so. Wuuu. Pokémon. Pokémon. Oh, es stockt kurz. Was? Warum ist das erste Pokémon, der sich finden, Beniza? Fucking B-Doof. Mh, wollen wir jetzt schon grinden? Ich weiß nicht, ob hier Trainerkämpfe sind. Wir lassen das mal. So, was mit dir? Im hohen Gras lau und wilde Pokémon, die jede Zeit hervorspringen können. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, dann nicht zieh ab ins hohe Gras. Möchtest du ihn aber aus dem Weg gehen, dann mach lieber einen Bogen drum. Das ist okay. So, hier liegt doch bestimmt irgendwo ein Item. Oder, 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 oder? Nicht? Ach so, das ist nur... Ah, okay. Der Weg drum rum, dass man nicht durchs Gras muss. IC. So. Tipps für Trainer. Nur keine Schüchternheit. Sprich alle Leute an, die du siehst. Dadurch erhältst du viele wichtige Informationen und Ratschläge. Und Kämpfe. Wenn sich die Gesundheit deines Pokémon verschlechtert und seine KP sinken, solltest du nach Haugensee gehen und dich aussuchen. Nee. Also. Hat mehr gewaltt. Willst du kämpfen? Hallo, ich arbeite im Pokémon Supermarkt. Wusstest du, dass die Gesundheit von Pokémon in Kraftpunkten, kurz gesagt KP, gemessen wird? Fallen die KP deines Pokémons auf null, wird es kampfunfähig. Trägen die KP eines Pokémons, solltest du es daheim mit einem Trank heilen. Hier. Diese Tränke schenke ich dir. Eine Gratis-Probe, sozusagen. Der lang automatisch in die Medizin zieht deines Beutels. Praktisch, oder? Wer ist Tränke? Plural! Also, zwei. Nee. Wir haben einen Plus drücken gerade. Wie viel haben wir denn bekommen? Zehn! Okay. Oh, da oben steht. Wir haben 8000. Ich weiß nicht. Wir haben mit 3000 gestartet. Man muss nicht so rich sein am Anfang. Wie du? Will ich in Bidica? Wir brauchen es eigentlich nicht. Ich weiß, ich hätte damals eins einfach nur für VMs. Weil es einfach alle VMs lernen konnte. Außer fliegen. Ob es lieb. Hm. Bist du Kämpf? Fuck. Können wir es nicht hier lang? Da sagt man wahrscheinlich nur, ey, du kannst da rutspringen. Diese Stufe dient als Abkürzung nach 2 Blattdorf. Bist du einmal unten, kannst du allerdings nicht wieder hoch springen. Okay. So, Sandgämme. Gotta catch the mall. Nee. Nee. Nee, nicht all. Das ist viel Arbeit. Ah, da bist du ja. Komm bitte mal mit der Professor. Wartet mir leid. Jetzt gibt es Anschluss. Da wären wir auch schon. Das ist unser Pokémon Labor. Wollen wir mal reingehen? Gruntz. Achso. Oh, du bist es Dave. Hör mal. Dieser alte Typ. Angst macht er mir keine. Aber der steht echt voll neben sich. Ach, was solls. Ich mache ihn vom Acker. Bis bald. Und ich kann wirklich nicht reden heute. Schlimm. Wow. Was war das denn? Dein Freund scheint es ja mächtig eilig zu haben. Na, wie dem auch sei. Gehen wir rein. Achso, wir waren ja zu Hause. Ja, ja. Ganz kurz verwirrt, wie es zeitlich aufgeht. Aber ne, stimmt schon. Ja. So glänzender Boden. So glänzender Boden. Hatten wir, wer war das in der fünften oder der sechsten, ich glaube in der fünften Klasse, haben wir Rubin Saphir gespielt in der Schule und in der Rumeshalle heißt vom Champ von Troy, nur der Champ der Liga darf diesen Raum betreten. Aber der Boden hat total geglänzt, dass man sich spiegeln konnte. Und wir haben über den Gag gehabt, die Putzfrau ist also auch Champ der Pokémon Liga. Das dürfen ja nur Champs sein. Die waren so lustig. Ahem. Da bist du ja endlich. Dave war dein Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Dieb. Hm, verstehe. Ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Panflam einfach. Da es nun dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du das tun? Yes. So. So. Was? Ähm. Ähm. Bist du den kompletten Namen oder war ich der Impact? Impact? Ach was? Der Putz. Äh. Da putzt der Champ noch selber. Echte Handarbeit. Dann reicht. Okay, wunderbar. Hm. Verstehe. Bist du mit diesem Spitznamen? Ich bin zufrieden. Ja. Dein Freund Bob hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, sollst du dich sehr gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesen Pokémon besteht. Auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Pannflamm anvertrauen. Ich weiß gar nicht wie froh ich bin, dass du so nett zu Pokémon bist. Okay. Na hallo. Wenn du das nicht wärst. Wenn du das nicht wärst. Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken. Er sieht aus wie so ein Wackelhead, so ein Bobblehead. Er ist so ein Kleinkörper, aber so ein Wiesenkopf. So boing, boing, boing. So soll der Kopf so groß sein? Ah, das haben wir aber alle, fällt mir gerade auf. Immer noch am Nörgeln, ne? Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Eiwe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier hin sind nur Leben. Zu diesem Zweck müssen mit Hilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokédex Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Bist du damit einverstanden? Nein. Ich kann hier stundenlang schweigend stehen, glaub mir. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich frage dich also nochmal, Dave. Wärst du so gut, mit diesem Pokédex, den ich dir anvertrauen möchte, Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich zu sammeln? Nein. Na gut. Er hat gewonnen. Ja. Hm. Die Antwort gefällt mir. Bisser. Arsch. Wer ist dem Pokédex? Na immerhin gibt's was geschenkt. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gewalt, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Ich habe ja auch so einen Pokédex wie du. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Na, unzählig nicht. 890, glaube ich, sind's, ne? Das bedeutet auch, dass unzählige aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Dave. Dies ist der Beginn deines großen Abenteuers. Mein erstes Pokémon war Shellast. Wäre er im Seelen der Wahl auf Shellast gefallen, hätten wir nun das gleiche Pokémon. Nein, hätten wir nicht, weil dann hättest du was anderes. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Mein Name ist übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Wie du siehst, sind wir zwei uns auf gewisse Weise schon recht ähnlich. Nein, nein, Dave. Mit den unzähligen aufregenden Momenten meint er all die Zelda-Spiele, die du noch spielen musst. Wie im Moment unzählig? Ich dachte, das hört irgendwann auf. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dir ein paar Städte voraus bin. Das ist alles. Gernade mich schon, dir das eine oder andere erklären zu können. Wirklich schön, dich kennenzulernen. Ja, finde ich auch. Schön, mich kennenzulernen. So, erstmal am Laptop gucken. Was hat er denn in seiner Browser-History so? Wir sind schon verkopften Fachbegriffe und wissenschaftlichen Texten. Ihhh. Kluges Zeug. Bäh. Weg damit. Ich bin der Vater von Lucia und ich unterstütze euch gerne bei der Aufgabe, die ihr von Professor Aiwe erhalten habt. Hahaha. Ähm. Ich bin mir sicher, wir können uns auf euch verlassen. Okay. Professor Aiwe hat zusammen mit einem Professor aus Kanto, Professor Eich, einen neuen Pokédex entwickelt. Okay. Das hört nie auf. Ich befürchte. Gut, Dave. Ich bin ja quasi dein, äh, da ich ja quasi deine Mentorin bin, erkläre ich dir nur ein paar Dinge. Oh, please not. Als deutlich erfahrener Pokémon-Trainer und Assistentin des Professors ist das geradezu meine Pflicht. Dann komm mal mit. Oh, wird mir jetzt gezeigt, wie man Pokémon fängt? Ach nein. Okay. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt wurden. Die meisten Ortschaften verfügen über so ein Pokémon-Center. Aber der alte Lümmel. Science-Pornabdruck. Schreibt das nicht, schreibt das nicht zu laut. Hm, ja. Sag sowas nicht zu laut. Brotis auch hier. Bei diesem Gebäude mit dem blauen Dach handelt es sich um einen Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du alle Items kaufen und verkaufen. Als frischgepackene Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Ah, da fällt mir ein. Vergiss nicht, zu Hause Bescheid zu geben, dass du bei der Erstellung des Pokédexes helfen wirst. Du wirst immerhin ziemlich weit reisen. Da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Lass dir vorher noch dein Pokémon und den Pokémon-Center heilen. Wir haben keinen Schaden bekommen. Brauchen wir nicht. So leist du dich nämlich um einiges sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Tschüssi. Ja, das ist ja auch so ein Science-Typ. So. Hm 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 hm. So leuchtet mein Handy. Seht mal um. Das lenkt mich nur ab. So. Ups. Nein. Verdammt. Bedarf. Auf Englisch. Ich kenne die Namen auf Englisch eher. Was auf Deutsch? Oh Gott. Nee. Ich sehe das. Jetzt kann man nämlich hier oben lang und hinterlässt. Fang es. Ich hab noch keine... Moment haben wir. Wir haben noch keine Poké-Welle, oder? Pokédex. Ah ja. So. Beutel. Wir haben Pokéballtasche. Ist leer. No. Geht nicht. Erstmal den Pokédex. Wie sieht denn der aus? Naja. Achso. Wir haben Stava Lily an sich schon gesehen. Richtig. Wir haben eigentlich alle Starter schon mal gesehen. Genau genommen. Aber na gut. Wir bringen noch die Posten mit. Haus von Dave. Was ist mein Haus? Tja, Mutter. Das ist mein Haus. Raus mit dir. Oder Zalmite. Hallo? Wir kommen zurück, Dave. Gehst du dir in dein Pokémon gut? Dein Pokémon gut? Würde ich noch ein wenig aus. Wegen deinem Bild. Was kann ich den Pokémon Namen nicht lesen? Wegen meinem Bild. Moment, was? Ich komme es mir gleich an. In welchem Menü? Aber wenn ich es oben hin mache, überdecke ich euch das halbe Team dann. Ist halt auch doof. Unten rechts. Machen wir unten rechts. So. Ach Gott. Schlimm. Aber hier überdecke ich... Wo ist das? Okay, nee. Da ist nur das letzte Ding. Ich weiß, dass oben rechts später was hinkommt. Aus dem Trailer. Deswegen ist oben rechts sowieso schon ausgeschlossen. Was? Brodi ist ein Nerd? Ich dachte, er wäre ein Gebäck. Ein nerdiges Gebäck. Professor sagt, dir füllen den Pokédex, aber gibt dir keine Pokébälle mehr. Nee. Man hat eigentlich nie. Doch in der zweiten schon hat man vom Assistenten Pokébälle bekommen. In der dritten hat man, ich glaube, von Briggs oder Michael ein bisschen was bekommen, aber ich bin auch nicht so ganz sicher. Und hallo, Sordi! Wenn du das unten rechts machst, ist das das Kampfmenü. Und hi. Oh, das kann... Ja. Das ist Kampf... Kacke! Okay, wisst ihr was? Wir machen es komplett anders. So. Nee, hier. Da sind auch die Pokémon. Mann! So, hier. So. Bannerwetter. Professor Albe hat mir so eine wichtige Aufgabe. Anfassungsort. Nee, komm. Ach, Mann! Alles Kacke! Wir sehen ja, was du mal... Ja, aber... Nee, es kam für mich, sollte man schon sehen. Das ist, finde ich schon... Ich weiß halt immer noch nicht, welche Namen ihr meinen. Deswegen... Oh, richtig! Ich habe da etwas für dich. Was du sicher gut gebrauchen kannst. Pokébälle! Nee, Abenteuernotizen. Was sind denn Abenteuernotizen? Was ist das? Wenn dich auf... Wenn dich auf deinem Abenteuer etwas stutzig... Was? Wenn dich auf deinem Abenteuer etwas stutzig macht, oder dir unvollständig erscheint, dann sieh in deinem Abenteuernotizen nach. Da solltest du fündig werden. Wichtig um deine Abenteuerweise beneide. Zudem hast du immer deine Pokémon zur Seite und musst dich nie einsam fühlen. Ach, wie gerne würde ich mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Nein, du musst putzen. Ach, nein, keine Sorge. Ich mache nur Spaß. Wirklich. Zieh du ruhig los und genieße dein Abenteuer. Ich halte hier so lange die Stellung und lade den Professor zum Abendessen ein. Denn wenn du neue Dinge lernst und aufregende Erfahrungen machst, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Wollen wir es stürmfrei haben, ne? Jetzt muss ich mal ganz, ganz was loswerden. Die Pokémon-Welt ist ja ein bisschen anders als unsere Welt. Und das ist ja immer dieses Meme. So, die zehnjährigen Kinder da mit gefährlichen Tieren rausschicken und alleine loslaufen und unbeaufsichtig. In der Pokémon-Welt ist man mit zehn Jahren volljährig. Also no joke, das ist canon. Ich weiß nicht mehr, woher. Ich glaube, aus dem Manga kommt es. Die Info. Also mit zehn Jahren ist man in der Pokémon-Welt volljährig. Heißt, Ash und Misty könnten eigentlich, actually, ab dem Punkt, wo sie sich zum ersten Mal treffen, heiraten. Das wäre gesetzlich erlaubt. In der Pokémon-Welt. Also, nochmal. Das ist halt komisch, aber. Schau doch ab und zu mal zu Hause vorbei. Ja, natürlich. Schließlich möchte ich ja auch all deine neuen Pokémon-Freunde kennenlernen. Alle. Oh ja. Hier werden allerlei Infos verzeichnet, die dir auf deinem Abenteuer von Nutzen sein könnten. Du kannst über die Basis-Item-Tasche... Wie soll denn? Über die Basis-Item-Tasche? Das ist super umständlich. Kommst jetzt später bei Ler. Spoiler. Oben links hatten wir es auch schon. Aber... Wir lassen es jetzt einfach oben links. Entschuldigt die Störungen, aber steckt mein kleiner Bob zufällig hier? Oh nein, tut mir leid. Verstehe. Dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Ich habe doch schon gekocht. Er rief nur, dass er auf ein Abenteuer gehen würde und weg war er. Dieser Junge ist so stur und waghalsig. Ich wollte ihm zumindest das hier mit auf den Weg geben. Fängt er zur Sorge. Dave winkt ihm das sicher gerne. Das Problem, wenn ich zwei Frauen sprechen muss. Ich habe halt eine weiblichere Stimme. Punkt. Das ist halt doof. Das machst du doch nicht wahr, Dave? Nein sagen. Oh wirklich? Das würdest du für mich tun? Vielen Dank. Dann gib Bob bitte das hier von mir. Paket. Er will auch ein Paket. Du verstaust das Paket in der Basis. Bla bla bla. Mach's gut und viel Spaß auf deinem Abenteuer, Dave. Lass mich rasch überlegen, wo er sein könnte. Wer spricht eigentlich gar nicht? Oder von Bob? So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmal. Okay. Welchen Starter du nimmst? Wir haben den Affen genommen. Weil Plinther hatte ich beim letzten Mal, als ich es gespielt habe. Was bisher mein erstes Mal war. Also Gen 4. Und ich möchte die Wasserbodenschnecke. Deswegen ist Schellast raus. Das ist ja nicht doppelt Boden. Aus dem Manga. Okay. Wie war das mit dem... Äh... Wie mit dem... Was? Typ, der kein Pokémon hat. Mit dem 10-Jährigen mit dem bedrohlichen Wildtier ausgeraubt wird. Ja, du bist... Wenn du... Verjährigend bist, bist du auch voll, äh... Dingsbums. Äh... Was hast du dann Vivalen Bob genannt? Yes. Ich nenne meinen Vivalen immer Bob, wenn ich ihn nicht benennen kann. Auch wenn Bob seine Mod-Tätigkeiten hier schmerzlich vernachlässigt, ist er trotzdem immer mein Vivalen. Was? Warte mal, Dave. Das ist etwas Wichtiges vergessen. Was denn nun schon wieder? Oh, meine Mütze. Du musst welche Mütze erhalten? Ich fand's ohne Mütze fast cooler. Ich wusste doch, dass dir diese Mütze gut stehen würde. Also dann mach's gut. Ich find die echt nicht mal so geil. Ich fand das ohne besser. Aber na gut. So. Dann haben wir noch keine Poké-Bälle. Jetzt kommt ein Shiny. Das wär so mein Glück. Ein Shiny finden, bevor man Poké-Bälle kriegt. Bob ist Dave's Vivalen. So, Bob. Nee, nee. So. Hm. Ach. So. Nee, wir sind ja eigentlich immer noch im Tutorial gerade, deswegen. Ich freu mich, wenn wir mit dem Tutorial fertig sind. Welche Level haben die hier? Die haben mal 0,2, oder? Oder auch, nee, auch 3. Okay, also bis... Da komm, wir kämpfen mal. Dave, eine Frage. Ja. Uuh. Heule. Also ein bisschen leveln können wir schon mal. So. Bin ich gespannt. Wissenschaftsfragen würde ich gerne an Broti weiterleiten. Fragen zu Essen kannst du mir gerne stellen. Wenn es speziell um Krustenbraten geht, würde ich dich an Lance verweisen. Willst du mir irgendwann später mal Pantflamm ausleihen? Ausleihen? Wie ausleihen? Für den Pokédex? Kann man Starter züchten? Ansonsten würde ich dir einfach nur eins züchten. Kannst du es komplett haben. Das ist wahrscheinlich nur den Dex-Eintrag, oder? Aber Starter müsste man doch hier eigentlich... Ja, aber nicht viel. Können wir da gerne machen. Also ich hätte... Kann man... Okay, wunderbar. Ja, dann züchte ich einfach einfach ein, zwei Eier. Kannst du eins haben. So, gehen wir mal der Weihnacht durch. Das Ding, das du da hast, das ist doch ein Pokédex, stimmt's? Dann wirst du dich wohl bald auf die Suche nach den unterschiedlichsten Pokémon begeben. Du bist wirklich ein Glückspilz. Ich wurde da gerade zwangsrekrutiert dazu. Für den Glückspilz? Ja. Äh, ich glaube, wir sind noch nicht befreundet. Mach mal Außerverzeichen FC. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Nur wenn sie gewinnen. Äh, vergiss aber gerade zu Beginn deines Abends sollst du nicht, sie regelmäßig im Pokémon heilen zu lassen, während du sie trainierst. Das ist ein guter Typ für Neulingen. Ein guter Trainer achtet stets darauf, dass seine Pokémon nicht zu viele KP verlieren und bewahrt sie somit davor, kampfunfähig zu werden. Geht er? Ja, wunderbar. Wäre natürlich jetzt peinlich gewesen, wenn ich sage, mach mal den Command und dann geht er nicht. Haus von Lucia. Oh, geil. Lass mal in ihr Unterwäsche pülen. Wer seid ihr denn? Oh, Professor Al bist also zurück. Er ist ein bemerkenswerter Mann, der schon seit vielen, vielen Jahren Pokémon erforscht. Mein Sohn und mein Enkelkind gehen ihm aktuell bei seinen Forschungen zur Hand. Wer bist du denn? Oh, du bist Dave. Ach, dann hilfst du doch bestimmt dem Professor mit seinem Pokédex, oder? Oh, meine große Schwester macht das auch. Na dann viel Erfolg. Leist dir jetzt aus, damit Dave kein Pokémon mehr hat. Ich glaube, das geht gar nicht. Wenn man nur ein Pokémon hat, kann man nicht traden, weil man ja ganz kurz während des Trades dann kein Pokémon hätte. Und das geht nicht, was? Das sind hier zwei Betten für die zwei Kinder. Komm, lass mich in Lucia's Bett. Ich würde dann riechen. Oh. Oh, ja, was guckt die sich denn so an? Achso. Gleiche. Müll einmal. Oh, leer. Schmuddel-Magazine. Einfach mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Aha, aha. Da haben wir es schon. So war die Level 4 mit Minus inne. Ich hätte aber langsam gerne Pokémon-Bälle. Und dann kaufen wir uns einfach welche. Wow, Pokémon sind so cool. Man kann sie in Kämpfen einsetzen und dadurch stärker machen. Harry hätte auch gerne welche. Das wäre so cool. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich jetzt besser mal. Also ist gar nicht so dumm. So. Eine Stunde. Das ist wahrscheinlich alles in 5 Minuten erledigbar, ne? Kein Kabeldorf, Dave. Guck mal aus. So. Aha, aha, aha. Was? Aua. Oh cool, man kriegt abklingt. Ein Hype hat eine Abklingzeit und die ist jetzt ausgelaufen. Ihr macht keine neuen, dass was klar ist. Aber das wusste ich auch noch nicht, dass es eine Meldung dafür gibt. Ein Gegengift. Das ist brauchbar. Die sehen aus, als könnte man die kaputt machen, die Steine. Nein. Aus. Verdammt. Ich sag einfach nichts mehr, wenn ich irgendwelche Meldungen kriege. So. Alle Itemwünsche. Ich hätte gerne Sonderbonbons. Mh, wie schaut es damit aus. So. Läuft dir ein Pokémon über den Weg, das du unbedingt haben willst, dann wirf ein Pokéball. Du solltest immer mindestens einen dabei haben. Am besten mehr. Verliert ein Pokémon, also eine KW kann es nicht mehr weiterkämpfen. Um das zu verhindern, decke ich mich hier mit jeder Menge Trinken ein. Das ist klug von dir. Das machen wir auch. Goddammit. Oh. Soll ich abonnieren selbst? Dankeschön. Mit Prime. Dankeschön. Diesen Monat hier zum zweiten Mal schon. Danke, danke. Ach, der Bot muss hier followen. Okay, das Problem ist, wenn der Bot hier followt, kann man den Bot ein Sub schenken. Wenn ein Random Sub rausgeschenkt wird, kann der Bot ein Sub abgreifen. Deswegen followt der Bot nicht. Aber ohne Follow kann der Bot keine Follow-Emotes benutzen. Kacke. Muss mich da nochmal. Kann man Bots nicht Auro versammeln? Auto versammeln? Ja, aber der Bot muss ja kein Sub sein. Und ich möchte nicht, dass der Bot ein Sub bekommt. Also, dass der Bot den Sub bekommt, wenn man den Random in die Gegend wirft. Das ist halt... Ich finde, wenn jemand halt Subs verschenkt, sag mal... Sag mal, du verschenkt jetzt einen Random Sub-Ferlus. Und der Bot bekommt den. Dann ist das zwar nett von dir, aber ich fände es doof, weil... Was soll der Bot mit dem Sub? Dann soll den halt irgendjemand anders kriegen, der hier zuguckt. Der dann auch wenigstens die Emotes hat. Dann nicht der Bot. Deswegen habe ich das so eingestellt, dass der Bot nicht die Random Subs bekommen kann. Da kann Twitch... Äh... Was soll man sagen? Bot einen Dauer-Sub bekommt. Oh! Wie du hast Channel Owner. Oh, really? Oh, really? Können wir das in meinem Disco bitte schreiben, dass ich mich mal da später so einen Schlau macht nach dem Stream? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn du da irgendwie irgendwas hast... Schreib einfach irgendwie Twitch-Bot automatisch Sub. Dann weiß ich vielleicht noch, worum es ging. Willkommen. Wie kann ich dir helfen? Äh... Kaufen! Take my money! In meinem 10er-Pack. Kriege ich einen Premier-Wall? Kriege ich einen Premier-Wall? Ah, sehr schön. Das geht also noch. Äh... Da haben wir... Äh... Dann wollen wir noch 4, damit wir 5 haben. Äh... Und auch 5 Power-Heiler. Was sind denn wieder die alten Preise? Sehr schön. Die Schwert und Schildpreise waren weird. So. Das reicht erst mal. Womit du dienen kannst. Nö. 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 Grad nisch. Weil ich spiele halt gerade so, also schräg. Deswegen laufe ich noch ein bisschen komisch. So. Da war der Professor. Passt. Nee. Kann damit. So. Oh. Oh, schick. Aha. Es wird mir schräglich leid, aber aufgrund von Bauarbeiten ist unbefugt und der Zutritt verwehrt. Bitte kommt später wieder vorbei. Wofür? Also wo geht's denn da runter? Die ist so in den blauen PC dort drüben? Den mit dem modischen Design? Wichtiger Zusatz. Wenn du Pokémon im Gepäck hast, kannst du ihn nach Belieben nutzen. Okay. Hi. Sprich mit der netten Dame am Schalter und vertraue deine Pokémon an. Sie macht dein Team im Nu wieder fit. Du wirst schon sehen. Na gut. Im ersten Stock eines jeden Pokémon-Senters befindet sich der lokale Club. Da kannst du jede Menge Spaß mit deinen Freunden haben. Aha. Aha. Hallo Trainer. Willkommen im Pokémon-Senters. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Yes. Hm. Wir können nicht sicher. Gab es nicht mal die Möglichkeit, dass Affiliate-Partner eins habt, für lau zu vergeben? Das bist ja nur für Partner. Ah. Okay. Tja. Me not Partner. Wüsste ich aber auch nicht, wie ein Sub für lau. Wahrscheinlich auch wieder nur Partner. Das ist wahrscheinlich das. Dass man dann seinen Bot eben versammen kann. Wenn ich mich deinem Pokémon ver... Das ist ja ein kurzes Moment. Ich kann sprechen. Gehe, wir fahren in die Wand. Komm aus der Wand wieder raus. Ei. Wer bist du denn? Das macht mich ganz nervös, den lokalen Raum zu betreten. Ähm. Okay. So. Was ist das? Äh. Vorbereitungen. Noch nicht freigeschaltet. Kommt noch. Schön, dich kennenzulernen. Willkommen im Konix-Club. Dies ist der lokale Club. Hier kannst du mit Spielern in deiner Nähe interagieren. Die Spiele in meiner Nähe sind schwierig. Wenn du in deinem Club betreten kannst, musst du das Spiel speichern. Möchtest du eintreten? Was kannst du eintreten? Mit Passwort. Ich geh einfach mal rein. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Mal gucken. Vielleicht bin ich ja... Muss ich online stellen irgendwie? Aber es ist lokal. Deswegen. Äh. So ein Pokémon-Senter. Auf und bitte dort den Konix-Club, um dich mit anderen Spielern auszutauschen. Warum denn jetzt nur mit B? Die Partner kriegen. Bis zu drei, um sonst Lifetime-Subs zu vergeben. Oh, Streaming-Group-Partner-Speedrun. Was? Bin noch mit hergestellt. Achso. Na? Also die Musik ist cool, aber... Okay. Tja. Meine ganzen Freunde und ich haben ganz viel Spaß im Konix-Club. Oh, gut. So. Hi. Willkommen im lokalen Raum. Erklär mal. Erklärung. Oh Gott. Ja, nee. Ist ja keiner da. Nein. Mh. 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 Momentan bin außer dir nur ich hier. Bring doch deine Freunde mit, dann wird es sicher lustig. Au. Wie denn? Statistiken, keine Ahnung. Aha, Statistiken tauschen. Äh, okay. Ja. Wir verlassen den lokalen Raum. Wo ist der Hypetrain? Na ja. Wenn Hypetrain muss viel in kurzer Zeit passieren. Also, ich habe es eh schon recht runtergestellt, weil es eh so selten passiert. Ich glaube irgendwie drei, vier Subs. Ich glaube vorhin waren es vier Subs innerhalb von fünf oder zehn Minuten oder irgendwie sowas. Herzlich willkommen. Äh, bei mir kannst du eine Art Transformation, was? Transformation für den Konigs Club durchführen. Möchtest du dein Aussicht innerhalb des Konigs Clubs ändern? Äh, jah. Feiner Typ. Äh, bäh. Keine Ahnung. Lassen wir das. Hier ist nicht auf einer. Aber ihr habt gesehen, worüber der, nein, nein, nicht nochmal ansprechen. Worüber der, äh, Cursor, wir haben wir das die ganze Zeit. Wir haben geheilt, oder? Ja, 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 ja. Halt, stopp, 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 da war eine Karte. Die wollte ich noch angucken. Halt, stopp. Ich kriege die Karte nicht angucken? Doch. Wow. Ui. Was ist das? Das gab's nicht. Kampfareal. Erholungsareal. Was? Karlberg? Statt, da gibt's Karlberg. Was ist das? Überlebensareal. Oh ja, unbedingt. Schleihäle. Trostu. Aha, was ist das? Wachterberg. Ah ja. Oh Gott, ja, ich erinnere mich. Dieser dumme Berg. Herzhofen. Warte mal, was ist das so gelb? Oh ja, genau der Wald. Da gibt's Soundfugil. Da will ich eigentlich heute noch hin. Windkraftwerken. Flori. Ah, da ist die Umelstadt. Herzlingen. Flitburg. Flitburg. Nein, nein. Nein, Xus. Plus. Ach, Moment. Moment. Hä? ja drück ich kann nichts machen wenn ich das hier ich verstehe die karte nicht ich überhaupt nicht ja es überdecke ich das halte aber okay wie viele boxen haben wir insgesamt 18 für jeden typ das ist ein cooles design mit so einem tümpel immer wieder irgendwann auf stream ich sortiere meine boxen grundsätzlich nach typen der wasser pokémon in eine box und so weiter und so weiter so wieder so stimmt ich habe ja noch gar nicht gezeigt über pokémon fängt ich fange jetzt einfach mal eins und du siehst mir dabei genau zu einverstanden dann mach mal zeigen wir was du drauf hast wie du welches level hatte ich schon lassen? level 5 du bist ja bitte sie ist ja so viel weiter als wir wie lange hilfst du dem professor schon? zehn minuten länger als wir? AP haben abgenommen ich sollte auch mal abnehmen der drückt halt x guck mal oh ich wollte gerade sagen ich habe mehr aber das ist aber meint das haben wir imprimierbar los brich aus und lauf weg los bin die zeit glaube an dich ach man das ist etwas überdramatisiert der catch sound aber okay hey das war nicht von schlechten eltern wie? eigentlich sollte man den pokémon aber noch mehr kp abziehen als ich es getan habe es ist wichtig den kp eines pokémons so weit wie möglich zu verringern ein kerngesundes pokémon lässt sich nämlich nur sehr schwer fangen oh und wenn du ein pokémon mit einer attacke zum beispiel in schlafer sitzt ist es noch einfacher zu fangen außer in gen 1 da gab es einen coding fehler nur denn hier als kleine statu verschenke ich dir noch ein paar pokébälle so viel dazu? na gut wenn du auf längere weisen viele pokémon im team hast bist du auf der sicheren seite außerdem macht es mit gesellschaft mehr spaß jetzt muss ich aber wirklich los bis bald so wie viel haben wir denn bekommen? oh trainer passt der ist auch neu ja okay wir wer bin ich denn das gedrückt? ähm beudel 20 bälle wir hätten keine bälle kaufen müssen warum bin ich so krass hält? die einstellung von der kamera falsch das menü das passt eigentlich da ist man noch an ich habe es heute wirklich nicht mehr im leben ne ähm da gab es doch den typ der so stark ist dass man nicht mal ein pokémon braucht ein pokémon zu fangen was? da gab es doch den typ der so stark ist dass er nicht mal ein pokémon braucht ein pokémon zu fangen ich weiß nicht wovon du redest also er hä? was dem anime vielleicht? der anime ist eigentlich so semi-kanon nur ok ok so spielzeiten mhm rückseuerte 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 durch die für das schatz suchen das ist ein dummes feature das ist ein dummes feature gibt es jetzt mal was interessantes das ist schon ein cooles Vieh gedroher auch bar scheinuchs es ist halt schon ein echt cooles elektro pokémon das sieht wirklich cool aus hat anscheinend auch gute dev oder wir haben echt geschissenen angriff ich würde es jetzt erstmal fangen aber die frage ist halt behalten wir es auch wenn du jetzt kritisch ich sag's dir impact macht keinen scheiß gut ja das ding haut er mich jetzt auch rein so so also blut hier hat er gesagt er möchte das erste elektro pokémon sein ich würde also sagen wir haben blutig schon mal im ähm count möchte denn noch jemand so kp angriff ne ein physischer angreifer hm blut step move so scheinuchs das flacker pokémon elektro über die muskulatur seiner vorderbeine kann es elektrizität erzeugen bei gefahr leuchtet sein gesamter körper aber bei aber bei hm ja so möchte irgendjemand außer broti das elektro pokémon scheinux sein das sich noch zweimal entwickeln wird und zweimal hm ich ich drei stunden für gefahren drei stunden für gefahren drei stunden das ist ja auch ein unfairer vorteil äh was was steht was steht denn da wie was steht denn da achso ich habe schon mal gott bread eingegeben weil broti ja unbedingt äh das elektro pokémon sein wollte das erste das ist unser erstes elektro pokémon das wir gefangen haben deswegen ich meine jeder darf ja ein pokémon im spiel sein wir werden ja noch genug fangen und ich weiß noch nicht ob es auch wirklich im team bleiben wird weil ich hatte letztes mal eigentlich schon ich möchte dann schon mal ein bisschen wenn ich ein pokémon spiel noch mal spielt ein bisschen was anders machen nicht immer immer jedes mal das gleiche team immer das gleiche team das ist immer gut der starte was hat mir die auswand ist dabei die wiederholen sich halt dann zwangsläufig aber nicht immer oh ja als wasser pokémon nehme ich immer ein laparas ja keine ahnung was anderes mal ich weiß aber nicht mal was es noch für elektro pokémon gibt das ist halt das problem ich kenne gen 4 wirklich so semi so aber irgendwie keiner möchte das shinox sein nur die hauptüren zusammen oder zu so 5 4 3 2 1 letzte chance vorbei gut wir haben ein gott im team so 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 gucken wir mal oh das war wirklich knapp so zack hitzig heisst oh 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 das ist ja richtig gut Spezialverteidigung runter ist hm Semi ah Spezialangriff Plus ist gut also bei Spezialangriff Minus hätte ich sogar vielleicht gesagt ich fange mir ein neues das war wirklich das einzige wo ich sage ne du kannst eh nur eckle gut hm wollen wir das jetzt schon trainieren gehen aber wirklich heilen so äh was hast du noch geplant fürs team ich will eigentlich auf jeden Fall ein Traunfugil haben ich weiß das hatte ich wirklich letztes Mal schon aber Traunfugil ist einfach mein Lieblingsgeist pokémon mit Mimikyu ähm also ich will mit Traunmagiele haben weil ich kann mein Lieblingsgeist pokémon einfach dabei haben und benutzt einfach als Ausrede ja aber es hat ja in Gen 4 eine Entwicklung bekommen die man irgendwann gegen Ende vom Spielern hat wenn man den Finsterstein findet äh deswegen es passt so noch eins ach ja wenn ich ein shiny finde wird das definitiv ins Team aufgenommen egal was für ein Typ es ist und wenn es das komplett die most useless pokémon ist wenn es ein Sonnenkern ist ein shiny wird einfach direkt ins Team mit aufgenommen so zünd an ja alles gut zubat hatte ich noch schon zubat hatte ich in äh ne 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 habe ich schon bock mir scheine expert wer cool das glaube ich er will kämpfen du siehst aus wie so ein pisser ja du bist ein pokémon trainer und ich bin pokémon trainer und sie blicke haben sich getroffen also müssen wir es miteinander kämpfen eigentlich hast nur du mich angeguckt und dann angequatscht aber na gut knirps gunther hallo gunther mit deinem starre lily und ganze cola ist kommt level 4 oder so nach oben habe ich es gesagt kommt das ist nicht half live machen wir was anderes zurück zum keep heute ist egal wir sind special mit blut alle jut sehr laut immer noch bei mir ist es dann wieder lauter geworden dann schon mal hingekommen so mit dem headset darunter ist echt doof okay ein kapel spezial verteidiger wird klar perfekt wir können schon sagen mal gucken wir mal die erste elektroattacke lernen gegen schnell du bist stark wichtig stark mit mir dein geld die mani da steht was gibt es für trainer pokémon die in einem kampf teilgenommen haben erhalten mehr erfahrungspunkte als solche die nicht gekämpft haben wir haben perma ep teiler die öfter ein pokémon kämpft desto stärker wird es also warte mal die haben ja gut wir sind auf der ersten rote mit trainern normalerweise nicht gesagt weil das ne glücke ne glücker wahrscheinlich ist sie hat pflanzen pokémon da wäre natürlich dann scheinungs nicht so gut ich will die guten attacken bitte gleich oben haben und das ist ein tick von mir dass die attacken immer so anordnen muss heilen nein nicht mehr nicht einen moment bewegen hier ist jetzt gar nicht aber wie du hast jetzt tränzen pokémon ich kotz und was ich denn bei ein trainer und jetzt kämpfe bitte mit mir wie das plan ist ein pokémon das ist typisch mühler play jetzt genau die gehören wie die zertal eine bieter ja egal ich habe ja auch noch mit lober ich schweife und roti ist cool britzel das bieter das ist eine coole animation das war ein crit also hey ja wenn die so dolle dauert ja noch 100 jahre bis wir das haben die heute sind halt so useless wenn ich fühle sich angeweifen erst mal alle so halbwegs aufs gleiche level komm ich hätte gehofft ein staller lili nehmen weitermachen ja wenn die jetzt nur heule einsetzt ist das ist voll ok für mich er ist ja nicht so spannend der kampf ne ok dann war mein tag wir überleben es auf jeden fall das bieter darf nur nicht kippen wobei wie wird der kritik berechnet original war es ja damals noch doppelter der mensch er wurde und ich würde irgendwann mal auf anderthalbfach und besonder gesetzt glaube ab 5 oder 6 aber erst aber das ist ja eigentlich ein gen 8 spiel und gen 4 spiel im gewand von dem 8 spieler von 0 plus 1 ok irgendwie wird das berechnet wo ich hätte keine chance gar nicht so viel mit wilden pokémon mich abgeben also wirklich aus das ist ein shiny gewert aber es scheint bedarf nicht golden sowie für kano ich weiß gar nicht zu lange her so noch einer kann ich den umgehen nö ich glaube ich angelaufen schön logen hallo logen aha mirror match wahrscheinlich auch ein 5er jetzt oder wäre dann jetzt schlecht wir haben beide bedroger richtig gut aber ein bisschen zu lange am anfang ja 5 aber er hat bedroht das heißt er hat keinen statik schwächt meine verteidigung was mir auch kurz überlegt aber schaden macht halt schaden warte mal 40 60 30 ne versuche ich ungefähr auszeichnen wie viele schaden dinger machen ja wir wechseln glaube ich ja 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 das ist auch nicht gut ich hoffe wir sind gleich da wir brauchen mehr pokémon eindeutig naja wir sind einfach mal weg ja 2 ap ha der kann ja nix der logen elektronik plus minus null echt und hallo tyrone aber ist elektronik nicht resisted resisted und es gibt plus 50 und resist genau das wieder ab ne 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 ja ja aber danach du würdest mit einer 40er attack und mit step wärst du bei 60 aber bei resist wärst du wieder bei 30 deswegen wärst du weniger als dein ausgangswert da ist beide da war mal so impact ja ich will den spezial höher kriegen ne ok hier plus 2 gut ne wer haben wir denn hier ja der cap macht wieder werbung ne ist echt krass endlich erkennen wie man das wie krass ich bin so ok der läuft das ist kein trainer manche pokémon erscheinen nur morgens oh andere gegen sieben und nachts oh haben wir das feature wieder hm ich werde einfach so lange hier warten oh stimmt der erst doch 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 äh bis ich jedes einzelne gesehen habe ja dann erst recht muss ich heute noch in den wald ich will mein Traumfugil wobei galt der nicht eh dauerhaft als nacht ok start so gute wesen bekommen ähm mein starter ist komplett neutral und mein äh äh erscheinungs hat plus auf äh dingsbums ähm speziell angegriffen ja und cap hat gefarmt wie ein bekloppt hey dave na fängst du auch fleißig pokémon ähm du würdest dich bestimmt sicherer fühlen wenn du ein paar mehr pokémon gefangen hättest in jubelstadt gibt es übrigens eine trainerschule mit anderen worten eine schule für trainer wer hätte es gedacht und falls solltest du dann unbedingt mal vorbeischauen um mehr über pokémon zu lernen ja achja bob ist übrigens auch zur trainerschule aufgebrochen und dann machs gut bei vor dem ersten richtigen trainerkampf entwickelt was am jubelstadt statt der freude und zusammenkunft interessanter schottwechsel so ich will eigentlich nur geschenke haben hallo trainer wenn du mit deiner weisheit mal am ende bist und nicht mehr weißt wie es weitergehen soll dann sprich mit den leuten quatsch mit jedem den du siehst also wohin deine beine wohin dich deine beine tragen denn so wirst du immer wieder aufs neue erfahren und es werden sich neue wege auftun ok pokémon sind tiefgründige geheimnisvolle geschöpfe nein ich sag nichts ähm doch die trainer scheinen in erster linie nur ans kämpfen zu denken aufs maul wusstest du eigentlich schon dass sich manche pokémon arten entwickeln nachdem sie durch kämpfe stärker geworden sind und andere durch oh war gen 4 nicht der trade mit dem alpollo das ein ewig stein trägt ich werde den trade machen außerdem kann sich durch die entwicklung auch hier aussehen völlig verändern das hat entwicklung in der regel so an sich ja außer du bist ein voltoball also wirst du einfach nur gedreht der umstand dass pokémon zur entwicklung fähig sind macht sie so geheimnisvoll ich könnte es über darwin anfangen aber ne ne ich will spaß haben ja es gibt fang xp weil das schauspielerische talent naja guck mal da ah ich will da durch ja komm so dick bin ich auch nicht da kann man doch durch mann hallo aber hallo trainer na weißt du viel über pokémon ja ich bin der beste verstehe was pokémon anbetrifft kennst du dich also ziemlich gut aus dann hast du es wahrscheinlich nicht um die nötig die kleine schule zu besuchen aber du kannst ja trotzdem vorbeischauen wer weiß vielleicht nimmst du ja noch was neues die stimme war sehr anstrengend die war überraschend kratzig okay da unten greife ich immer noch nicht lang deine frisur ist fancy hi oh ja hallo auch wenn sich bereits sechs pokémon in deinem team befinden kannst du noch weitere fangen okay das weiß ich diese blablabla pc ja 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 naja die basis sachen werde ich jetzt einfach mal skippen äh du weißt du was pokémon unterschiedliche typen wie wasserform blablabla ja 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 okay das ist immer noch tutorial also mehr oder weniger im ersten schlag befindet sich der lokale raum das haben wir vorhin schon festgestellt dort kannst du zum beispiel mit anderen leuten kämpfern pokémon tauschen das hat vorher aber nicht funktioniert auch gibt es wundertausch eigentlich hätte ich voll gerne die stimme war cool welche die von dem opa die war anstrengend ne 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 das ist eine ruhige gegend hier das Einzug jetzt schon durchgefahren das war anstrengend und aufregend genug für einen Tag das wir könnten mal schön und spannend erstmal Hallo Lothar, also das hatten wir alles schon Schwertzer Joyli sehe ich nicht jedes mal vor Wundertausch, äh, kommt mit einem zukünftigen Update WAS? ich kann nicht mein frisch gefangenes Belize einfach gegen irgendwas traden gegen Leute die wir seit gestern spielen weil Amazon zu früh geliefert hat das war eines der ersten Sachen die ich in Schwert und Schild gemacht habe das war erstmal ein Wunderttrade ich tausche gerade pokémon mit meinem Freund ok ich gebe meinen pokémon immer ein Item zum Tragen bevor ich sie tausche damit macht man dem anderen Trainer nämlich eine doppelte Freude ja, ein ewig steig bei dem Alpondo zum Beispiel so was ist das die pokémon schule oder? du versteckst dich so oh na mein, du möchtest mit mir interagieren es tut mir leid, aber die Vorbereitungen für die GWS Grund-Wirtschaftsschule keine Ahnung, sind noch in vollem Gange ich habe keine Ahnung was eine GWS ist oh hallo ich sehe nicht was du bist an meinem Gürtel hängen, äh Moment, sechs Poké Welle, genau mehr Pokémon kann man nicht im Team haben ja, we know da ach komm, das sieht doch nach geheimem Gang aus und da könnte ein Item liegen als ob man da nicht durch kann also, ein paar Mal ab, ab so was und danke Cap, dass du Tyrone versuppt hast nein, ich habe es doch vorhin erklärt Hype-Trend muss viel in kurzer Zeit nicht ab und an erst versuppt werden und dann followen so ist wichtig was muss noch im Moment in Jubelstadt gibt es ja links das Gebäude wo heißt das, dass es im Bau ist genau ja was, gilt was? Ja, gilt was? was? gilt was habe ich nie gespielt, ich spiele nur gilt was 2 warte mal, den brauchen wir aber wir haben ein Paket von deiner Mama hey Dave, bist du auch irgendwas zu lernen? ich habe ja alles auswendig gelernt, was an der Tafel geschrieben steht schließlich habe ich als Ender dafür zu sorgen, dass meine kostbaren Pokémon im Kampf nicht verletzt werden und was machst du hier Dave? was? du hast das für mich? warum haben wir nicht irgendwie einen Teil bekommen? und was ist das? wow, klasse, das ist ja eine Karte huch, ah genau aber wieso denn gleich 2 davon? ich finde die zwar toll, aber ich brauche nur eine hier, du kannst die andere haben Dave wusste irgendwas kriegt man da nochmal ich wusste noch nicht mehr was wenn ich mich nach der Karte hier wichte, dann heißt mein nächstes Ziel wohl Erzelingen mhm dann gibt es auch eine Arena ideal zum Trainieren meiner Pokémon schließlich bin ich auf dem Weg, auf dem besten Weg der größte Trainer aller Zeiten zu werden man sieht sich weg ist er warte mal, gegen die beiden konnte man kämpfen glaube ich wir sind noch nicht so oh, Karte wo ist Erzelingen? das da was, oder? ne, Jubelstadt ne ach, der Kaiser ist zu schnell doch Erzelingen, genau hm muss essen ich hab auch ein bisschen Bock auf was essen, aber andererseits, eh, Pokémon ein Pokémon gewisse essen am schnellsten lernt man etwas, indem man es einfach tut können wir kämpfen wir können, aber wir tun es jetzt einfach nicht andere wen hab ich grad vorne? Scheinluchs, ne? ja komm los mein Pokémon, los 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 schulkind lasse ja dann lasse mal sehen mein Lieber aber ok Kacke hat einen hohen Spezialverteidigungswert aber crap normal Verteidigungswert entsprechend Ladestrahl nicht sehr effektiv ja BÄM es lohnt sich mehr hm nehm voll im Twitch-Game nehm so du müsstest aber gut EP geben, oder? lass ich durchgehen hm die Tiefe so wenig ja oh hat er noch tatsächlich zwei aber wir haben mich verguckt gibt Geld es ist schwer zu gewinnen wenn man nur wenige Pokémon zur Auswahl hat wenige eins gut eins gleich wenige tauschen tauschen oder die beiden aus du hast ein Pflanzen Pokémon nicht gewicht das doch ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet deshalb weiß ich nicht wie gut es laufen wird aber können wir gegeneinander kämpfen Jo die haue ich aufs Maul guck mal her ich muss immer alle Dinge ausprobieren die ich gelernt habe bevor ich sie wieder vergesse ja das kenne ich ne ihr seht auch noch eins Lexi hör mal ihr seht auch ein Abra ok ihr seid die Abra-Geschwister na gut jetzt auf ein bisschen mehr Abwechslung gehofft aber ähm ja same Problem Kratzer hat nur 30 Stärke ne huch ich will sie auch noch das schneiden bitte es bufft sich mit ja genau sonst machen wir nämlich weniger Schaden scheiße ha daneben cool darf die nur einmal oder hm 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 warum denn physischer Angriff plus ein Elektropokémon Ladefol- oh ne wird Justus die Attacke aber lerne ich doch so viele so viel und gerne ich hatte eine chance auf den sieg wir waren uns eigentlich ziemlich sicher dass wir es schaffen würden aber jetzt bin ich einfach nur plötzlich stark du bist wow wenn du magst ich mir meinen freund an er hat ms für dich das gemis darf du bist wirklich gut wir üben jeden tag und hatten trotzdem keine chance gegen dich was diese tms global mit sicherheit die einsätze können tms multiple einsatzbar oder wieder nur single use tm 10 kraftverserven ist mit dem elf kraftschub wenn es kraftschub und kampfeinsatz erhöhen sich sein angriff und spezialangriff nur einmal ok single use tm wie ein bisschen schade ich machte multiple use tm bei single use tm bin ich sehr sehr geizig automatisch das halt ne ne find ich doof finde ich echt nicht gut das ist eigentlich alles gesehen hab ich also die blau eingefärbt ok also das ist schon die ganze karte da kann ich ändern zu welcher tageszeit ist wo ist und das auch wieso werden denn die hüllen nicht hier ist es nachts zum beispiel nicht weil was auch immer das da ist naja ok cool aber aber habitat naja auf der nächsten rote gleich nicht in höhlen wir könnten uns also ein aber fangen fast zwei stunden ich habe zwei pokémon und wir sind in der ersten wichtigen stadt wie bitte du bist ein echter pokémon seiner sein besitzt aber nicht mal einen poketsch ok ein poketsch poketsch es ist so etwas wie ein pok wie eine pokémon armbanduhr meine güte du lebst echt hinter mond ich komme aus einem vier häuser drauf tschuldigung wir haben gerade mal einen fernseher ich glaube der einzige fernseher im dorf war bei uns oder ich glaube die anderen häuser hatten keinen fernseher egal ich habe den pokémon erfunden musst du wissen und stelle ihn jetzt sehr mäßig herr tor du wirst mir da sind ein scheiß andré mit von einem start-up wunderbar aktuell leite ich zudem auch noch eine werbekampagne dafür um daran teilzunehmen musst du nichts weiter tun als drei clowns im jubelstand zu finden also einer steht vor mir wenn dir das gelingt bekommst du von mir einen poketsch geschenkt ok dann das ist ein clown und ein kind hallo kind also dann haben wir schon scam hallöchen ich bin einer der clowns aus der poketschwebe kampagne hier ist meine frage moment wieso denn jetzt frage halt moment wird ein pokémon stärker neben das kämpfe bestreitet unsere erfahrungspunkte anhäuft ja ja wo man werden in der art stärke in dem sie einfach pokémon im kampf besiegen verliegen gestaltet wenn man eine entwicklung blablabla poketschkupor komo 1 ah ja ok wiederholt einfach nur noch gut hallo alter mann jubel stadt liegt auf einem stück land das einst in den berg gehauen wurde die menschen pokémon aus erzelingen haben fleißig dabei geholfen ich habe hier an der trainerschule meinen abschluss gemacht mit ein bisschen mehr was kannst du sicherlich auch noch stärkeren eindruck machen ich bin aber so stark ich weiß das kommt jetzt etwas plötzlich aber hättest du lust einer gruppe beizutreten boy group girl group in einer gruppe kannst du mit anderen mit kannst du mit anderen mitgliedern zusammenarbeiten oder dich mit ihnen messen die jede menge spaß haben na was sagst du info statistiken im lokalen raum mit anderen können zeitgleiche ereignisse erleben was stehe ich nicht so was hast du mich im fernsehen gesehen da gab es ein interview mit mir das aber toll hallo ich bin einer der clowns aus der poketschkampagne hier meine frage kann man einen pokémon an items zum tragen geben bingo damit nicht so gold richtig ein pokémon kann exakt ein item tragen manche items zeigen wirkungen sobald sie von einem pokémon getragen werden direkt ein pokémon eine bäre verspeist es diese bei bedarf eigenhändig während eines kampfes hier bitteschön ein pokémon 3 ich würde sagen man kriegt sie mir einfach nur 123 aber cool man kann sie sogar wirklich out of order kriegen das finde ich cool das soll das das ist so eine oder so eine warnlampe dass ihr groß gebäude die man mit seinem pokémon unterwegs ist desto zutraulicher werden sie glaube ich zumindest ja doch schuldet allo ich bin eine klausel blablablabla pokémon gehören die bekanntlich verschiedene typen an den gilt das auch für attacken ja kann man einfach nur durchs geben können das werden können scams jetzt gern noch steht so müssen wir denn hier die pokémon gesellschaft oh welch zuverwirklichen den letzten bild von der haustür pokémon chronometer für die welt wir gehen einfach mal woanders hin wird mich dafür nicht lang und doch dafür lang wenn du hier weiter gehst gelangst du zu 218 dort kann man wunderbar angeln weiß nur kaum einer für ich nage von dir geschenkt seine angel ist schon toll findest du die auch ja voll geil ist sehr gut das wollte ich hören und er war auf einer wellenlänge sind schenke ich dir diese angel selbst angel und kann man nur kapotor fangen sollen wir einen kapotor fangen das wird es einfach noch mitziehen und das einfach passiv zu dem gab das wird erst mal wo immer du was erfindest solltest du deine angel auswerfen und ein glück versuchen erklärt erklären wie man angelt ja ich weiß ich habe es irgendwie was anderes zunächst stellst du dich mit dem gesicht in richtung wasser dann wirst du die angel aus nun gilt es sie zu konzentrieren weiß der pokémon an siehst du ein ausrufezeichen dann musst du rasch die angel schon einholen ah ja ok also ja ok also wie eigentlich ich habe mich auf 218 mit meinem freund verabredet aber erst nirgends zu sehen die gute weiter ja genau so warte mal beutel im 10 auf den abenteuer notizen ein abenteuer kann ich glaube lokale verbindungen oder online aha doch karl nie über den globalen raum und den finde ich aber irgendwie nicht das war schlecht der andere dann noch gesperrt ist so aber andere registrieren wenn du es lalalalalala damit hallöchen hallo lens dankeschön für den für den raid was gab es bei dir kann ich mitbekommen dass du streamst zum kurzen stream gemacht oder war mein twitch böse und hat dich nicht angezeigt und hallo black und hallo cfix und cfix danke für den follow na wie geht es euch krawatten so das ist diggy kreuz nee aber es ist einer lux dick ich drücke plus um sie einzusetzen ich verstehe das nicht wieder mal los ich habe ich drücke plus ich verstehe es nicht ganz tja nur sie habe ich habe du wurdest mir wirklich angezeigt und bist du live gegangen muss man mit twitch reden hier kann ja nicht angehen wann gab es denn ich höre mein mod telefoniert draußen auf dem balkon alles muss man selber machen weil es in der sechs acht da war ich beim kunden da habe ich schon nicht mehr mitbekommen alles muss man hier selber machen so furchtbarer sieht verdammt und ich habe ihn verpasst ich möchte es verdammt mein körper nur haben bitte ok ich wollte sagen oder es ist verpasst ja gut so ich werde es einfach nur mitnehmen aus miem gründen komm wir schwächen ich glaube ein pokémon werfen müsste reichen bei einem körper selbst mit full life das hält erstaunlich viel aus wieso das denn gibt mir die drei dann schon umsonst komplett bis zum boss durchführen bei keinem schlüssel für den box nach ist das so viel aus kann sein dass im weg kacke ist ok möchte jemand ein nutzloses körper sein dass aller wahrscheinlichkeit aus dem team fliegt jedes gefangene pokémon wird benannt und in der regel immer nach wie hoch und blacky scheint schon hier möchtest du wirklich was kein körper dass ein tanker doch sagt wenn wir sehen wir haben hier schon impact und gott brett im team verhöhner wenn der tagge gab oder ein neuer eintrag angelegt aber das fisch pokémon unfähig selbst gegen die schwächste strömung anzuschwimmen wird es vom wasser fortgespült aus irgendeinem grund platscht es immer herum was was moment wolltest du früh rente schreiben ach so und ach mal was im team fliegen wird es einfach nur blacky nennen wenn das ok ist ja das habe ich nämlich auch erst gelesen und war kurz verwirrt ich glaube um den posten als körper in jeder ecke ist es ist doof verdammt sie wieder denken ja natürlich du bist jetzt schon dass wir erst also der erste wackelkandidat so bist du denn wenigstens irgendwie mit guten nein nicht ein nein ich hasse die joycon wirklich so bericht wesen solo steht da wirklich nun blacky sorry so angriff plus das ist ja für ein galler das actually gut oh verteidigung minus das ist eigentlich gar nicht immer so schlecht das ist eigentlich echt gutes wesen vielleicht schon eventuell bleibst du doch ein bisschen glaskanone aber das ist halt kacken strong deswegen ein platzger gleich viel besser beste platzger eu west naja wir wollten da jetzt rein hoffe beide eingänge führen in den selben raum trinken kann man nein ich kann nichts kaufen ich bin beide hier rein ahja tatsache der sieht irgendwie nicht so begeistert aus von seinem leben ich werde weitere apps für den poketsch entwickeln denn genau wie ein pokémon entwickelt sich auch mein poketsch weiter aber mein leben nicht ich weiß nicht er wirkt so kaputt vom leben gezeichnet willkommen bei der poketsch gesellschaft wir sind ein familienunternehmen und als solches gar nicht sonderlich groß okay informativ eu west er genau ich habe die server hier einfach hinten abgestellt keine versteckten items gen 2 haben sie oft und so da gab es auch schon server auch in gen 1 obwohl man sie noch nicht so erkannt hat haben sie oft also muss eingepackt haben wir den rocket gebäuden denken muss hallo ich so ja hätten sie einen moment mit mir über gott zu reden ich kann ja nicht ansprechen warum also bei der joycon dauernd disconnected ist ja doof wir versuchen stets dass uns in die lage eines zeiten das zu versetzen werden wir neue apps für den poketsch entwickeln schließlich hat für uns die zufriedenheit unserer kunden absolute priorität ja weil wenn die kunden zufrieden sind gibt es mehr geld oh apache riso ist ja auch ein elektro pokémon aber das ist ziemlich kacke ja pipi nee ich bin ein typischer entwickler kann auch bestimmte tm lernen ich glaube kapital kann keine tm lernen kapital lernt auf level 15 teckel und auf level 40 dreschpflege ja ansonsten nichts der vollständige dabe des poketsch lautet pokémon chronometer doch das wäre ein bisschen zu lang aber egal ich bin übrigens der vater des präsidenten der poketsch gesellschaft ok ich wäre auch gern der vater von jemanden der reich ist ich habe große erwartungen in dave junior die stimmen beschreibungen zu den jeweiligen poketsch apps oh gott nee aber es gibt gar keine gut where are no apps beschreibungen und nein gibt es einfach keine mülleimer verdammt mein mann ist präsident der firma dabei hat er mal ganz klein in einer garage angefangen dinge herzustellen die ihm gefielen und nun fertigen wir produkte an die menschen auf der ganzen welt glücklich machen stell dir das mal vor wir sind jetzt richtig weich und nicht mehr so gering verdienen wie du sag mal hast du eigentlich ein pocket davon gibt es zwei verschiedene modelle die jeweils unterschiedliche farben haben irgendwie kriege ich kein geschenk die man auf der welt denken sich leute neue apps für den poketsch aus die du dann an allen möglichen orten erhalten kannst auf den pc's hier findest du beschreibungen zu den jeweiligen apps habe ich versucht funktioniert nicht ich bin disconnected mann warum disconnected der denn und nein es gibt gar keine apps das ist alles eine lüge wer tanzen wir unseren körperdorf weil sie nicht man kann irgendwo in irgendeinem spiel kann man level 100 körperdorf fangen das ist halt doof weil es kein level abkriegt und sich dadurch nicht mehr entwickeln kann aber du kannst sagen was level 100 körperdorf haben wir mit der geredet ich glaub schon bohr was stehst du eigentlich jubelstatt tv fernsehs paß für große und klein dann werde ich mal deine coupons zählen natürlich mit hilfe des fantastischen pockets 1 ein coupon zwei coupons drei coupons bravo da kann ich nur applaudieren im tausch gegen die coupons erhältst du eine pocket von mir wie versprochen bitte sehr ein pocket wenn es ein pocket auch mit neuen apps aufrüsten mir noch vielseitiger zu machen wirklich die r-taste und mit dem pocket gleich einmal aus wie wir den bildschirm ich spiele über stock und mich im handelt modus das wird schwierig und halte die r-taste gedrückt um ihn wieder zu schließen so er soll er geht mal weg das ist kein button das ist aber ein button taschenrechner der schrittzähler das ist ein bisschen aus wie diesem pikachu und klein wenig oder dass der jetzt dafür immer richtig gar nicht weg machen also so ich kann ja nicht weg machen ich kann ja nur größer machen gebrückt halten ah dankeschön da bin ich nicht drauf gekommen das ist so einfach da bin ich drauf gekommen so er ist auch sehr begeistert aus hey bis zum pokémon fangen war ich hab nichts gedrückt noch mal weiter bis zum pokémon fangen solltest du zunächst seine kp senken dass du das nicht werden sie deine pokémon er würde also nicht sondern ich kann nicht so desinteressiert sprechen das geht nicht nur so dass ich werde sich deine pokémon als nicht sonderlich effektiv erweisen ok nein ich will sie ein stets in den tiefenwahrnehmung und video spielen kann ich ich brauche in erster linie tränke werden einmal den pokémon kampf und fähig wird mir ganz schwarz vor augen ich werde wahrscheinlich nichts neues kaufen können wo doch heilbälle so er ist jetzt weg sind die claus alle weg jeder steht da noch mal toll aber heiler davon haben wir schon jetzt sechs aber wir wollten noch gar nicht nach norden oder da waren wir noch nicht drin was das jubelstadt appartements mieter gesucht gab es nicht ein spiel eher wo man rausgeworfen wurde in irgendeinem pokémon doch 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 genau in oras also omega robin alpha saphir da war es doch so dass in new marvel die leute rausgeworfen wurden weil sie die miete nicht gezahlt haben aber irgendwie sowas war das oder die pokémon sind hier wirklich reizend hier warum gibst du eben nicht einen von diesen was diese flinklau zu fragen flinklau ist ein super item wer ist denn oh nein nicht das so wer von euch beiden ist denn langsamer 6 ok roti wieder mal halb am schlafen item aus dem beutel holen hier blinklau wir haben uns eine 10 oder 20 prozentige chance auch wenn wir nicht die höhere initiative haben den erst schlag zu bekommen macht man macht was weg macht was weg ich möchte stehen so viel schöneres bild mag ich halt schon nicht mein pocket schlicht wundervollen ohne solch einen pocket schwemmer als seite noch wirklich aufgeschmissen total hast du dir schon ein paar heil bei dem pokémon superbank gekauft wenn es ein pokémon mit einem solchen ball wird es vollständig geheilt oder dass du das pokémon sofort nachdem du es gefangen hast im kampf einsetzen kannst irgendwas im inneren des balls muss wohl eine heilende wirkung haben da ist eine kleine schwester joy drin ich liebe es wenn meine pokémon ihre attacken einsetzen wenn sie stärker werden erlernen sie manchmal sogar neue attacken ich freue mich dann immer riesig wenn sie ihre neue attacke zum einsatz bringen ja muss ich jetzt eigentlich wieder ins pocket gebäude netten und ziehe ich jetzt neue apps wahrscheinlich oder ich hätte noch nicht sein sollen vorhin aber wir gucken aber schon durch und tag auch woher kommst du und wir hatten wir noch nicht den dialog aus zwei blattdorf also ein schönes beschauliches örtchen örtchen jubel statt entgegen ist riesig da hättest du bestimmt ein kulturschock ja ja das sollte mit der gruppe ne lasse mal was ich von mir was du willst jetzt gibt es aber hier im free apps steht da jetzt ok er wird weiter apps entwickeln cool ich bin der präsenten wir das müssen wir ja neuer neuen app für den pocket aber das ist noch nicht fertig ich denke sobald du deinen ersten orden hast also das ist bereits sein ok gibt deine familien mit den jetzt auch schon die oben haben darüber gebacht hat man den alten auch der alte hat bestimmt auch schon eine app programmiert aber nicht okay cool der modell ja weil ich mail character habe ich glaube gekommen ich hätte gar nicht ich würde haben können als mail character aber wir haben den pocket der jetzt legen wir jetzt die beschreibung oder tatsache zu traurigkeitsstatus ob es das wer zu traurigkeitsstatus zeigt an wie es um die freundschaft zwischen dir und deinen pokémon bestellt ist wenn du den bildschirm mit dem finger bewusst nähern sich zu den pokémon der nämlich ist wenn ihr taschenreichner weiß ich wie funktioniert der sehnen es müsste ja das hier sein aber das sieht mir doch eher nach hp aus weil alle voller ich kann man sich den zu traurigkeitsdingspunkt gar nicht habe ich bin erwachsen ganz sicher doch das bleibt ich finde das zu witzig ich lasse es wirklich erst mal eine zeit lang da das ist wahrscheinlich nicht durch das steht doch lasst du mit hallo ja du da mit dem coolen schal du hättest mal den jungen eben sehen sollen der vorbeigelöst ist er war so schnell dass ich mir einmal dazu kam wie mein hallo zuzurufen wer könnte das wohl gewesen sein ob man da ist er ja schon und dann will er jetzt kämpfen na wie sieht es aus dave sagt schon in letzter zeit stärker geworden bin also wirklich dann sieht man das einfach nicht ich habe nicht das los ich verweise es dir kann jetzt ja zwei ok wen haben wir gerade vorne glaube nach verdammt im weg mit der roti gehofft ja gut dann moment verhöhner ist doch glaube ich nur nur noch an der wer genau blut musik ist cool nicht überwältig werden noch ist der kampf nicht entschieden wer sagt sie ihm sagt ok hätte befürchtet dass es mit einem papier überlebt schon nicht mehr denken schön blacki erstmal erfahrungspunkte aber ich muss niesen ich muss ein stück nach hinten weil die switch hinter mir ist ok also die joycon gehen nicht so halb totes blacki einsetzen los blacki platzscher und jedoch nicht wo die redet des roti to the rescue bette blacki war sehr schön welche irgendwas von level war das jetzt 9 10 oder so wahrscheinlich 9 ok ja das sollte mit klaps oder mit zwei oder jedoch drei warum klappt es würde ja noch ein pfund der tag ist schon gibt die aufs gleiche raus läuft ein programm hat ziemlich viel kapitel verloren das könnte eng werden ja nennen wir es eng ich gucke gerade auf brotis hintern das ist interessant designt kann der pokétext drehen damit ich mir von allen seiten an dann so plus null plus null aber hey level 6 nur noch 14 was du bist beweis machen was ich verloren habe das ist geld also für den stand im spiel ist das echt gut geld ich habe verloren aber eins sage ich dir das war das letzte mal dass ich verloren habe dann werde ich mich zum stärksten trainer maul ich werde mich zum stärksten trainer mausen den die welt je gesehen hat als erstes knöpfe ich mir gleich mal den arena leute von ärzeligen vor werde wie verrückt trainieren jetzt ist es weg jetzt kommt der gag jetzt brauchen wir es nicht mehr war sie wohl überhüpfen und geht denn das nicht hübsche der bohmer api attackenpunkte und wenn er mir doch nicht was ist so eigentlich dass das ganz dass das ganz oben in deiner team dass der aufgehörte pokémon als erstes in den kampf geschickt wird jetzt durchlaufen weil was tolles ein pokémon pokémon sind am anfang gespielt auf jeden fall aus tolles erst mal gucken was es hier gibt ich möchte eigentlich nicht den lute 1 flug bei mir nehmen also wirklich auch wenn es ein relativ cooles pokémon ist ja glaube ich kann ich benutzt habe ich weiß es nicht mehr aber ich möchte es nicht benutzen einstatt ab du bist doch ein babo ja aber es ist halt dieses klassische taub sie oder hut hut gute 1 fies oder was ist das ist ja wir werden uns fangen einfach nur dass wir erst mal was haben breit wird das kommen wir wussten ja nie du und schon half life es fehlt auch wirklich keinen namen er wird wirklich nicht benannt das ist rein wir haben was dabei und seit man keine vms mehr braucht um also dass man sich wirklich beibringen muss habe ich auch eher selten wirklich flug pokémon er so aus nostalgie stelle das star pokémon normalerweise ist es immer im schwarm unterwegs während es im alleingang kaum auffüllt dein ruf ist äußerst durchdringend recht ist du hast wirklich kein spitznamen verdient du bist einfach wirklich nur dabei gibt es hier noch was spannendes normales verstand mit der attacke rückkehr ja ich finde team aus pokémon die ich cool finde und ich wirklich mag probe expert will ich ein expert expert ist aber kein gen 4 pokémon das stört mich so ein bisschen ich möchte mal eigentlich die jeweilige gen benutzen wenn ich verbreiten die fühle ich doch auch gott wie du schnirbst jetzt ah ja ne ok wunderbar du hältst dich am leben gut gut mehr oder weniger ja das ist genau der teil sehr schön mit evolisk größte x3 hat muss sie aber körper sie dann einfach kacke aus werden expert halbiges cool ist lieber nix bad ist polo nicht mit evolisk auch theoretisch besser als genger es gibt ja ein paar die dadurch besser sind sicher zum beispiel also ich sicher mit evolisk ist besser als scherz weil beide haben die gleichen base base der total und du kriegst dann einfach bonus darf da ist sonnenlicht nicht ausstecken schläft es bis zum sonnenuntergang in höhlen oder tief im wald ist erinnern auch gott ich kann nicht so nachvollziehen und dann habe ich das vier noch dabei im team ich möchte ich gleich ablegen wie du wir haben auch noch kein pizza kommen wir fangen jetzt haben wir einfach nur die ersten pokémon dass wir einfach dabei haben wir haben wir haben noch ganz gefangen ich glaube da hat man noch keine puckewelle das was keinen namen hat fliegt definitiv aus dem team ich bin auch noch immer noch nicht sicher ob die bleibt ich wollte es fangen ich bin so klug ich bin echt nicht so klug ich werde einfach einen ball werfen und das versuchen aber die ausbrechen und abhauen bei bei okay okay also körperdorf alles gut nein das wird ja nicht ins team aufgenommen warum fang ich gerade einfach nur für den decks schon mal selbst im schlaf ist sein telepathisch zwar da aktiv bei gefahr teleportiert es sich fort hier sein eintrag hat sich seit gen 1 einfach nicht geändert es werden nur pokémon die auch bleiben benannt das ist definitiv kein team pokémon so ich glaube ich habe die gute jetzt schon abgeglasst kann das sein wir haben leider vier pokémon gefangen mehr gibt es noch mal nicht oder es ist ein gen 1 pokémon mag ich nicht in dem gen 4 spiel benutze ich doch keine gen 1 pokémon außer damals weil ich mich für blind verentschieden habe als starter und dadurch meine einzige andere feueroption und nicht auch galopper waren weil ich das gewusst hätte ich den feuerstarter genommen ich glaube das wurde jetzt angepasst das ist doch dort beheimatet wie was ja eben in den bonn aber das erste gen 4 also eigentlich schon acht aber wir spielen dann schon acht spiel das einen gen 4 spiel mimikt egal warte mal was ist eigentlich da oben wir haben doch eine karte bekommen wir haben doch eine karte bekommen so ich würde gerne sooomen nein aha achten baum verstehe ich mich hallo du siehst nicht gerade stark aus bist du es mal gegen mich versuchen kommt sie mit level 20 irgendwas gehörte sabina wieder nicht gerne ein bild so oh hey und hallo bade mandelmann schönen guten abend alle will sieben alles okay ein bisschen extra training schade glaube ich gerade nicht wir haben schon neun wir haben noch nichts geschafft im spiel außer rum blödeln oh gott und die level 10 gut standard level 6 ist mir komplett egal ob es einfach nur ein füller das klauen ja die für die anderen wp kack ach gott danke schön für den lust und für den erschrecker und geld gibt es auch noch ich will nicht erschrecken könnte man surfen aber jubelstärke und ich so viel zeit mit normalen kämpfen werde mit dem pokémon gewinnen die mein papa mir gegeben hat aha noch nicht mal selber was gemacht wieder schön mit papas geld gespielt knut knurps knut also ich warte der papa ist ein angler und steht auf rute 12 knurps knuts karpotor ja stimmt das ist echt ein zungenbrecher eigentlich knurps knuts karpotor knurps knuts karpotor das ist ansteige und echt weg der kehlkopf 2k nichts geschieht weiß schon warum blacki kapper sein wollte geschieht auch nie irgendwas doch ein bisschen gibt es sogar wirklich dafür eine fläche ob es noch da ja dann perfekt die elektro das aufpassen weil wenig witze macht so viele leute ungewohnt ja gut der unterschied ein donnerschock und gut sein oder los mach weg sieben ja blablabla aber level 6 aber das sind doch die pokémon die mein papa mir gegeben hat ja du hättest auch bemühen sollen oder das körper essen kann man essen sollen eindeutig wo ist der marker ob man pokémon schon gefangen hat oder nicht habe ich noch gar nicht oft geachtet das müsste irgendwo beim namen daneben neben deinem papier balken der marker und was schon gefangen hat sehr schön ich weiß nicht noch in den mann gab es den nicht was das die qual war du musst es wie alt war ich denn da 678 ich musste mir im kopf merken oh ja diese 146 pokémon habe ich schon gefangen welche viel fehlen mir denn jetzt noch es geht wenn man probieren mich vorbeischleichen kann nur um sie dann fast um anzusprechen und zu kämpfen entschuldige aber dürfte ich dich um einen kampf bitten ja aber natürlich niemand knirps knurps vater hier mein elfjähriger sohn ein karmedorf viel erfolg bei deiner weltreise da haben wir sie ja nicht gehören und ihren kleinen pokémon und waren alles wieder drin ich habe mir damals für die tabelle gemacht haben aufgeschieden ich habe einfach so alles mögliche gefangen oh gott sein dank ist das daneben gegangen das wäre ekelhaft gewesen ich habe mir gemerkt welche viel mehr noch fehlen da brauchen wir die anderen 147 nicht nicht ich bin wirklich mit dem ansatz weil ich habe die 147 mit zum berg anstatt die vier fehlen entsprechend oft hat man halt dann irgendwie im tag gefangen weil man sich immer dachte habe ich schon im tag ich fange es einfach mal beim safari zone hat hey das sind kann gar mal weiß nicht habe ich vor zwei wochen schon mal eins gefangen oder nicht ist es geflohen in der höhle blockieren viele felsen den weg mit der app vm attacken aber das poketsch kannst du sie vielleicht aus dem wege ja das ist doppel anklicken legen die menschen wir haben eingang aber weiter gegen gut das waren so erkundung hier schon aber ja kleinsteuer pokémon go gerade ja ein pokémon go hätte ich auch echt das ist alles kacke super das ist unsere beste wahl durch die felsen dann könnten hinten einem sein so habe ich das jetzt ist das neu dass die wände erscheine oder nur müll ja erstaunen das zuwort könnte doch durchaus brauchbar werden ich lass es mal erahne einfach baumeln so ich finde es aber noch sehr gut mit joycon zu spielen okay es ist nicht sehr aber ob es eine pflanzen attacke auch schon absorber ist nicht blutsauger wieso hast du denn auf wasser level fünf schon sandsturm bist du denn für den arschloch pokémon also haben inzwischen so voll das gute moveset bekommen naja expert war damals schon gut 500 sachen basieren aber kleinsten fahren das war wichtig mal strecken es hat man ganz kurz auf und ablaufen ich könnte stehen weiter stream ich habe ja das ist mir egal nur pokémon die sowieso aus dem team fliegen am level ab bekommen stein stein das gesteins pokémon sie sind kaum von felsbocken zu unterscheiden mit ihren robusten körpern stoßen sie einander um darum zu wetteifern wer am härtesten ist ich würde erst mal mitnehmen im film schmeißen wir denn jetzt schon raus dafür aber aber hat er keine attacke das kleine stadt kann wenigstens irgendwelche attacken wird es sich erkennen dass viele kleine steigen können Mein Kleiner hat mir schon den Hintern geleitet gegen Pikachu, das noch Doppelteam und Donnershock konnte. Wow! Hat nicht Major Bobs so eine ähnliche Strategie benutzt? Ja, Doppelteam und alle möglichen Evade-Erhöhungen sind ekelhaft in Pokémon. Oh, deine 100% Trefferquoten-Attacke ist es nur noch bei 90. Ja, gefühlt ist es jetzt 50. Zum Kotzen. Absolut zum Kotzen. Wie ist mein Team gerade bestellt? Impact hat 4 HP verloren. Ja, 4 ist ein Mix. Wie ist es kommt? Den Umweg zum Pokés und habe jetzt keine Lust. Haben wir den schon bekämpft? Nein. Gut. Keine Wirkung, der Tag verfehlt. Ja. Das ist nachgeschaut. Bei Gold war das einfach cool. Ja, Second-Gen ist halt die beste. Der Philipp mit seinem Benizza. Philipp, hast du wirklich ein Benizza? So. Ich könnte eigentlich wirklich den Weiterentwicklung nehmen. Hier ist Tanky, ne? Hm. Klar. Nice. Wie du bester vor eurem Slave. Yes. Nur deswegen hatte man es. Gott sei Dank muss man das nicht mehr. Aber ein weiblicher Biber. Hm. Ein weiblicher Biber? Oder ein Barbier? Nee. Komm, lassen wir das. Für die Wortspiele ist jetzt Tyrone zuständig. So zu. But. Äh. Ist Flug. Roti. Komm mal weg. Der braucht man zum Glück, ne? Justin. Das ist ja zu offensichtlich. Werder muss man es subtil machen. Und nur Justin oder Justine. Was? Was? Konzentrator? Was? Hm. Okay. Level 5. Wenn man nur zwei Pokémon wirklich levelt. Ja. Kleinstein level. Nein. Ich sag nichts. Nein. 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 Ach. Das ist das Problem. Ich könnte es doch nicht mal sagen, weil ich dann was outcallen würde. Ah. Ne. Ah. Okay. Hallo. Kann ich zurückstecken, heißt das? Ich zeige dir, wie eng mein Pokémon und ich miteinander verbunden sind. Zum. Äh. Weising auf deutsch. Smokmok. Mit deinem Pokémon. Knirps. Detlef. Hallo Detlef. Wer hat denn? Also da hatte doch auch jemand Spaß bei der Übersetzung. Karl Detlef. So die Lokalisierung ist ja richtig. Oh Gott. Ja. Kurze. Hier Cricketun. Die Weiterentwicklung. Mit diesem. D D D D D. Sound. Freue ich mich ja schon drauf. Ah. Kann ich zurückstecken. Okay. Ich kenne die ganzen Typen. Äh. Typen. Die Fähigkeiten nicht. Ich bin zu faul. Yeah. Blacky Level 8. Hu. In zwölf Leveln bist du sogar nützlich. Nein, eigentlich in sieben. Da hast du Tackle. Wollen wir Blacky bis 40 bringen und Dredgepflege lernen? So, einmal drum rumlaufen. Und jetzt vor sie. Ich suchte nach einem Pokémon und fand einen Trainer. Oh, das ist auch so ein Spruch, den sie, glaube ich, in jeder Generation bringen. Blacky wächst und gedeiht. Er wächst einfach unauffällig. Blacky ist halt ein Tumor. Hey, Binnitsa. Ich kann sie entschuldigt mehr sehen. An der welche Pokémon Go auch jeden Tag irgendwie ein Gefühl, 20 Binnitsa fangen. Äh. Vor allem ist es Level 4. Ich glaube, ich bin etwas überlevelt langsam. Level 4 Bidoof einfach mal critten. Warum nicht? Sure. Ja, warte mal. Ja, genau. Ich versuche, die muss ein bisschen ein Level aufrollen. Passt aber auch ganz gut gegen einen Flug-Pokémon. Der ist eh gleich voll. Dann Level up. Ja, Level 4. Ich gehe davon aus, ich könnte es sogar mit Tackle das kleine Ding one-hitten, aber ich möchte es nicht riskieren. Sicher ist sicher. Ich habe echt keine Lust, jetzt ein Poké-Sender zurück zu laufen, weil ich irgendwie ein, zwei dumme Hits abbekommen habe. Spezialangriff plus null ist halt schon ein bisschen mau, aber na gut. Hm? 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 Aber kleinstecklich, Spezialangriff plus eins? Ersteck mich. Warte, spiel, hast mich. Ein Knospi. Also, was wir gerade eben schon hatten. Ja, dann mussten wir eigentlich fast schon wieder wechseln. also der Soundtrack ist gut Musik ist gut gemacht als ich kurz mal auf der Arbeit bis ich auf Twitter rumgeguckt habe habe ich gesehen, dass ein Bekannter von mir auf Twitter also Vavion, der YouTuber hat ein Video von sich hochgeladen, wie er zu irgendeinem Tune aus einem Spiel mega abgegangen ist ein Bekannter von mir hat dann runtergeschrieben irgendwie so, ja, ich fand das Stück jetzt nicht so geil und war dann halt einfach nur mit einem Meme reagiert, mit Halsmaulokinis einfach, dass es toll ist ich fand das großartig ich wollte noch was dazu schreiben aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich bin jetzt auch immer nicht gemein ich bin einfach nett und sag gar nichts und deine Höhle okay, wir werden noch mal so Pucksele zurücklaufen ich habe einen hübschen Orden vom Arenaleiter in Erzeling bekommen wenn du den jetzt schon hast, müsstest du ja definitiv höher als ich seinem Level die Madeleine 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 eigentlich ein französischer Name ja, oder? oder aus dem Osten dann wäre das so ein zösischer oder Osten hey Dave, was geht? hallo, Strategy Roll schönen guten Abend ja, Pokémon spielen geht was denn sonst? die beste Zeit im Jahr Pokémon spielen wobei das jährliche Pokémon spielen kommt ja wieder über Weihnachten oder macht Po wo Proventor ich verstehe den Gag gerade nicht Steigerungshieb Kampf das wird ja sogar Step ich weiß das andere hätte noch nicht wiederholtes zuschlagen geben das ist definitiv besser als als silberblick wenn da könnte man noch brauchen ich bin nicht so der spieler der auf hier ist das gewüns geht ein flügel schlag volle kanne ruf schaden kills er viel schaden macht wenn ich den gegner schnell töte kann er keine dummen sachen machen meine philosophie ergo ich mag schadens attacken ich weiß aber immer noch nicht was kämpfen wo was macht pokémon wir machen pokémon wir packen uns jetzt ein pokémon die philosophie weiß das pv ja eben das pvp müsste ich dann schauen ob ich meinen pokémon bank und home support wurde erst gleich für nächstes jahr angekündigt und ich habe keinen bock zu präden ohne meinen perfekt ist die faute die nerv habe ich dafür nicht noch mal danke an kriegs für die spende von diesem titel damals immer genug in die hat ja wir haben es genau richtig für ein kräftemessen und danach will ich in der pokémon arena an es kommt plötzlich schocker ja auf jeden fall ne er ist halt elektro irgendwas er arbeitet mit elektrischen dingen also das wollte er auch das elektro pokémon sein gibt kein select button ich weiß nicht wie ich das verschieben soll ja da kann man entscheiden die absolut nicht mitnehmen das doof dass das hat irgendwie erst keine auf vier monate danach gemacht wird ich weiß nicht wo das problem sein soll die lieb von der datenbank trade in der datenbank ich kriege wirklich noch ein expert bevor wir das zu mir draus schmeißen oder als ich verteidigung jetzt schon klar natürlich nach links lenken ich war ich mache selber über das menü dann zwar hier ich bin da nämlich sehr pingelig habe das immer schon gemacht durch die besseren attacken nach oben geschoben habe erhebt die stärke bekommen die spezial verteidigung und wie viel hebt die stärke weil es wirklich plus 100 prozent ist also mal zwei dann wird sich sehr lohnen weil man den gleichen schadens output dadurch hat aber das spezial verteidigung erhöhen würde aber ich glaube nicht dass man mal zwei macht dann sprechen können wir das kommt darauf an eben oder aber speichern ist eine gute idee weiß gut gesehen hat gibt es den ausrufezeichen safe command noch und noch kurz probieren dann gab es nämlich zumindest mal also komme ich ja das item sehr schön ich habe viele commands manche erinnere ich mich sogar wenn zum beispiel an den deswegen macht das wirklich doppelt so viel aha dann ist es ja wirklich brauchbar eine sprüh schutz das wurde noch nie als sprühdose deklariert der fckw drin das geht auch nicht im letzten teil überlegen soll ich jetzt war schon immer ein spray aber es wurde noch nie als spray dose auch im spiel bezeichnet okay wenn wir jetzt hier wanderer haben habe ich bald ein problem wir haben eigentlich nichts gegen gestein und boden pokémon außer selbst ein gestein und boden pokémon flug 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 justless jesus vor allem gegen boden auch relativ jules lassen ja das heißt mal schau das stimmt ich denke mal schon immer eher an die seemänner es sind nicht nach einem kampf aus nach sie mal einer an was die ein pokémon ist aber als teiler noch ziemlich grün in den ohren lebt es ist nicht weiter schlimm hauptsache dein herz schlägt von pokémon und daher schenke ich dir diese tms wahl habe ich von 98 und habe mich von mehr als eine bekommen die tms erhalten die kampfattacke zertrömer die ms ermöglichen ist die pokémon auf der stelle attacken beizubringen überlegen genau wann du sie verwenden willst wenn sie kennen jeweils nur einmal eingesetzt werden außerdem war ich sofort die mvm attacken auf seinem pokémon zu installieren ok wer ist über die mvm attacken die die attacke zertrömer aus kannst du so lästige felsen aus dem weg räumen um davon gebraucht zu machen benötigst du jedoch den orden der ärztlichen arena vm attacken lassen sich nämlich erst einsatz zu folgen wie dafür nötigen alle in der orden erlangt hast aber klar ich bin schon gespannt welche vorstelle du machen wirst wie gesagt im stalker mit seiner letzter satz aber cool kann man sagen wir tiefgegengestellten hier weiter ja ausgegraut ich habe zu viel spaß mit so einem schmarrn wird erledigt ich musste halt erst umgehen zu gucken ob es geht um sie dann doch zu bekämpfen ich liebe ist einfach total schwachsinnig aber guck mal olle oder olle 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 mensch 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 wollte der feine her dass in der hölle fahrrad fahren also der hölle fahrrad fahren war es nein ich habe mir angel ausgewürztet ich habe gar kein fahrrad aber dann würde er gehen er will nicht in der hölle fahrrad fahren also nicht auf dem typo rum typos passieren aber es kann aber auch witzig sein wie in dem fall ist mit der hölle fahrrad schon nicht schlecht weil sie in der hölle fahrrad fahren fahrrad fahren sportliche aktivität da wird die eh schon warm und dann in der hölle aber im neunten kreis der sehr gefroren warum eigentlich nicht ganz nicht ganz so schlimm da unten ja musste mehr trainieren burbele ja man kann die umgehen also das ist so gedacht deswegen ich weiß gar nicht mehr versuchen um ein durchqueren der höhle gebühren zu feiern kämpfen wir jetzt wenn sie jetzt verlieren muss sie dann schon vorne anfangen oh hallo heidi knospi warte mal knospi entwickelt sich doch zu selia und noch zu russer ware russer ware wäre cool warte mal ist das pflanzig gift oder ich muss mal ganz kurz gucken wo man knospi her kriegt auch noch ein ton ein kopf wie pokémon wo ist sogar die mode warte mal oh nein diese dumme stelle hier in dem spiel ich erinnere mich wieder oh nein eine horde enthundert kopfe und versperren dir den weg du kannst nicht durch wo hat mich das aufgeregt wo fand ich das das ist so uninspiriert einfach der spieler sollte es nicht lang gehen wir sorgen wir dafür dass er nicht lang geht keine ahnung machen veränderungspreis und schnell wieder hin es ist einfach komplett schlecht eingearbeitet mogelbaum war cool das mogelbaum war cool eingearbeitet oder die schlafenden relaxus aber eine horde ent und die dann noch nicht mal bekämpft wenn du dieses fangen könntest doch mehr 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 lassen wir das das leiden in der hölle aber der gedanke casual in der hölle fahrer zu fallen das war ich toll ja schon wird sowieso leiden in der hölle aber aus ganz anderen gründen ja ich weiß ich kann ja nicht angeln man ich bin es gewohnt dass ich auf pluses menü aufmacht das nintendo innerhalb seiner spiele noch nicht mal konsequent die gleiche steuer und verwendet was wollte ich denn nachgucken das vergessen ach ja wie viele tms wird das eigentlich bekommen haben und man zwei oder in einem fällen bis drei bekommen impact können zu lernen aber wir haben ja schon eine kampfattacke wie stark ist die denn eigentlich und sie wieder stärker also impact wird eigentlich einen gestein ich bin mir sicher die vereine der hölle haben keine sattel oder so ich gehe da gar nicht drauf ein hohe hallo trainer ja mal wenn du ohne einen einzigen ordner herkommt werden die anderen trainer ich nicht vervollnehmen damit das nicht passiert zeige ich dir erstmal wo die arena zu finden ist und die musik wie früher und das berühmte pop haben er genannt da war die der schon jemand ja der wird wieder kämpfen lassen wir jetzt mal heilen das focus center hier ich gehe gar nicht auf ein nein 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 ding 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 bang bang und auch schön dass in dem sound nie groß verändert haben das wäre echt neu gesagt juhu ich habe unten im globalen klub ein pokémon getauscht er unten wenn ich jetzt wein nehmen aha da unten ist der globale wenn du dann außerdem wenn du dann außerdem betreten das konnexlos verändern möchtest dann spricht die empfangs damit links im ersten stock an das haben wir schon mitbekommen aber dankeschön in einem beliebigen punkt sind der pc ein um pokémon zu lagen unter dem aktiven da waren 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 dort jetzt was wie oder muss das dave da hast du mal wieder langsam an gehen lassen wie ich dachte schon du kannst gar nicht mehr das hat sich der arena leute auch gedacht post stimmten denn man da, denn er ist schon lange wieder weg. Er meinte aber, er wolle zur Erzelingen Mine. Ja, mein Orden ja bereits. Da ist es mir ziemlich egal. Wow, danke. Feit, weit? Wie auch immer. Der Fels. Würde hier klicken können eigentlich. Wusstest du das Pokémon derselben Art? Oh ja. Von Schillernde, oh. Von Schillernde, ja. Wenn ich es shiny finde. Feist. Könnte man da nicht irgendwie was hören? Genau, das ist ein Luftschacht. Er versorgt die Untergrundhöhle mit frischer Luft oder so. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen die frische Luft von hier oben aus. Aha, die sind also Schuld an der Erde Wärmung. Da kommt die ganze heiße Luft her. Klimawandel und bla sind die ganzen Bergarbeiter. Von wegen CO2. Wenn ich so eine Lüftungschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstecken und laut hallo brüllen. Ja, okay. Ja, doch. Das ist ein verständlicher Gedanke. Ja, doch. Ja, ja, ich würde es genauso machen wollen. Geometrie. Nachhaltige 8 Papala Pap. Schon eine Erde Wärmung. Da kommt die ganze Hitze nämlich her, weil es im Sommer so warm ist und warum es kein Schnee mehr im Winter gibt. So. Den Sinne gibt es 8 Arena Leiter. Das Ziel sollte es sein, von allen 8 Leitern je einen Orden zu erhalten. Was wenn ich von einem 2 höre? Hallo? Ist furchtbar mit dem Ding. Wir haben von, wie? Feist. Ne, Feist. Feist. Die Erlaubnis bekommt unsere Pokémon in der Mini zu trainieren. Ja, könnte man machen. Ein Erlener hat es nicht mit einem gewöhnlichen Teilnehmer zu vergleichen. Ich würde dir daher empfehlen, so viele Pokémon wie möglich mit in den Kampf zu nehmen. Deswegen habe ich so viel Trash-Pokémon gefangen. Nein, das will man enttäuscht. Kriegst du auch Pokémon? Ja, wenn du magst, gehört er dir. Was? Uh, ein Fensterball. Der ist actually ziemlich strong. Ich glaube mal 4 im Dunkeln. Pokémon sollte man einen Spitznamen geben. So wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt. Will ich wissen, wie du dein Anton genannt hast? Gelb. Er hat sein gelbes Anton gelb genannt. Gut. Er hat uns Anton gelb genannt. Allein wegen der Farbe. Ja, ob wir sie. Ich kann mir bessere Spitznamen vorstellen. Nein. Das ist ja. Nee. Ein Genie. Der neue Goethe. Ein Anton gelb nennen. Hier waren wir schon, oder? Ja, wir haben mir von scheinlich erzählt. Exakt. Genau. Hallo. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Über die kann der Dampf aus dem Untergrund abgelassen werden? So weit. Geh, bis? Ach, Geothermie, nicht Geometri. Ich kann lesen. Bist du das Gebiet dann geologisch aktiv sein? Ähm, maybe? Aber hast du ein Pokémon namens Machado? Nee, das ist gegen meinen Arbeiter tauschen. Nö. Ich möchte aber meinen Arbeiter eher gegen der Machado tauschen. Der gleiche Trade wie in Goldenrod, ähm, Ducatia. Wenn das die andere so, ich glaube, ist das Teil, was dann? Das Formatum? Ich weiß es nicht mehr. Wenn du es dir alles überlegst, dann kommt einfach wieder. Ja, stimmt. Ein Pokémon, dass du durch ein Tausch hältst? Ah, ja, ja, ja. Die Level schnell und gehochen dann nicht mehr. Wichtig. So. Jedes Pokémon verfügt über eine besondere Kraft, eine sogenannte Fähigkeit. So. Da kommt mehr. Inwieweit mein Pokémon und ich uns ähnlich sind? Das lässt sich nicht so leicht erklären. Ich erwarte, dass da immer noch was kommt nach dem Satz, aber dann, das ist halt immer schon vorbei. Und hier oben hat man zwar eine hervorragende Aussicht, aber nach draußen geht es so anstrengend. Schön, den Satz gebt ihr wieder den Dicken. Natürlich. Das ist doch schon Body Shaming hier, oder? Lass mir vielleicht ein Pokémon namens Zubat zeigen. Oh, haben wir sogar wirklich. Oh, das Pokémon da. Das ist ein Zubat. Wow, ist das cool. Das ist so niedlich. Kann ich das sogar haben, wenn du willst. Also gut genug gefaulenst. Ich gehe selbst nach draußen fange. Ebenfalls Pokémon. Vielen Dank. Das ist jetzt für dich. Besser als nix. Ja, ja, wie war das mit rausgehen? Ja, 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 es gibt schon sehr viele Arten von Pokémon da draußen in der Welt. Ich will sie alle sehen. Dann rausgeben. Ich sage auch immer, ich gehe irgendwann mal joggen und fünf Jahre später habe ich immer noch auf der Couch. So was? Äh, das ist so wie mir den Spitzen am Dummkopf zu geben. Sehr originell. Dave. Äh, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Ja, 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 ja. Hallo. Was? Was? Ganz, ganz durch. Immer mit der Ruhe. Und zwei Dicke. Die Verkäuferin hier im Supermarkt ist so hübsch. Da bleibt mir die Spucke weg. Wunderbar. Die Orden, die von den Arena-Leitern vergeben werden spiegeln, das können uns zeigen, dass wieder je mehr Ohren du hast, desto größer ist auch die Item-Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Ich finde das Feature eigentlich ganz cool. Nicht so so, ah fuck, welcher hat er denn noch mal was? Nein, ich habe noch mal habe ich nicht nach unten gewirkt. Äh, wie ist es bisher? Ich finde es gut. Also, so wie ich es bisher erkenne. Äh, genau hier hat man von Polita gefangen. Ich erinnere mich. Ähm, es ist sehr nah am Original. Was jetzt weder gut noch schlecht ist, muss man dazu sagen. Ich glaube, es ist ein Tick schneller. Das Pacing war ja grauenhaft im Original. Äh, ich muss alles dabei nachmachen, sonst komme ich wirklich durcheinander. Äh, der Arena-Leiter ist in die Mini gegangen, um dort zu arbeiten. Es ist ein Job, nicht Arena-Leiter sein? Sollte er nicht das arbeiten? Wenn ich mit meinen Turbot lehne, dann durch die Gegend lese, fühlt es sich an, als wären alle Blicke auf mich gewichtet. Ja, dann soll Kinder dir Bestätigung geben. Pfeid setzt Gesteins-Pokémon ein. Das sind schon tolle Pokémon, oder? Die wirken sehr robust und kantig. Pfeid ist der Arena-Leiter unserer Stadt. Trotz eines jungen Alters trägt er schon die Verantwortung für die Minen. Er hat es echt drauf. Und Halle-Bob. Vielleicht ist das ein Minen-Arbeiter, der in der Arena ist. Oder ein Arena-Leiter, der auch in der Mine arbeitet. Aber so trifft es eher zu. Ähm, oh ja, äh, hallo Bob. Welch Zufall. Der Rivale in dem Spiel heißt ja genau wie du. Tja, so ein Zufall. Bergbau-Museum von Erzeling. Mit Kohle per Duo. Aha, jetzt lernen wir über die positiven Aspekte der Kohleverbrennung und Kohleförderung. Da kann man schon mal ein Dorf wegmachen. Für, guck mal, für so einen Klotz kann man schon, kann die Oma Gertrude ihr Haus schon mal aufgeben. Das ist schon ein beeindruckendes Stück Kohle. Muss man schon mal sagen. Boah, ein Pokémon, das so etwas tragen kann, muss unglaublich stark sein. Tja. Wow, das ist also Kohle. Ich hätte gedacht, dass die Blocken so riesig sind. Arena-Leiter verdienen, äh, nicht mehr viel. Der muss nebenbei, äh, eine Mine Kobalt abbauen. Ne, ne, er muss für, äh, RWE Kohle fördern. Sehen wir doch. Ähm, wenn die Leute für, äh, für Smartphones wollen. Stimmt. Ja, 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 ja. Jedenfalls eine Mine. Da, ah, Gott. Nein, das wollte ich nicht öffnen. Jajaja. Das ist klar, aber ich möchte erstmal alle anquatschen. Vielleicht gibt's, äh, welche Sachen umsonst. Müssen wir Bob verpügeln immer. Problem ist im Chat verpügelt Bob eher euch. Mein Vater war ja Bergbau. Ja, ja, genau. So. Hier sind verschiedene Alltagsgegenstände der Minenarbeiter ausgestellt. Ein Teekessel. Dieser Kasten enthält kategorisierte Proben verschiedener Kohlearten. Oh Gott. Hier sind Kohlearten aus verschiedenen Gegenden ausgestellt. Ach, Werkzeuge. Hier sind alte abgenutzte Hölzerne Werkzeuge zu sehen. Offenbar wurde vor langer Zeit die Kohle mit diesen Werkzeugen abgebaut. Manche Regionen der Welt immer noch. Hier sind verschiedene Gruppenlampen ausgestellt. Die Bergleute trugen wie sie früher auf ihrem Kopf, wenn sie in der Mine arbeiten. Okay, ich glaube, ich blamier mich jetzt. Haben die das nicht mehr? Okay, das hätte ich schon lange nicht mehr, oder? Ich kenne nur dieses Klischee von dieser Lampe auf dem Kopf. Oh Gott. Alter, 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 das ist Teil 3. Ne, 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 wenn wir schon was lernen hier, dann lernen wir auch in der richtigen Reihenfolge. So. Wie Kohle entsteht Teil 1. Vor Urzeiten wurde pflanzliches Material durch Regen und Flüsse an Land gespült, wo es unter Erdschichten begraben wurde. Aufgrund von Erdbeben sowie Erdrüssen wurde dieses Pflanzenmaterial in immer tiefer liegende Erdschichten gedrückt. Tief unter der Erde war das Pflanzenmaterial über lange Zeit dem unterirdischen Druck und der Hitze von Magma ausgesetzt, wodurch es sich allmählich in Kohle verwandelte. Ich bin eher nach Öl, aber... Ich bin halt aber auch einfach ein ungebildetes Stück Scheiße. Also von dem her... Es kann schon stimmen. Ich zweifle das jetzt einfach mal nicht an. Na, Kohle ist doch super. Ich glaube, wir führen dazu, dass unser Planet eine tolle Sauna wird. Ja, richtig. Wer will denn schon Winter? Also nichts gegen Winter, aber... Winter ist schon echt kalt. Nicht meine Temperatur. Gut, dann wird es mir der Sommer zu warm. Die Kinder in der kolumbianischen Kohlemine, wo heute die Kohle für Deutschland ausgebaggert wird. Aber sowas sicher nicht. Ja eben. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Hier ist eine Lampe. Mag vielleicht für die einen historisch sein, für die anderen wäre es Luxus. In der Nacht schon wir verbrennen alte Pflanzen. Basically? Ja, 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 ja. Ich wusste gar nicht, dass die Ärzeligen Mähne sich bis unter das Meer erstreckt. Wahnsinn. Oh, wenn da mal ein Schlitzbalken kaputt geht, auch wieder so ein depressiver. Hallo, hallo. Wie geht es dir? Beschäftige mich mit der Erforschung von Pokémon Fossilien. Ohhhh. Ist das actually cool? Ja, ich. Hier und jetzt. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Oh ja. Ich spüre es. Oh, ich bin so ein Kind. Ach, Mann. Warte, ich hab's gleich. Ganz, ganz kurz. Sobald kann ich Fossilien in Pokémon zurück verwandeln? Das kann ich. Ganz sicher. Aber jetzt reicht die Kohle in Deutschland nicht mehr aus. Du machst einen fertig. Wer? Hallo, willkommen im Bergbau-Museum von Erzeligen. Du hast schon alles angeguckt. Das macht jetzt Geld. Okay, ne doch. Sie will doch kein Geld. Geil, Bildung for free hier. Pokémon Welt ist alles toll. So. Was haben wir denn hier? Eh. Mann, Türen treffen ist echt schwer. Oh Gott. So viele Leute. Du erinnerst mich an die Zeit, als ich mein erstes Pokémon gekommen habe. Das war's? Oh, okay. Mann, der Joy-Con. Der Pro Controller macht kacke. Der Joy-Con funktioniert nicht richtig. Das war alles zum Kotzen hier. Hey, deine Pokémon haben das Potenzial dazu, richtig stark zu werden. Warum geht ihr nicht in die Erzeligen Miene raszinieren? Weil ich erst alle von euch Bewohner anquatschen würde und euch auf den Sack gehen will. Ich gehe euch so lange auf den Sack, bis ihr mir Items schenkt. Es fällt mir immer äußerst schwer zu entscheiden, welche Pokémon welche Attacken lernen sollen. Ja, deswegen war unendliche TMs ganz praktisch. Nee. Ach, jello. Komm, einen mach ich, aber nur den einen heute. Hobby. Fälscht. Los, Bot. Ist er auf meiner Seite. Ach, come on. Heiß Ausstieg. Kolumbia ist ja krass. Weil es das Lernen mit den meisten... Okay. Okay. Gutes Thema. Ähm. Statt auf einer Mine, die bis unters Meer reicht, halte ich für eine... Ne? Nein, das ist voll okay. Äh. Was? Und dann haben wir einmal gemacht, ja mein Gott, ich kann doch nicht alles sehen. Ah ja, genau. Übrigens. Äh. Mit falscher Grammatik, du musst das auch so viel Zeichen nicht mehr hinschreiben. Das ist kein Command. Das ist ein... Du benutzt dieses Wort und du wirst gepurcht. Das ist leider kein Purcht, das ist ein Time-Out, ein Einzelkündiger. Aber wenn ihr euch selbst im Chat löschen wollt, benutzt falsche Grammatik. So. Hm. Na, aber die Augen der Pokémon strahlen ja richtig. Diese Amelik macht mich wirklich glücklich. Hier, das möchte ich dir schenken. Oh, super. Schön. Hier nehme ich. Pokémon bleiben immer in ihren Bällen. Nicht wahr? Ah, halt, 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 halt. Gab es im Trailer nicht, äh, Dings Bums. Ähm, ähm, ähm. Ihr wisst schon. Hier, 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 hier rumlaufen. Hinterherlaufen. Deshalb denke ich, äh, vor allem fangen gut, dass wir nach welchem Ball ich verwenden soll. Achso, das meine ich. Aber, äh, gab es doch. Komm später. Verdammt. Immer später. Immer warten. Äh, was? Endlich hat jemand anderes diese Trap-Card genutzt, nicht nur ich. Leider kann man im Bot nur, äh, time outen und nicht pertschen. Das bestimmt morgen für sie durch. Nee, ich glaube, das kann man eingeholt haben, oder? Die Ärztlinge-Mini wird mit höchster Sorgfalt betrieben. Wir achten darauf, den natürlichen Lebensummen der Pokémon zu erhalten. Ja, ja, das sagt RWE auch. Na, egal. Lass uns mal das Thema. Die Förderung der Kohle an die Oberfläche ist vollautomatisiert. Bei Menschen bezahlen? Pah, soweit kommt's noch. Da arbeitet man sich nicht mit dem Rücken krumm. Ich muss immer zwischendurch blöde Sprüche für die NPC sein. Das geht gar nicht anders. Da kommt die Kohle, seht ihr? Mhm, mhm, mhm. Die wackelt aber ganz schön, ja? So ein Windhauch und weg ist es, weil man das ist im Museum. Da waren wir. Ähm, nur mal ganz was gucken. Was? Ärztling, eine Stadt voller Energie. Ja. Ohne Energie. Das ist ein Item. Hm. Und? Den kleinen Stein. Overlevel das Fuck. D25, zwei Orden, ja. Ich schaff das ohne Grinden und ohne Suchen. Das macht diese automatische IP-Teile, ja. Oh, da oben sind wehren, die sich ja jetzt erst. Aha, 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 aha. Da kommt es auch ein verstecktes Item. Aha, das war klar. Versteckte Items, die nicht blinken. Endlich wieder. Sag mal, oh, hi. Das Gefälle ist so rutschig. Äh, du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast keine Fahrrad? In ewigem Neuglub ist ein Fahrrad-Geschäft. Ah, ja. Okay. Also erst mal woanders hin wieder. Na gut. Ich hab irgendwas anders auf der kleinen Stelle hier. So, das war's. So viel Kohle wird dann noch gefördert. Äh, wenn das jemand den Faktor so macht. Oh Gott. Äh, hau ich in die Grunde Boden. Ne, ne, nicht haut. Hau das böse. Ey, Zubat. Ich glaub, Ponyta ist so ein Tagsding, ne? Hm. Aber wir haben eh schon Feuer. Aber es gibt in der Regel immer mindestens drei verschiedene Pokémon-Arten auf einer Route. Wir haben uns, äh, Steinstein und Zubat gesehen. Heißt, eins fehlt uns auf jeden Fall noch. Ah, da haben wir's ja schon. Wir können euch nicht zweifangen beim gebrauchenden Arbeiter-Trade nicht, weil wir ein Arbeiter haben. Ah, aber das ist ein Steinzeichen. Es wäre das hier sinnvoll, aber ich will's nicht. Also ob Handflamm hat, ähm, das Impact hat. Ne, komm, verdacke Gott, du sollst es doch nicht töten. Ei, 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 ei. Goddamit. Okay, wir sind eventuell lebt, lebt, lebt. Nein, ich hab die Summe mal los gesehen. Nein. Ohohohohohohohohoho. Hm. Der Gegner ist entgegen, komm, aus Versehen. ach kacke wird 10 für starke impact prügelt sich einfach durch die arena jetzt gleich das kraftbrot pokémon dank seiner körperlichen beschaffenheit leiden ist nie ein muskelkater das ist angenehm egal wie viel es zinniert es lebt fernab von menschen in den bergen ich weiß gar nicht dass man schon so ein isoliertes pokémon ist ich bin so zahm wie nichts anderes also mich will ich knuddel und die leise ins ohr flüstert dass ich dich diese vorstellung kommt jemand her umarmt ich drücke dich ganz fest und sagt ich hasse dich das ist eine tolle vorstellung tauschen will ich mich gern an dave was wie was tauschen was wo wie meinen hast du diamond das wird natürlich dann sehr praktisch da könnt ihr noch nicht tauschen also sie hat noch ein bisschen fertig ja ich bin noch mal selber wird den haben wir noch gar nicht erhebt sich ein gewaltiger berg im himmel der sind gewissermaßen zwei teilen auch und beides sehr schön jeder ist stolz auf die mine werden wir hier stehen und unterhalten wir haben sie weiter bis unter das meer und das einfach faszinierend ja und irgendwann sich das meer über dem kopf zusammen los war tscholo häng dich rein schlag die felsen klitzeklein nein nein hallo du siehst die mine wunderbar das freut mich wirklich es ist immer gut wenn man sich bemüht etwas neues zu lernen und den eigenen position zu erweitern und eventuell können wir dich anwerben damit du weitermachen kannst wenn ich irgendwann mit kaputten rücken zu hause flag hier gibt es auch bestimmte steckte items da nein das erste schwere arbeit keine frage aber zusammen mit pokémon zu arbeiten gibt mir energie treibt mich an hier ein kleines geschenk für dich oder das so gut dann schön brauchen wir wahrscheinlich noch lange nicht wenn ich mich gesund und munter fühle habe ich ein beides grinsen im gesicht das macht mich glücklich da habe ich mal an sie mal herren warum ich mache ich sowas auch ich bin ja selber schuld er ist total aufgeregt und verwundert weil er so fest verarmt wird dann kommt der sprach also ich ja das auch wahrscheinlich wie komme ich denn zu dem ja gut hier ist schon ein riesen haufen kohle also die kriegen schon einiges raus tasche entwicklung die sache wenn man da ein bisschen sehr keine freunde hat hallo hallo diesen hügel aus schmutzigem sand hier auch keine kohle wenn man abraumhalde abraumhalde ok dieses abfallprodukt entstehen wenn man schächte für die kohle abbau greift weil es dich interessiert hätte ich da noch mehr unnützes wissen für dich dann bitte nicht in höhen kennt man die abraumhalde aus irgendeinem grund unter dem namen schutthalde wow regionale unterschiede in der sprache wer hätte ich wollte schuld lesen wir gehen das noch mal raus ich möchte schuld lesen ne erseligen mine vorsicht pokémon bei der arbeit ist mir egal das ist nur für so quatsch war ich wollte schuld lesen es geht ums prinzip hä interessant da wurde fässer nicht drauf schießen durch die daneben alle minienarbeiter haben ihr eigenes pokémon mit dabei es könnte gut sein dass uns einem kampf herausgefordert wird aha also obacht alle mimocholo oder so waren pokémon die die steine ausgesehen haben bin ich vielleicht erschrocken mann unix zeigen sieht auch aus wie steine aber ex items ex items verkaufen benutze ich nie was für speedruns jetzt wirklich auch irgendwann mal gern wieder bananen auf welch rätsel hier also bild pokémon ohne spruch zu ja und wir haben vorhin gelernt mit zehn dass meine pokémon volljährig ergo ist die fast volljährig das ist wie wenn der 18 jährige mit der 17 jährigen flirte da kommt hin konnte doch und da aber irgendwie ein blut blut hallo flucht sei für den kerl ist nicht für immer da das ist was was nicht für immer hilft ist wenn ich dich im armen und sage ich hasse dich wenn ich eine frau bin naja das macht es auch nicht besser also na gut sagen wir einen schnellen kampf während meiner pause aus die hause ist pause wenn du flex wenn du die gleitzeit hast oder so dann kein problem nicht dass ich dir jetzt vom arbeiten was halt wollte vernahmen das ist jetzt eher ein name den würde ich elektroniker geben und nicht einem bergarbeiter so level 7 probieren wir mal steigerungs hier wie sieht denn aus ok ja es ist noch nicht step kacke 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 mehr toll wer in den angriff er die verteidigung steigt stark an die initiative ok aber mal wir machen uns mehr schaden was wir dann anwenden das nächste musste dann eventuell auch wollen jetzt aber schon plus zwei wenn wenn Oh, da haben wir das auch nix. Los, schau mir auch nix. Ich kenne schon gern Wasser Pokémon, aber Keu ist halt immer. Ist halt auch nix. Und es ist halt einfach Monster Untake. Jetzt noch mehr. Oh, der Tag sieht cool aus. Ich habe nur die Befürchtung, dass in der Arena die Level auch entsprechend höher sind. Ein bisschen arg aus dem Maul kriegen. Ich vielleicht nicht direkt mit Impact anfangen sollte, sondern mehr Impact. Also entweder überlevel ich Impact jetzt. Da habe ich die beste. Bis auf Level zwölf. Eine sechziger Unlichtattacke, die zurückschrecken kann. Ähm, Silberblücke weg. Uh, das ist strong. Schlimmer wäre, wenn jemand Dave umarmt. sagt, ich hasse dich, wenn ihm nebenherrn ein Stück Haare abschneidet, zu verkaufen. Hätte man heute. Mir wurden heute erst die Haare geschnitten. Ja. Ganz frisch. Mhm. Mhm. Direkt vor dem Stream. Ich glaube, eine halbe Stunde vor dem Stream oder eine Stunde vor dem Stream. Tja, da haben wir sie weg. Chance vertan. Müssen wir da warten, bis sie lang genug sind. So. Blech auf Level 9. Was ist das? Ach ja, Blech ist das gar von. Da war ja was. Vielleicht ist es auch teilweise aus Kohle und dadurch etwas empfindlicher gegen Feuer. Hm. Das Kristall-Onyx aus dem Anime war cool. Könnte Wasser nichts anhaben. Jep. Das von... Nee, warte mal. Oh. Nein. Genau. Das Kristall-Onyx war, äh, wo der Typ die Inspiration für seine Glasbläserei gebraucht hat. Und das riesige Onyx, das so wütend war, weil irgendwas zwischen seinen Steigen geklemmt hat. Das war die Folge mit Bruno. Ich dachte nämlich, Bruno war der mit dem gläsernen, äh, mit dem Kristall-Onyx. Aber das... Genau, genau. Es war andersrum. Ah ja, ich sehe schon. Herr Ron hat ein Anime geguckt. Ah. Wollt ihr, ich will irgendwie mal ein Pokémon-Quiz mitmachen. Hey, da steht ja schon der Arena-Leiter oder so. Macho! Hey, Bro. Ich geh mal in deine Arena. Ich will fight'n. Hadouken! Hey, sieh dir das mal an! Mit der Falleim-Attacke zurück und blablabla, kannst du felsen wie diesen in Windeseile aus dem Weg räumen. Bam! Pff, sogar die Faust. Hier fallen öfter mal Steine herunter und blockieren die Wege. Wir haben gar keinen Helm auf. Wir haben gar keinen Helm auf. Den jeniges Kind läuft in der Höhle rum, in der Bergbau-Höhle ohne Helm. Und dann sagt uns der eine Typ am Ende, er ist voll hier dauernd Steine runter. Wenn man sie nicht zertrümmert, geht's nicht weiter. Aber keine Sorge, sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, kannst du das auch. Dafür musst du allerdings erstmal den Arena-Leiter besiegen. Und der bin ich! Und er wird einfach weg! Hahaha! Los! Besiege mich doch! Besiege mich doch! Ach man! Weil er was? Kristallonix? Ja! Kind, volljährig mit Mütze! Jeder kommt gar nicht mehr mit! Ähm... 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 Volljährig sind sie in der Pokémon-Welt. Also das Kanon mit 10. Deswegen, ich hab's vorhin schon mal gesagt. Misty und Ash hätten theoretisch in Folge 1... Ne, in Folge 2... Da müssen wir erst in Folge 2. Hätten in Folge 2 legal in der Pokémon-Welt heiraten können. Also 10-Jährige sind Erwachsene in der Pokémon-Welt. Ich verrate dir etwas! Ich habe in meinem Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Ich verrate dir auch was! Ihr dürft das so wie es aussieht! Leopold! Doch auch nur... Oh nein, dürften wir mal schauen! Warum heiraten Dave? Denn nur als... Kannst auch... Keine Ahnung! Deswegen darfst du ja auch ins Casino! Oh, es gibt keine Casinos mehr! Das ist immer noch so traurig! Also können 10-Jährige auch 40 Stunden pro Woche arbeiten? Ja! In der Pokémon-Welt ja! Theoretisch! Also einfach mal, du kannst dir aus... Du musst aus Erwachsenen bist du glaube ich dort immer noch schulpflichtig wahrscheinlich. So wie es aussieht. Oder du bist Pokémon-Trainer. Du stehst über dem Gesetz. Keine Ahnung. Die ganze Story ist ein riesen Mess. Du bist zwar nur ein Filler momentan. Aber unsere Filler dürfen ja auch... ...gut sein. Walzer ist schon... Walzer ist eine Arschloch-Attacke. Vor allem wenn du einen Igler vorher einsetzt... ...erhöhst du ja nochmal den Walzer weiter. Aber wie war das? 150 war... ...der letzte Walzer. Aber wenn du einen Igler vorher eingesetzt hast... ...hat der fünfte Walzer dann 300 oder irgendwie sowas. ...das sich immer erhöht. Irgendwie sowas war das. Also du startest eigentlich schon auf Stufe 2 Walzer dadurch. Du bist mir vielleicht ein... Ja, ja, ja. Hm... ...gleich witzig ein Elter und als zu seinem 10-jährigen Sohn im Stream. Sag dir Junge, ich sag morgen mit mir arbeiten. Ne, 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 ich sag ja in der Pokémon-Welt. Nicht in unserer. Kleiner Unterschied. Also wenn wir schon gleich behandelt werden, dann möchte ich auch Pokémon haben. Okay. Jeder von euch darf sich ein Pokémon aussuchen. Leji ist natürlich jetzt mal ausgenommen. Und auch kennt ihr doch. Welches Pokémon würdet ihr gerne im echten Leben haben? Und warum? Dieses Machiolo bin ich auf Route 207 begegnet. Mittlerweile sind sie meine besten Freunde geworden. Ich gehe mich voll auf sie verlassen. Anscheinend nicht genug, dass du mit mir kämpfen möchtest. Gut. So. Dann wären wir hier fertig, wie es aussieht. Ähm... Passt. Dann haben wir mit dir schon mal gesprochen. Wie viele verschiedene Arten von TMs. Dann kann es ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Doch ich hatte mir schon mal... Und ja... Dann haben wir hier noch mal die Orientierung ... Eveli! Was zum Knuddeln und Begleiter. Ja, verständlich! Eveli, was kann ich nachvollziehen? Eveli ist cute! ich weiß wie es aussieht ich habe keine ahnung vom namen werde kuschelig könnte ich bestimmt zur fortbewegung nutzen das gehüpft hätte menschliche form das große wahrscheinlichkeit und weiblich ab soll das sind desaster pokémon ist wie passend klappe ja das kann sein kann sein also ich gehe eine ähnliche richtung wie yellow aber also ähnlich nur ähnlich weil ich würde mein lieblings pokémon akani nehmen weil ein großer feuer wolf der fucking flow schick ist auf dem bereiten kannst das ist cooler als auf einem pferd in die schlacht retten auf einem wolf zum flauschen wollen für die schlacht reiten der feuersturm von sich gibt das ist schon cool passt auf dein haus auf kann die version ich werde definitiv akani nehmen als wir das auch toll bei eboli ist auch cool absolut verständlich warum hast du bei eboli immer noch die option muss zu entwickeln ah ja da oben steht da die sau er fühlt sich ein bisschen zu cool habe ich das gefühl dem zeigen was jetzt also wie geht es zukünftiger jam es habe ich auch diesen ungenuldigen jungen gefragt eben hier war der hiesige arena das pokémon von vom typ gestein ein aufgepasst gesteins pokémon hassen wasser außerdem sind sie schwach gegenüber attacken kommt die pflanze aber beides nicht ja sie haben schon also ihre schwäche aber im kampf wird ja sie haben schon so ihre schwächen aber der kampf wird trotzdem kein kinderspiel man wird nicht alleine leiter wenn man seine schwächen nicht gut ausgleichen was könnte er denn gegen kampf haben dass wir gut gegen kampf psyche und gesteins pokémon kann keine psycho attacken werden in der regel kann man gar nicht auf dem level ist er noch gut gegen kampf flug gesteins pokémon kann keine flug attacken nein ich glaube mit der wobei habe scheiße wir sind ja ein feuer pokémon das sind die kampf attacken hat fack fähig mit dem typen kennen den kennt doch kein schwein also den kennt man schon aber ich habe auch keine ahnung ich weiß der ist schlecht gegen da oder war da gut gegen stahl ich weiß dass es eine wechselwirkung gibt zwischen fehl und stahl ich weiß noch nicht in welche richtung warum wir sind feuer pokémon das eine kampf hat er hat das ist schlecht sich mit feuer pokémon auf gesteins pokémon zu stürzen kann ich auch nicht empfehlen und mehr tipps habe ich nicht danke was zuhören die stadt ist effektiver fehl dann halt so hoch da anerkennende trainer bomb na toll bobo ist hier du hast dich nicht an mir vorbeigemogelt ich will wissen wieso du das nicht getan hast weil geld und xp ganz einfach doch nicht dass er kamen die tür passt ich bin halt immer voraus habe ich mache dich trotzdem fertig akani passt schon da kann ich doch nur so wie misst man akani jetzt schulterhöhe kopfhöh oder von hintern bis kopf also gehen wir mal auf hunde wie müssen die körpergewisse von hunden wirklich von boden bis höchster punkt wie bei uns menschen oder wie war schlangen von anfang bis ende steigerung schulterhöhe ok würde er dann sagen akani würde da reinpassen akani so akani sind wir sicher wenn die schulterhöhe von 1,9 metern wer krass warte mal ich muss mal ganz kurz gucken so akani ok das akani von gary das glaube ich ein tick größer als gary es können schon hinkommen aber ich würde eher sagen die 1,1 meter sind an kopfhöhe also schädeldecke man sieht akani leider englischer begriff kann noch mal nebenbei ein bisschen was ich will diese figur haben warum kostet die über 300 dollar und ist nicht verfügbar das ist schlecht dass ich die schlecht mich nahe ich verklicke mich die gemein dinge passieren moment was passiert hier bei der normalen abonnenten mit geben mit pride gaming dankeschön als fünf am stück schon insgesamt vielen vielen dank wenn ich jetzt habt werde ich google guckt euch das ding mal an die figur ist schon geil so kleinstand ist der gegner wirken es los bis ich hatte einen empfangen mit einem kleinstein nach nach hava hat er ist schon geil und licht pokémon general sind cool weil ich pokémon sind in der regel ziemliche arschlöcher weil der unlicht typ heißt also bei uns im deutschen eigentlich sehr weird also was den namen betrifft bei unlicht im englischen ist es dark aber im original japanischen wäre es eigentlich was richtig übersetzt evil also böse eigentlich ist alles böse pokémon die figur wäre schon ziemlich ziemlich cool bald ist weihnachten magst du mir so eine figur irgendwie organisiert und schenken dann bin ich auch mal wieder nett zu dir derzeit nicht verfügbar ja muss nur tief genug im internet kram dann findest du alles ich habe das gefühl dass mit feuer pokémon ich probiere das ist mir egal ich krieg das hin alle rafael lass dich mal bitte verhauen weil der andere junge meinen affen getötet hat so 8 so mal gucken was passiert hier gegen glänzend was einigler nervbolzen setzt danach mach einfach weiter ist eigentlich gut wir erhöhen er erhöht zur fähigkeit schaden kann aber nur erhöhen mach noch mal einigler 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 go 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 ich hasse es wenn mords anwesend sind wenn dann ist eigentlich nur zu boh und ich kennen uns seit 12 14 jahren irgendwie so viel mal daumen oh nix nö das mal selber schuld ja bob ist da wirklich selber schuld links weglaufen können dass sie zu motz gemacht ja als ob du noch lebst aber es ist kaputt was das hat mich auch getötet hat das geht sehr effektiv war das ja okay ich bin schon flammelt über bloß jetzt wirklich auf 11 14 schon auf 16 bitte ich habe mal mit bob vor der tür zusammen von einer freundin gehockt und wir haben auf meinem laptop damals noch aus dem korte spiel das ist elf jahre her oder so hat ganz normales verhalten stein stärke 50 und sagt das flug pokémon boden das ist ja ekelhaft good old times was dave ja und mich haben einige gute stories seit alt das auch die wir aber nicht im stream erzählen können so ich muss wahrscheinlich nicht man muss gar nicht mehr speichern aber ich würde den lose auch komplett in kauf nehmen wenn ich verliere aber man speichern halt trotzdem immer noch das hat man früher so gemacht willkommen dieses die arena von erzlingen ich bin zeit der arena leiter meine gesteins pokémon sind mein ganzer stolz dann zeigt mal dein können als trainer und die stärke der pokémon die mit dir kämpfen ich finde ja er fordert eigentlich mich heraus das finde ich immer noch das hätte man nach all den jahren doch mal anfassen können aber na gut so wenn du mit kleinsteine öffnen dass ich möchte ich mich auf die plus sechs kommen deswegen jetzt ein egler ein egler bitte 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 das ist wenn ich wechsel er fängt halt mit einem setup an was ein pisser ein egler ein egler nein nein das doch nee nicht okay jetzt wird aber plus zwei ändern was habe ich gesagt ich habe mir nicht zugehört du bist da angriff plus eins mehr für zwei wir jetzt in der situation besser gewesen aber man so die auch super cool oder blick so gut nee aber er hatte drei ne oh stimmt er hätte noch ein fossil pokémon das weiß ich noch wenn er nicht beide dann weiß ich bitte one hit bitte komm quitt aber nicht viel aber überhaupt nicht viel komm für eine plus drei attacke überlebt 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 danke war mit dem boost von gerade eben müsste das jetzt tot sein damit sind wir jetzt bei plus fünf das ist fast maximum das ist schon echt strong das ist glaube ich mal zwei und halber mal drei lecker weiter mit zehn jäh jäh vom vogel weiter mit zwölf jäh belegt welches doch ihr am wenigsten für das leben geeignet halte ich schnauzig alle ich fand ich kognodon ne er kann plus fünf attack boost glaubst du du kannst das nächste pokémon auto text danke wie immer eine freude überbrückung was denn überbrückung so wie du bist schneller gut warm easy impact hat gewägt zahlverteidigung relativ ausgeglichen der angepasst staunlich low platz vor dir ja ich glaube einer macht 8 oder so 18 minimum 36 maximal 90 was macht kürzer 40 theoretisch kann es ein bisschen weniger sein aber im schnitt höher aber dort zusammen kolumbien die drogenbosse alle unterworfen wurden was ja ja auch nur dann blut drama frau und das alles dabei für deutsch dann versucht hat man nie also ja hier vor teckel vergessen nicht nicht erlernen danke ich ins bette mein tag heute nicht so viel spaß dann erholte ich gut beidemann mann schön schlafen okay wir sind fertig mit der arena hoch erholte gut lauf dich aus ähm träumen von zwei bier zwei bier ist immer gut träumen von frei bier das ist ein guter traum morgen ist besser ja genau morgen wird es besser sein auch wenn es dann kein frei bier mehr gibt das darf nicht wahr sein dabei habe ich meine pokémon mit so viel hingabe trainiert seit gestern dem level und der für die kaffee ich habe keinen kaffee hier auch geil das war mal voll vollbild screen dings bums eine coole animation es sieht so viel cooler aus jetzt zu einem pannpyro hm stelle der fliegt was nope oh geil man kriegt bei der entwicklung jetzt sogar den decks eintrag das ist ja mal eine coole änderung es stürzt sich kampflustig von decken und wänden auf seine beutel bitte was dann lohnt und das schweif dient ihm ebenfalls als waffe also da könnte man ein paar frauen frauen ähm so jetzt sind wir auch ein typ kampf toll nach der arena äh egal wir haben einen step move tempo hieb ähm gucken wir mal tempo hieb hieb 40 einfach mal extrem schnell hiebern also eine ähm plus attacke aber es ist einfach nur wir sind definitiv zuerst dran mhm versus wir werden immer stärker und base sind sie beide gleich dann würde ich den tempo hieb echt nicht erlernen weil der verhöhler kann uns immer noch irgendwie retten wenn wirklich einer anfang mit oh hey doppelt ihm doppelteam doppelteam die jone das ist lieber ein paar teckle oder sonstwas mhm mhm ne tempo hieb ist nicht gut nein nö 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 das ist beschämend ich habe gegen einen trainer verloren der noch keinen einzigen orden besitzt ja da ist nichts zu machen du hast stark und nicht mal schwach so ist das nun mal nach den regeln der pokémon liege wird jeder trainer der einen arena leiter besiegt mit einem orden belohnt die erste den offiziellen kohle orden der pokémon liege das sind kohle wir haben ja der kohle orden ermöglich ist mir die vm attacke z immer dazu verwenden und die hier gebe ich dir auch noch m 76 ah ja was kann die so enthält die attacke tarrensteine das hat abattacke die wir gegnern schaden zu den neuen in den kampf kommen das ist die sticker die ich verwende es nehmen sie bitte als geschenk von mir an was für sticker eine tm bringt einem pokémon die enthaltene attacke sofort bei aber du kannst sie nur einmal verwenden daher solltest du dir gut überlegen welches pokémon die attacke erlernen soll genau aber was für sticker das ist wirklich nicht mehr ja 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 ich spiele pokémon seit lange ich habe echt keine ahnung wie alt war ich denn was ich mein erstes pokémon spiel bekommen habe sechs oder sieben wegen lange also und 20 jahre minimum das minimum ich bin wirklich alt er beträgt dich am ende was ein stück kohle ich möchte mir das mal gucken wenn das und y geil cool nein so warum apropos orden ich hole das jetzt mal ganz schnell und muss noch mal kurz angeben ich habe bestimmt schon mal ein paar mal gezeigt aber das ist halt einfach cool so wir gehen wir ganz kurz hier hin ich hab schon Staub angesetzt ich hab's aber noch nicht aufgehangen diese Boxen hab ich mir selber gebastelt einfach so dicke Bilderrahmen ich weiß gar nicht wie man die nennt ich hab mir solche gekauft Schaumstoff hinten rein Pokémon-Orden gekauft hinten rein und meine Pokémon-Spiele rein bei denen ist die Batterie sowieso leer einmal für Gen 2 eben das ist, warum ist das so beschlagen das gleiche für Gen 1 einmal das ist sehr beschlagen das ist der Dampf aus der Dampfmaschine ihr wisst Bescheid aber ja so spiegelt so es so völlig ein cooles Projekt ich wollte immer mal da eigentlich da über die Heizung hier hängen aber hm irgendwie hab ich es dann doch nie gemacht weil ich es dann doch nicht so gut auf Position fand ähm ich bring das doch nochmal ganz kurz weg Moment. So, ich hatte mir das auch überlegt für Gen 3, aber für Gen 3, ich habe keine Rubin-Version mehr. Ich hatte auf jeden Fall mal eine. Aber, bespeichern mal. Wenn ich den Orden bekomme, bespeichern. 3 Stunden 45 für einen Orden. Ja, ist okay. Minus 2000 Euro für Dekos. Ich brauche mir lieber noch eine Grafikkarte, um es aufzunehmen. What? Ne, ne, das ist nicht teuer. Ich überlege gerade. Also der Schaumstoff war spottbillig. Der kostet ein paar Euro. Die Orden, das Set kostet irgendwie so 16 Euro, 15, 16 Euro auf Amazon. Ja gut, und die Spiele muss man halt haben. Und der warmen kostet auch nicht viel. Ich glaube auch nur so ein Zehner. Also ich glaube insgesamt hat mich das Projekt 50 Euro gekostet oder so. Ne. 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 Ach, ich will jetzt mal da um. So. Ja, wir sind fertig hier, ne. Dead end. Da oben brauchen wir mal Fahrrad. Ähm. Ach ja, jetzt können wir... Ne, was meint. Die Steine in der Höhle nach Norden weg machen. Runs! Ach, Dave! Du hast dir den Orden also geschnappt. Wie? Der nächste Ort mit einer Lena dürfte dann wohl ewig genau sein. Ewigen auch? Ewigen genau? habe ich recht was so schön und 207 aber ohne fahrrad kommt man da leider nicht weit haben wir schon gemerkt immerhin konnte ich meine polen ordentlich trainieren denn gelegenheit zum kämpfen gab es reichlich der abstecker hat sich also gelohnt jetzt gehe ich zurück nach jubel stadt der ordnung und eben genauer besteht als nächstes auf meiner liste noch zehn sekunden bis ich abflüse 9 8 schon zeit für ein countdown über aktive menschen ein großer perfekt machen wir das so ein wildes bini zersitzte drüber rein ok es ist immer ein bieter naja sonst ist es einfach nur vor baum ok es gibt bewundter ja total nah mit der schätzung moment eine items da drinnen nein warum warum müssen da zwei hintereinander sein das ist halt oder das erst mal was also die animation mit dieser ja ich habe es nicht verstanden aber warum muss hier jetzt zwei steine hintereinander sein also generell warum muss das hier noch mal sein das ist ein kleines abpacken des spielers was glaube ich war im original auch schon so langsam er selbst fast ein witz jeder allein koko schönen guten abend na alles klar auch am pokémon spielen wer für euch spielt eigentlich wird nebenbei auch oder wer hat es denn eigentlich auch die yellow ist mal ja 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 kontrolle ich darf ich soweit vor hoch das immer mit fahrrad kepperts ja möchte ich einsetzen ja möchte ich einsetzen meine güte ach ja da hätte insekten stellen das gilt für sein knospen mit mäßigen wesen zu fangen und hier ja 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 noch jemand wir kommen hier nicht mehr weiter über dieses wesen welches hast du oder diamond aber irgendwas selten ist mein handy was ich meine wohnung hau okay ist natürlich doof dann yellow schlaf wunderbar damit es war keine fünf meter und ich habe noch nicht ich würde ich mitten im ersten mal nein weil er mal cloud nein wird mit wolke sieben übersetzt okay mal klar zu kommen mal gucken ich hätte eine dumme idee gewesen sein ach man mit fucking kratzfolie gekillt aber eine freunde wollte diamond ok ich habe beide bestellt habe mir und für mich pearl ausgesucht und schickt pop die diamond nach weil weil deswegen genommen weil es gibt zwei vogel in pearl ich hatte auch bock auf habe ich mit der eigentlich schon geredet nöne diese kleine erhebung auf dem boden über die muss man volle pole mit dem rad fahren ein irres gefühl müsste ich sogar noch ich hätte auch bock auf hier klar mox und kram chef aber dann hätte ich kein geist pokémon also nicht mein lieblings geist pokémon deswegen den nackenschmerzen hoffen dass die später wechseln und heißt duschen was einfach wenn wir in die dusche gucken und und lassen auf den nacken mache ich in der frühe mich heute früh immer nackenschmerzen die ersten zwei minuten in der dusche sind einfach noch heißes was einen nacken laufen lassen und zu den meistens nicht immer da haben wir ja noch ein stopp ist jetzt einfach eine feuerattacke ein ich habe vergessen dass es sich ja schon entwickelt habt wir haben wir dadurch auch noch mal eine tech wo ist das andere könnte gar nicht einsetzen muss der glute einsetzen das ist okay wenn du keine akkorde hast alle jungen wobei du solltest vielleicht eine haben das müssen wir nicht sogar useless sogar als mitnahme pokémon ok 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 weil wir haben den habe ich ja vorhin aus versehen schon eingesetzt verdammt der elfte geile schnelle real sim shady ich liebe diesen namen immer noch für den so gut so was kann das denn nein entern wird auch nicht teil des standard teams gibt auch keinen namen ich habe mich entschieden ich werde wieder nur gen 4 pokémon eben nehmen für gen 4 game entern das enden pokémon setzt es eine seltsame kräfte dann kann es sich danach nie daran erinnern deshalb neigt es stets verwundert den kopf zur seite das heißt das ding ja moment es muss ja dann wirklich wie so ein metronomen erinnerung keine erinnerung erinnerung keine erinnerung weil sehr konstant verwirrt du kannst du dich konstant verwirrt sein was habe ich vor zehn jahren noch mal gemacht nee das funktioniert nicht nein mit der erklärung kann ich nicht leben bist du kein spitzname aber wir werden mich erstmal behalten als auffüll pokémon das kann den wegkommt so hat kein weg noch was du hast du hast ja ich habe mich extra für trauenvogil und trauenvogil dafür entschieden aber frostet hier ist ne geile ist was der gen 4 der geist eis das ist richtig gut weil ich habe überlegt will ich sagt glatziola oder nicht durch deine kannst du einsetzen ja 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 hinter bis ich und ich kann ich ja machen dass ich das war später ich weiß auch was ich vor zwei wochen getan habe ich weiß nicht mal was ich von der stunde gemacht habe ich kann jetzt mich dann erinnerlich stream gerade als wenn ich von der stunde auch gespielt haben aber ich könnte nicht mal sagen was ich hört mittag in der mittagspause gemacht habe eine ahnung ich weiß wie es aussieht das heißt immer ich habe dann im klar gleich gläser gläser im englischen und im deutschen heißt für nontor gab damit fast entwicklung denn viel wieder die animation also für die spieler glaube ich ist ziemlich ätzend mit den ganzen animationen und delays zwei meter vorm ausgang natürlich noch nicht was der team aber wirklich ein ding was hat die magisch wie man die story ist es irgendwie eine frau die auf einem hügel auf einem eisigen berg erfroren ist und jetzt irgendwen heim sucht irgendwie so war die story dahinter wird auch wieder total abgefuckt wie halt immer bei geist pokémon eventuell mag ich geist pokémon weil sie abgefuckte bist sicher sind ja komm das heilen immer hier das hätte ich mir schon cool wird definitiv zu meinen lieblings geistern war hier der kronleuchter der ist schon fünf genauso wie tromburg und channel und tromburg und dann 500 gen 6 beide immer ich auch echt gern bei so ein trick aus etwas der story aber du kommst wie gerufen diese zwielichtigen gestalten hier geben einen ziemlich unsinn von sich das ist unerträglich also gut bringen ihnen mal ein paar manieren bei ich bin ich jetzt der schläger von dem rentner was zum menschen herr pokémon professor war machen sie es nur so schwer wir sind aus zwei geschäftlichen gründen hier werden sie es ist ganz einfach sie geben uns ihre forschungsergebnisse und im gegenzug sorgen wir dafür dass ihr assistenten nichts geschieht los ich tun wir uns zusammen unterteilen diesen miesen typen eine lektion ok es ist einfach nur vorbeilaufen und wirst in der straßenschlägerei verwickelt nur will er irgendjemanden kennst warum wampel und super job kann ich die last kill ich habe so kein bock auf super schall scheiße ok das rauner geht dann denn der zogal gewesen überlebt mit einer papier und haut mir noch ein super schall ins gesicht ist so sauer geworden der gott von rizem schädigt dankeschön für deinen start mit prime was ist denn los heute an den vogel vielen vielen dank ich glaube das ding verbrennt einfach da bleibt nicht mal asche mehr übrig wer die asche ist weg wir müssen gott wird man wieder ein bisschen leveln und haben wir so eine zu groß im balance doppel team ja wie kann es sein dass wir gegen kinder verlieren das ist absoluter wahnsinn wo wird das nichts zeit zum rückzug diese mission ist fehlgeschlagen über 1000 support ist kein wort ihr lasst uns keine andere wahl werden uns das erste zurückziehen so schnell team galaktik mal wieder unter dem weiß dass ihnen das wohl alle am herzen liegt was ja diese übel team galaktik schimpfen sie sich also sie gesagt haben bereitet mir kopfzerbrechen vorgum anscheinend bei ihrer entwicklung eine art energie frei zu setzen so weit so war meiner meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle kraft die weitaus außerhalb unserer kontrolle liegt team galaktik scheint diese energie jedoch zu irgendeinem zweck nutzen zu wollen nach deswegen warum es ist ziemlich schnell entwickelt egal wie wir sein das war ein beeindruckender kampf du hast wahres talent bewiesen wie du seite an seite mit deinen pokémon gekämpft hast ein sagenhafter anblick es war die definitiv richtige entscheidung von mir die den pokédex an zu vertrauen ja ja da bin ich auch total hinterher wusstest du dass der professor auch die entwicklung der pokémon erforscht seinen studien zu folgen stehen rund 90 prozent einer pokémon in zusammenhang mit dem phänomen der entwicklung die mal daumen würde ich sagen ja ich frage mich ob außergewöhnliche pokémon auch zu besonderen entwicklungen neigen jetzt steht die aussage nicht wenn dann wirklich ein pokémon oder nicht jedenfalls ist das nur umso mehr grund für uns fleißig am pokédex zu arbeiten und so den professor bei seinen forschungen zu unterstützen und wechseln sie okay das war das ding gerade du bist der kraft drauf diese typen seien echt gefährlich aus aber gegen dich hatten sie nicht die geringste chance ist echt ein stein vom herzen gefallen ich habe mich noch gar nicht vorgestellt ich heiße lana und körper nämlich ein herz um die verwaltung des pc ist jetzt hätte meine namen ein egal als dank dafür dass du diese torte besiegt hast werde ich dafür sorgen dass du von so gut wie überall auf seinem pokémon box zugreifen kannst außerdem würde ich dir gerne diese ball kapseln schenken du hältst einige ball kapseln kannst nun die funktion kapseldeko verwenden mittels kapseldeko kannst du ball kapseln dekorieren das feature ist ich nie verwendet habe in dem du sie mit stickern beklebst du willst du die dekorierten ball kapseln dann an die pokémon seiner lieblings pokémon an sind beim wurf des balles tolle effekte zu sehen außerdem erhöhen sich den sieg chancen bei der super wettbewerbsschau in herzhofen in das dicker verwendeten die chance das wird nur eine sache an deiner stelle würde ich da mal fleißig sticker sammeln wir haben sticker bekommen haha in diesem sinne tschüssi okay so soll verboten ja ja es ist ungern gesehen sagen dass man so aber dass er jetzt gerade auf den namen und den gag bezogen weil es ist ja alles okay und ich gebannt bin unter dem da fliegen erkennt das wohl nicht ja weil er im namen ist es was anderes bots gehen nicht auf band wird in namen also zumindest die haben den guten tag die figur gekauft das mit dem dislik button bei youtube ist dumm das ist absoluter bullshit weil du dich auf den ersten blick zwischen trash video und guten video unterscheiden kannst kapseldeko auch den punkt bei der falschen muss aber wehen dicker anbringen moment was feine steigt ist alle um wirbeln cool genau in die mitte explosionen blaue flammen bohr geil die kleine flamme war argomond also jedes einzelne bestätigen damit jedoch nicht ach keine ahnung jetzt hat das magnetfeld die felsstücke an und dann machen wir das nach oben das nach unten damit das hochgezogen ja blütenblätter passt nicht und fertig aber dann nochmal feuer auch noch hier hin pinkfarbene luftblasen schwarze lauch und zack zack hinten in der mitte gelbe bändchen schwarze herzen ok das ist das speichern kann ja mal zurückgehen ok pokémon impact ja mal gucken wenn ich mich hart muss dabei falsch und ich weiß es auch nicht wir haben nicht viel schaden bekommen oder oder gar kein eigentlich doch fünf war egal so jetzt können wir aber hier lang so jetzt hier gucken wir mal und kriegen wir jetzt einen coolen effekt habe ich was cooles gebastelt bitte die blauen flammen überdecken alles andere egal was noch ein gebäude vergessen kann man hier jetzt hin nee voll im gange geht nicht und alles andere war ja vorher auch schon wir haben den orden wir kriegen ein neues modul ne ich bin der präsent der poketsch gesellschaft deine geduld wird nun belohnt ich habe nämlich eine neue app für den poketsch entwickelt jetzt die notizblog app so installierst die app auf den poketsch der notizblog ermöglicht es dir nach beliebenden riezen zu verfassen ich will ein penis auf mein bitte sein notizblog und ja den arme hält was er verspricht ich möchte einen penis malen wundervoll tolles spiel 10 von 10 so das meinte ich aber nicht das meintest du nicht verdammt was meinst du denn für ein bisschen geheilt werden nach der fähre wenn eine kugel magazin fiel das meintest du nicht das ist noch ein bisschen da oben eingeblendet aber der clown davon verkackte mods alle mods einfach anmoden dann kann ja keiner mehr was quoten was schlimm hier ich werde bald werbespots im fernsehen ausschleiden lassen und noch mehr kunden ins kaufhaus zu locken kapitalismus pokémon möchte mehr wie ein pikachu werden willst du gegen mich antreten ja gibt geld aber warte mal kämpft sie jetzt weil sie das pikachu sein möchte darf ich irgendwas was hannelore schnauze ich mag es nicht wahrscheinlich einfach weil es zu overuse ist und auf den sack geht das verstand da gehört irgendwas ist gesunken stiegen problem ist ich kann noch nicht mal mit steigerungslieb arbeiten was wahrscheinlich statik hat an gewünscht ach an gewünscht egal wir machen spezialattacke aber das ich wenn wir jetzt erst auf um der hinteren um den schweif sehr viele ist sehr rot ein spezialangriff muss höher gehen enton ja normaler kratzer gleiche bringen und da war ein timeout einzige pokémon dass der namen sagen kann und evoli mittlerweile ich weiß es nicht wie es hier ist so in den let's go teilen zumal sagt evoli auch seinen namen ja ich habe ja einen kleinen stein irgendwann wirst du es lernen sollte jeder bot automatisch machen alle die pikachu mögen ist ja schön dass ihr spaß mit dem viech habt ich hasse es bitte habt keinen statik gut aus wobei es triggert ja auch nicht zu 100 prozent glaube ich spezialangriff steigt stark ja du hast aber eh nur das ist schneller deswegen kann es nicht zurückstecken wenn ich kosten mit mäßigen lesen dann glückwunsch das ist ich wollte auch noch gucken auf welcher gut ist knoß genau den punkt ist durchgehen gucken was man da mitnehmen kann der knospie war auch noch zu der zu wasser wade bis endlich das für wir auch noch eine idee das ist eigentlich alles noch fehler aber so nach dem motto hauptsache irgendwas dabei was irgendwas kann und evoli kann seinen namen sagen gibt es ich bin auch das pokémon let's go evoli ja wo die wird zu sämmechen ich wollte selber nachgucken das ist keine phase aber du verstehst es einfach nicht guck doch die haare an es sagt genau das aus luxio neuer eintrag das funken pokémon es berührt artgenossen mit seinen vorderbeinen und teilt diesen seine gefühle über rhythmische stromstöße aus seinen krallen mit ok elektronische fingernägel das ist next gen definitiv erst los toll ja ja es wird stärker brauchbar noch filler so lange der effekt ist cool bei einem staravier ja nicht immer ist die mittlere edgy zum beispiel shellock ist jetzt nicht so edgy oder dragoneer staravier das star pokémon es lebt in wäldern und auf wiesen treffen schwärme von ihnen aufeinander streiten sie sich sogleich um das servier einfach nur nach 15 vogel auf deutsch ich mag die zeichnung es ist einfach nur ein missglücktes kleeblatt wenn jemand verweckt das ist so gab es noch noch x ah ja die rote es ist ja sogar dann jetzt sogar den ganzen tag da bin ich auch noch mal irgendwelche ja was ist das das ist der wald da will ich eigentlich heute noch hin auf jeden Fall ich möchte mein taunt vogel haben jeder war das bittchen gute nacht ich sage was dabei so muss wir ja hab eine wunderbare gute nacht das ist ein guter mod ne die quodet nix und das war ein fossile pokémon und dann haben wir wumple ist ne wurscht na dafür habe ich jetzt zu lange gewollt der pikachu na toll haben wir schon da in der ecke finden was finde ich regelmäßig trainer ein die lust auf einen pokémon kampf haben früher fanden dort gesangs wettbewerbe statt doch heute lässt sich alles ums kämpfen in welcher ecke die ecke wo die kleine glatt steht in kleeblatt naja es wird halt immer größer mal wirds größer mal Witz kleiner im zweiten Claiffer in folge gewonnen wie viele punkte gefangen hast du kannst ja auch aufzeichnung andere trainer ansehen willkommen vor der säcke will das war das ja 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 wo nur das weibliche sich weiterentwickeln kann und hat es nicht nur eine 25 prozentige chance weiblich zu sein oder irgend so ein schmarrn trägt das etwas weiß ich was mag das sein sie uns das mal näher an macht zeigt doch mal her auch mein finger ist mich gleich nicht leicht kratzen menno wenn man witzig stechen aber aber gut will die war denn wir können also ein glas honig tragen vielen dank war die hier ist das honig zurück aber es hat mir schon wieder gekratzt an wann sie wie kratzer lernen ist die frage oder schnitzer ich habe es geschafft ein pokémon in rage zu versetzen und zeit zu geben bis bald wenn man den anderen noch nicht sagen wir mal die kurze oder den ball kam sind ebenfalls mit stickern mit total in der galerie im ersten stock kannst du bald kam sind in aktion sehen und über was die von überaus erfahrenen arena lande entworfen wurden werden absoluten und plus endet und minus attack und die minus attack ist mies ungünstig erst davon morgen bist du ein pokémon strahlter förmlich und deshalb habe ich ja geschenkt für dich loder stick ich weiß nicht was ich machen soll welches access war passt beim besten zu meiner heutigen kleidung alles ja das sind die galerie dann verstehe schon ja wenn der pokémon oder wie im erdgeschoss ein glücksei gewonnen wie oder wie war der mal glücksspiel halt moment wo gibt es glücksspiel arena leiter und arena leiter und sind sowas von kohl davon bekommen sie erst zu sehen wenn man sie im kampf besiegt hat also von weit weit wir ja 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 met feinkgia auch hier auf ihrem as pokémon auch hier auf ihrem auch hier ist pokémon anders sportive kapsel deko erfahrt in der arena leider bewundern das soll ein französischer dialekt sein aha ich verstanden ich bin nämlich klug mit g klug ich wollte sogar nicht hier rein aber welches stocken möchten wir denn das hat noch ein drittes was für ein tolles pokémon überhaupt zu entwickeln ja das ist besser als gen 3 pokémon dass ich nicht entwickeln lässt es gibt mehrere gen 3 pokémon die sich nicht entwickeln lassen welches speziell meinst du denn aufzeichnungen von rekordensklasse denn man spürt förmlich all die damatischen geschichten die hinter den bloßen zahlen verborgen liegen hier total das ist alles eher weniger und hier muss ich sagen ich habe etwas ganz tolles herausgefunden wenn man viele pokémon tauscht hat man eine höhere chance bei der pokémon lotterie zu gewinnen ja wie geht es dir ich bin der tv produzent ja mal zur weiteren planung unseres programms ist es die meinung von zuschauern wie wir besonders wichtig ich gucke überhaupt nicht zu da wärst du so gut ja aber ich gucke euch gar nicht ja von mir aus vielleicht gibt er mehr geld oder items danke dass du dir die zeit für diese umfrage nimmst also kommen wir gleich zum punkt was ist deine lieblings fernsehsendung der absolute wahnsinn weil ich mir alle rosen mag ob dem am nächsten das ausgerechnet so ein programm dein geschmack trifft zeigt mir dass du in der branche durchblick hast ja ja ein solcher zuschauer zuschauer hat sich eine extra portion sticker verdient bitte herz dicker f total ja jetzt habe ich die wort gefragt naja erst meckern und dann keine antwort haben das sind mir die liebsten der raum für die gruppen klassifizierung befindet sich bei der treppe rechts daneben liegt der raum für die internationale klassifizierung hat hallo typ mit der angel ich bin wirklich sehr ungeschickt wenn es um pokémon kämpfe gehen aber davon lasse ich mich dass sie mich entmutigen ich versuche stattdessen einfach den welt über dem anderen von pokémon aufzustellen und lag jemand hat meinen rekord empfangen von pokémon gebrochen ich werde jetzt einen rekordbrechen und meinen platz zurückerobern ok das funktioniert irgendwie nicht tut mir leid ich bin beschäftigt ich nehme gerade feineinstellungen an diesem ding vor ich nochmal mit dem mit welchem potter ist doch schon ein nein potter ist schon zwei wie bitte mein arme steht nicht in der langliste das soll wohl ein witz sein andererseits habe ich auch noch nie an der super wettbewerbsshow teilgenommen ich wette es wäre das gefühl wenn ich hier die nummer eins werden könnte der umfragetyp noch mal den umfragetyp an babbeln welche auswahl welche auswahl durchblick hast sein pokémon renner aber dann lasse ich mal meine beziehungen spielt und so dafür dass du von nun an bestimmte geschenke erhalten kannst du es ich mag geschenke aber hier findest du eine lang dass sie der mitglieder seiner gruppe ich habe keine gruppe wenn ich den lang der anderen sehe sprung ich das noch mehr an dann kann ich doch nicht schlechter abschneiden als meine freunde diese landlisten sind schon was feines ich werde auch eine gruppe gewinnen und gegen meine freunde antreten ja 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 mach mal für seine feiner stelle aber will ich wissen ich will es eigentlich nicht wissen wenn ich schon mal gequatscht auf der jahre haben wir schon das ist aber super jeder kann mitmachen so lautet das motto unseres fernsehsenders okay ich möchte die abend nachrichten und bitte moderieren und intendant jetzt gehen wir ins menü irgendwann lerne ich dass es nicht plus ist also erst mal den noch schnell wer weiß vielleicht bringt unsere fernsehsenders unsere fernsehsenders deine heldentaten einmal auf die matscheibe dieser welt ja gucken wir mal gibt es denn schon was gibt mir quasi wäre ganz okay von anfang wenn ich nicht online ich bin online auch danke also speichern auch noch kein geschenk alles umsonst ja das will ich haben definitiv der animation wenn sie aus so etwas drücken pokémon wuchs warum man immer was drücken muss und nicht nichts dran steht so platin outfit hier haben wir kann mir hier doch pc boxen wer fliegt raus boden haben wir sonst ändern muss ich fast bleiben gestein ist gut gegen flog ist elektro auch gescheit ist gut gegen feuer ist wasser auch der kleinste kann eigentlich raus ich will das ausblüten ich sage nichts mehr nein nein ich habe wieder ganz alte sache im kopf 99999 aber danke für den tipp da wäre ich nicht draufgekommen das hätte ich irgendwann nein irgendwann mal gemerkt so stimmt doch was nicht da fehlt was irgendwie ein geiz nachgucken müssen also hey das ganze am anfang und spielt irgendwas nicht gemacht ich habe nicht mehr dieses gebäude gedacht so ich war nicht hundertprozentig vorleifener naja ok beide sind angeschlagen ja ja da kann man mal ins poket sind ergeben das ist ja ja glaube ich das kann es ja nur nicht zuvor entdecken also ja aber es wird ja auch gesagt sprich mit allen genau wegen sowas ach eier werden nicht mehr geheilt die früher interessant wurden ja auch geheilt aber der gegner oben weiß lang genug da ich bin müde und das ist nicht gut da haben wir gerade mal von einer elf links oder rechts links oder rechts wo wäre der richtige weg geradeaus ist es nicht sehr hilfreich er ist nur unheilig sofort heiliges wasser was haben wir denn hier er sieht nach dem wichtigen weg aus man denn weil wir sind eier unheilig bühner legen auch eier und sie sind gottes geschöpfe das ist nicht unheilig sein ja da sind halt im effekt so weit ja der effekt ist weil man weiß dass da was sein soll achten wir mal auf der kommt dann zu tun und wir den halt noch es war passend und dann ist jeder felsen hier nicht nur nachdenken wir gehen einfach einfach gehen er legt gerade ab wann kann man so schutz kaufen in der weg so ein bisschen schutz in der märkte protection das wichtig durch und bekämpfen blablabla blablabla was sind jetzt auch nach pokémon verschiedener typen wenn du dich auf pokémon eines typs verschleifst werden die gegner die diesem typ gegenüber im vorteil sind das leben schwer machen das ist wichtig das hast du wieder kann mein kleiner lasst uns kämpfen und währenddessen den duft der blumen genießen nachgarten der roma lady oder was hast du nicht gesehen und die ein schleier das bösen und ich umgebe nachdem das eingegessen hast ich habe keine gegessen nein gegen mich zum beispiel zu wissen wahnsinnig finde ich prinzipiell gut level sieben waren wir nicht vom level schon mal etwas höher so 15 oder von mir aus auch 12 13 für normale trainer naja oder das habe ich auf dieлушай die k 되고 die die kirche ja genau dass dinge weiter twins so ein Pokémon-Go-Zoom-Plätzen zu fangen. Ein Quid auch noch. Ich bin ja richtig tot, mein Lieber. Wow. Für jeden Fall, wie du passt. Oh, ich war gar nicht richtig müde, ich bocke richtig ab. Oh Gott. Nicht gut. Und durch sind. Ha, ich will trotzdem nicht kämpfen. Sag mal, was hältst du eigentlich von Käfer-Pokémon? Gut fürs Early, schlecht fürs Late. Da Matthias, da Matze, da zerputzen ist. Was ist denn die Weiterentwicklung? Cricketune of English. Ich kenne die deutschen Namen halt aber wieder nicht. Ich sehe schon, Impact leveled komplett davon. Ne, gut, aber bei dem Level ist... Ach, Dave. Das ist mal davor ein Power-Name machen, bevor du streamst. Ne, ich bin von der Arbeit heim. Die Haare schneiden lassen. Und dann habe ich gestreamt. Ich hatte nicht... ...groß Pause, aber irgendwas. Und deswegen... ...aufstehen, Arbeit, Haare, streamen. Haare schneiden ohne mich? Alter. Die Haare waren ungelogen so lang. Fast eine Finger lang. Ausgeschaut, ey. Ja, Poppe und ich gehen normalerweise zusammen. Zum Haare schneiden. Aber nur fürs Haare schneiden nach Augsburg fahren hatte ich jetzt auch kein... Wieso lebst du noch? Morty! Bist du mir Mühe geben? Hallo? Das Problem ist, wenn ich ein Power-Net mache, funktioniert das nicht. Weil ich dann einfach 5, 6 Stunden schlaf. Sag mal, Cap. Verpennen. Seine Sachen dann. Äh... Ja, Cap und Blab. Cap und Blab. Da kommen wir noch nicht, ne? Ah, ja, genau. Das ist dann der Shortcut da aus dem Umum um den Wald. Der von Baden Lied. Das ist jetzt einmal passiert. Tumor nicht so, als wäre das so tragisch schlimm. Das ist einmal ohne mich Kugelsaat. Das habt ihr ja alle gut überstanden, denke ich mal. Mehr als einmal, echt? Ich bin beim letzten Mal überlegen, was war ne... Das letzte war auch von dir, stimmt. Am Mittwoch. Ich bin währenddessen eingeschlafen. War ich so kaputt von der Arbeit. Ich bin einfach hier im Stuhl eingepennt. Doppelkampf. Diesen Trainer haben wir eben nur erledigt. Oh, Alena. Wir sind die stärksten in unserer Klasse. Was ist das? Einmal? Einmal zweimal oder dreimal. Das kann schon mal vorkommen. Das sind zwei Paar Chirizo. Du bist die Bordern. Ah ja. Elektro. Deswegen war es in der Pause. Das war es. Nein. Ohne Scheiß. Ich bin einfach nur hier gesessen. Und bin... So ein Gebänd entsitzen. Keine mal passieren. Elektro. Ja doof. Wir haben nichts gegen Elektro. Wir haben noch keinen Boden. Dann machen wir den Linken zuerst weg. Von Linken nach rechts. Elektro auf Elektro ist natürlich sinnvoll. Oh, hat Pachidi so Statik? Statik ist die Fähigkeit die paralysiert bei Berührung. Donnerstag macht halt wenig Sinn. Elektro auf Elektro-Pokémon. Deswegen müsste ich Biss machen, aber Biss stellt Kontakt her, wenn es Statik hat. Nicht paralysiert. Wir probieren es aus. Battery load. Der FD aktiviert, ja so ungefähr. Oh, Quid. Kein Statik. Gut. Nee, Anton. Boho. Heuler. Oh, Heuler wirkt auf beide. Das ist doof. Für mich ist es ja egal, weil wir einen Special Attack einsetzen, aber... Nee. 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 Nein. Gut. Gut. Oh, Flynn Klaue. Nee. Nee. Ich werde Heuler. Sonst wäre es tot gewesen. blablabla aber immer gepat dieser hat kein statik als fähigkeit was pikachu kann statik haben wollte ich glaube ich kann es haben weil ich gar nicht beide sehr schön plus 3 hp text bärchen beide plus 2 ist okay dann was tun was ich schon ausgeglichen ist ein physischer höher ist ein special das verstehe ich nicht und es kann doch nicht mit den fleißpunkten mit den fp zu tun haben das liebe ließchen das habe ich im ohrmau von unserem stein ja noch nie passiert dass ich verpennt habe ja ich habe auch noch nie verpennt ich bin nicht ausnahmslos jeden tag die woche zu spät in die arbeit gekommen nein will ich nicht zum beispiel wo meine damalige freund mich nachmittags überraschen wollte mit dem besuch dass ich meinem vater einen termin hatte und mich so beschäftigt war mit dem kissen ich will dann wirklich noch in den wald und trauen gefahren verdammt woher kann ich mich ausmachen schmeißen wir dann doch eigentlich raus wenn ich stelle wir oder das ist mir doch schon mal wie er war der name im vogel aber die ist weg die weg die 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 türen runden bei ein paar tagen habe ich gekämpft und die kapitel meiner pokémon wurden immer weniger ich dachte schon das wäre es für uns gewesen aber kann es plötzlich hat man pokémon die bärde gegessen die es getragen hat so was aber auch bis nach ewigen ist es noch ein ganzes stück muss alles sich auf so eine lange weise gut vorbereiten ich bin immer gut vorbereitet im begleitung von pokémon können selbst kinder wie du sicher umherreisen ich bin erwachsen was haben wir denn hier unten oh hallo hier entlang bitte voll gleich voll gequatscht werden teala es freut mich dich kennen zu lernen ich heiße teala und werde dir im globalen klub mit rat und tat zur seite stehen wenn du eine kostenpflichtige nintendo switch online mitgliedschaft hast kannst du dich mit dem internet verbinden und in diesem club mit trainern auf der ganzen welt zu kämpfen pokémon zu tauschen und mehr drücke den y knopf um den konnex kommt zu betreten manchen orten was manchen orten wie in häusern oder höhlen lässt sich die funktion jedoch nicht einsetzen möchtest du mehr darüber erfahren tell me more lass mich dir kurz erklären wie du am globalen club teilnehmen kannst der globale raum lässt sich über die beiden schalter linken sowie durch drücken des y knopf betreten naja im globalen raum kannst du mit trainern aus aller welt linkkämpfe beschleiten per link tauschen pokémon tauschen und mehr ok y jenisch habe ich kaputt gemacht ich bin einfach noch nicht bekommen glaube ich so den globalen raum ich will das mal reingehen ja ja speichern also geht deshalb schreibt mich jeder ein paar mal an damit sie sicher sein können dass ich nicht schlafe das hatte ich früher aber auch wie oft die leute dann mir einfach auf den balkon gesprungen sind weil balkon im erdgeschoss ist halt einfach mein gott klärt es den meter hoch haben wir dann die scheibe geklopft hatte ich wirklich oft irgendwie treffen am wochenende komplett verpennt weil hey lassen wir eine stunde mittagsschlaf machen drauf also ich kann schon umlaufen wir wissen also ich kann sie ansprechen dann sieht wehen oder Da ist einer! Tschüss! Hi, wer bist denn du? Hi! Hey! Du! Ha! Okay. Sieht ihr mich? Fangen wir, fangen wir, fangen wir. Geh weg, geh weg! So, und nun? Wir sind zu zweit hier. Richtig? Richtig? So, Erklärung. Zurück gespielt. Die mit einem Symbol markiert sind, um mit ihnen zu kämpfen oder Pokémon zu tauschen. Wenn sie dann im Kampf drücken. Damit dann nur noch derselbe Sinn stehen. Ah ja. Rufen. Äh. Er will traden. Nee. Warum wirst du das nur... Das ist so ein Riesenraum. Sollten das nicht mehr sein? Es gibt nur zwei Spieler online auf der Welt. Das sind er und ich. Okay. Alle anderen spielen offline. Alles Geringverdiener, die sich keine Switch Online Mitgliedschaft leisten können. Boah. Na gut. Ja, ich kenn das. Mit allem, was du gerade schreibst. Ganz toll. So. Was haben wir denn hier? Zu den Augen von Flosi. Es gibt Honig in Hülle und Fülle. Ich weiß wieder, was hier passiert. Hm. Oh, hallo. Einige Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom Süßchen Duft des Honigs angezogen werden. Wie ich. Wie sieht man auch nur, wenn es Essen gibt. Sonst bin ich aber nicht da. Man findet mich nicht. Ich bin nämlich ein Tarn-Relaxo. Pokémon erscheinen einen fein ausgedreckten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig, auch aus weiter Ferne wahr. Hm? Okay. Ich bin doch. Wir kommen in Flosi, dem Ort der Blumen. Was? Der Blumen, Blumen und nochmals Blumen. Klingt total spannend. Sei auch du wie eine Blume. Nee. Und arbeite an dir, damit du in voller Bracht erblühen kannst. Nee, dann schneidet mich nur einer ab. Nee, nee, nee. Ich bin nicht. Ich werde mein Pokémon so wichtig aufblitzeln. Und dann mit ihm zur Jubelstadt TV gehen. Damit die Zuschauer Land auf Land ab sehen können, wie hübsch es aussieht. Ich bin eher wie so ein Kinderschönheits-Contest, wo du ein Tier machst. Bären und Bänder... Bären und Bänder kannst du im Pokémon Supermarkt nicht kaufen. I know. So, thanks. Tarn und Lachse bekommst du leider immer noch nicht durch. Das ist so fett. Ja, nee. Ich schlafe ja woanders. Deswegen sieht man mich nicht. Was haben wir denn mittlerweile? Heilball, Netzball. Hm. Supertränke. Hm. Oh, Aufwecker. Da nehmen wir auf jeden Fall noch viel mit. Feuerheiler. Da haben wir noch gar keine. Ich weiß nicht, wenn ich Hyperheiler habe. Alle Heiler haben wir jetzt. Jetzt ist mir alles egal. Nee. So, 12. Oh, 5 Supertränke. Wir haben noch 96 Pokébälle. Ich weiß gar nicht, wohin damit? Oh, der Bart kitzelt. So, hi. Ich wollte in den Auen von Florian ein paar Blumen pflücken. Aber dann kamen plötzlich diese Typen von Team Galaktik in ihrem schicken Uniform. Sie sind übrigens zu den Auen hinter diesem Blumenfeld dort gegangen. Ah, ja. Hm, 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 hm. Was? Sind dir Grassidias ein Begriff? Natürlich. Komm bitte, meine Liebe. Mit einem Schloss dieser Blumen zeigt man in dieser Region seit jeher seine Dankbarkeit. Okay. Das ist aber doll. Florio, die Blumen blühen und duften. Okay. Blumen. Bin kein Blumen. Findest du das auch so niedlich in Pokémon? Bären pflücken? Ähm. Ja. Joho, du verstehst mich. Jetzt noch ein paar TMs. Ah. Das ist der Taggepflücker. Geschenkt, hey. Das ist der Taggepflücker. Das ist der Taggepflücker. Das ist der Taggepflücker. Florio war einst ein öder, kahler Hügel. Der Anblick machten die Menschen traurig, also pflänzten sie Blumen an. Aber nichts wollte ich erwachsen und niemand wusste wieso. Dann sprach eines Tages jemand der Natur seinen Dank für die Gaben aus und kurz darauf erstrahlte der Hügel in einer bunten Blütenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Fängt eher wie die Bibel. Ah ja. Sieht ganz aus, als hättest du in Kanto ein Let's Go Abenteuer beschritten. Wie? Was hältst du noch von diesem Pokémon ein wenig die Sinn der Region zu zeigen? Du hältst ein Mew. Hahaha. 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 Möchtest du den Mew eins? Nein. Äh. Hahaha. Hahaha. Ein Level 1 Mew. Schön. Zum Fick ist das Level 1. Äh. Hahaha. Hahaha. Spezial Angriff. Oh. Das ist richtig gut. Das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Das sind so. Hahaha. Hahaha. Was zum Fick ist Klaps? Gibt man den Vorderbein unter dem Schweif? Typenspiegel. Haben wir da Abend das Ziel nachher nimmt aber das ein Typ an? Noch nie gehört diese Erteikel. Okay cool. Äh. Äh. PC Box. Seggis benutzen ist lame. Es wird dir sicherlich ein ganz verträfflicher Begleiter sein. Jaja. Hey du da. Oh. Sag bloß du hast mal einen Wunsch der gesehen. Du glücklicher. Dieses Pokémon hier würde sich perfekt an deiner Seite machen. Na möchtest du es in deinen Opus nehmen? Pfff. Du hast ein Chirachi. Was? Was? Okay. Jetzt fehlt noch Celebi. Dann haben wir gleich alle Müssigs durch. Ne. 2 bis 6. Was zum Fick. Mag süßes Essen und ist naiv. Oh wir haben so viel gemeinsam Initiative ab. Special Verteidigung dauern. Ja du bist ein Gestalt Pokémon. Das ist okay. Konfusion Wunschtraum. Hm. Das ist ja witzig. Cool. Aber so früh im Spiel? Ja okay. Das ist ja so ein Problem. Hm. Eigentlich zu früh fast. Äh. Cool im PC. Hat jemand aus Begleitdift nicht gelesen? Gibt es für die Spielstände? Da war ein Zettel drüben. Ich habe mir den noch nicht angeguckt. Ich dachte das war Werbung. Da war irgendwas mit Legends Arceus drauf. Moment. Ich habe es hier. Oh das kann man aufhalten. Ich dachte das ist nur dieser Zettel. Werbung. Ah. Erstmal Arceus. Klassische Dornenspiel. Blablabla. Tatsache hier. Ah. Let's go Pikachu. Let's go Evoli Mio. Wer chillt. Chillatschi. Tatsache hier. Ah. Blablabla. Das ist sogar das Ehepaar hier. Cool. Und hinten ist Werbung für Sammelkartenspiel. Toll. Aber immerhin hat man mal wieder. Ist Pokémon eine der wenigen Firmen. Und wenn es nur Werbung ist. Legt Scheiße in die Dinger mit rein. Aber nur eine leere Hülle ist einfach nur langweilig. Tatsache ist ein tolles Pokémon. War noch mal Favorites. Ich habe es damals über Pokémon Channel. Äh. In meiner Saphir Edition gehabt. Pokémon Channel war so ein weirdes Spiel. Also das ist ganz cool. Es ist gar nicht so nützlich wie man denkt. Also ich fand Metacross deutlich besser. Was halt auch mehr reingehauen hat. Ich wünsche dir und deinem neuen Pokémon eine ganz vorschriftliche Abenteuerweise. Beärgerte gesprochen hat. Verdammt. Der Süße drauf des Honigs hat mich hergelockt. Muss ich mich schon fast fragen. Bin ich ein Pokémon oder was? Ja. Ah. Hi. Ne. Der einzige, wo ich mir den Channel geholt hatte. Ne gar nicht mal. Ich habe es einfach. So. Das war ein Pokémon Spiel. Und dann sagt man einfach. Das ist ein Pokémon Spiel zu haben. Gebraucht gekauft. Ne. Neu. Glaube ich relativ zu Release sogar. Liebe ist hier zu sein. Die Atmosphäre ist einfach wunderbar. Das bestimmt auch hier um ein bisschen gute Laune zu tanken. Oder? Jaja. Gute Laune. Blumen. Hm. Ich gebe total viel auf Blumen. Verschenke auch immer so viel Blumen. Welche Clown? Oh. Hoch. So. Ja. Was haben wir sie mit Bären? Wir haben ja nur die. So. Ich habe aber gar keine Gießkanne. Shit. Hi. Ich kenne die ewig über Bären reden. So komplex sind sie. Doch auch bei Ihnen gilt die goldene Regel. Wenn man ihnen mit viel Liebe begegnet. Wachsen sie besonders prächtig heran. Und dann komme ich. Und Klause. Der Pokémon Channel war wirklich. Weird. Also es war schon witzig. Aber du hast dann einfach beim Spielen Fernsehen geguckt. Und das war das Spiel. Verwund. Seltsam. Anders. Einfach. Hey. Seiener. Wenn du während am Plan solltest du sie mit dieser Kanne gießen. Perfekt. Und die Endton Kanne. Das war nochmal. Es war die schicke Kanne. Dann die Walmer Kanne. Jetzt ist es die Endton Kanne. Einmal Gen 1. Einmal Gen 3. Was? Das einzig nützliche auf meinem. Das ist mein Favorites. Sowieso war Quaser. Der Quaser ist halt hart. Okay. Oh. Noch ein neues. Es ist gut ja, dass ich die Nachrichten trotzdem lesen kann. Ansonsten wäre doof. Als einer einzigen Bäre wächst eine Pflanze, die mehrere Bären trägt. Wenn du an verschiedenen Orten Bären pflanzt, wird die Welt bald schon um etliche weitere Bären reicher. Wenn du magst, kannst du mir dabei helfen, auf der Welt die Bären zu vermehren. Eine Fragia-Bäre. Oh ja. Hm 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 hm. Ich hab die Kanne nicht. Ich hab überall, wo ich war, die Bären geerntet und neu gepflanzt. Ohne zu gießen, wie mir scheint. Good job. Weiß ich, was du dir nachher noch holst. Wir tauschen deine Bären gegen Sticker ein. Äh, zeig mal. Blitzmusik, Loda. Da haben wir ja... Ne, das ist eine andere. Explosion, blauer Flamme. Hm 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 hm. Stirn... Eifer. Feuerrote Flamme ist... Oh, ach da. Zehn... Himibären. Ich... Pokémon Go habe ich von den Goldenen, vor allem tonnenweise. Über 100. Das kann ich wohin damit. Funken Stickern. Hm 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 hm. Ok, die vierzehn, das sind immer die großen, geilen. Das sind die kleinen. Das heißt, man kann im Endeffekt überall, wenn man fliegen kann, vor allem rumfliegen, alles voll machen und einfach mal einen Tag, keine Ahnung, nehmen wir irgendeine Zehner. Komm. Da. Die Nanabären. Da habe ich die schon mal sich in Pokémon Go immer weg. Äh, die einfach überall anpflanzen und dann hat man, keine Ahnung, 20, 30, 40 Nanabären und zieht einfach hin und sagt, yo, ich kaufe mir jetzt 20, also 2, 3, 4 mal Platz Sticker C. Und hallo Sturmvogel, schönen guten Abend. Weißt du, Dave, ich bin dieses Mädchen, äh, das ist mir einfach gegen eine Wand knallt und sich aufweckt, warum da eine Wand ist, um die Wand dagegen zu laufen. Ich kenne da so irgendwo, ja. Dann noch ein paar Mal die Wand hauen, ne, so eine blöde Wand, gehst du da weg. Und, ne, kenn das, so. Wie gehe ich das hier, hallo? Ja, also, ach man, dieses Domei-Kack-Ding. Wir müssen das auf Seiten zu viel machen, sieht man ja gar nicht. Wie geht's? Ganz gut. Ich habe Pokémon zu spielen, anwie lang dauert denn? Das ist eine unnötig lange Animation. Möchte ich mal sagen. Muss man das aktiv abbrechen? Muss man das aktiv abbrechen? Dann muss man wirklich in irgendeine Richtung drücken. Das geht einfach unendlich weiter sonst. Holy shit, welches Pokémon ist das? Äh, Shining Pearl. Deswegen ist der Titel Hey Perle, weil ich so einfallsreich bin. Ähm, so. Rüppel Nummer eins. Wir sind stolze Mitglieder von Team Galaktik, oder etwa nicht? Und jetzt sehen wir uns an, wie wir uns in all dieser Blumen herumstehen müssen. Wenn das nicht unkull ist, weiß ich auch nicht. Hey, auf zu motzen. Das gehört eben auch zu unseren Aufgaben, wo ich zugeben muss, dass ich Käfer und Pflanzen Pokémon echt gruselig finde. Jetzt auch lieber woanders. Okay. Ähm, Shining Pearl, das Remake zu Pearl, das heute rausgekommen ist. Noch mehr! Juhu! Malwornbär, nehm ich. Ey, nehm mal damit. Immer die Wand beschimpfen, dann geht die schon irgendwann weg. Genau. Die schämt sich nämlich dann und ist weg. Was war das Malwornbärde, ne? Genau. Vergießen. Ähm, obwohl ich mich eher dabei selber beschimpfe, was für ein Idiot ich bin. Nee, niemals nachgeben. Die Wand hat nachzugeben, ja? Solange dagegen geschlagen, muss die Wand nachgeben. Hirsef. Hm, dass ihr meine Hand wehtut, dass ich mich gegen die Wand geschlagen habe. Ich kenne das sehr gut. Oder Türwarmen. Türwarmen und kleine Zehen. Das ist bei mir eher das Problem. Ich lerne nicht, dass ich meine Füße nicht so ausholen lassen sollte. Ab wann planst du morgen zu streamen? Ja. Also. Keine Ahnung. Plan ich? Sehe ich aus wie jemand, der man plant? Ich mach halt einfach. Der Plan zu dem Spiel war auch nur. Da kommt ein neues Pokémon-Spiel. Ich plane es zu streamen. Das war der ganze Plan dahinter. Wann, wo, wie? Moment, was? Kann man Papa holen? Er arbeitet mit Kraftwerk. Aber diese Leute, dass die, äh, diverse Lauten aussehen, äh, sind ganz fies und wollen mich nicht weinlassen. Okay. Hier gibt's Drift Lons, ne? Und items. Ein Frank. Uhu. Dome Frage. Ich und Planen. Pfff. Pfff. Überlege, wann habe ich das letzte Mal irgendwas geplant? Ja. Nein, nicht du. Nein, 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 nein. Die war noch andersfarbig. Ich will das aber nicht in der Farbe. Nee. Nee, 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 nee. Nicht in der Farbe. Oh, sag mir nicht, ich krieg das nicht hin. Gib mir das in Blau. Gib mir das in Blau-Grün. Ich will Blau-Grün. Das sind meine zwei Lieblingsfarben. Pokémon in Blau und Grün. Ist natürlich awesome. Was? Ich glaube, der Stream, was, was, was? Moment. Hier kommt ohne Pay-to-Win, Michael. Was, 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 was? Moment. Hä? Was? Ich hab irgendwas vergessen. Hab ich irgendwas nicht mitbekommen? Wie kommen wir denn zu Fifa? Oh mein, so. Wo sind das? Schade los, hier. Habitat. Es gibt eine Ostküsten- und eine Westküstenversion, das weiß ich noch. Aber hier war doch die Blau-Grüne. Da unten ist es auch. Waren wir denn nicht? Im Gras. Da waren wir nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das Blau-Grüne. Da war ich nie. Da war ich nie. Richtig. Ich will das Blau-Grüne. Da war hinten. Da war auch hier das Blau-Grüne. Und du willst, ich pack gleich den DS aus und guck nach. Hier war das Blau-Grüne. Oh. Ein Pamelin. Aber du musst nur reines Wasser proben. Ist das langweilig. Wasserboden ist halt kacken OP. Aber wir fangen dich jetzt einfach mal. Das könnte ja sogar an einer Glut sterben. Ach so, wenn ich streamen bin. FIFO ohne Pedro. Du musst Sätze ausschreiben, damit ich sie verstehe. Bin ich so klug. Ich bin schon klug, aber ich passe nicht auf. Es ergibt Sinn, wenn man mich kennt. Mein Kopf hat seine eigene Logik. Wie man merkt. Ein Pamelin. Ein Meereswiesel Pokémon. Die Bezeichnung ist schon cool. Es schwimmt, indem es seine beiden Schwa... Oh. Das ist wirklich ein geteilter Schweif. Seine beiden Schweif wie eine Schiffsschraube rotieren lässt. Beim Tauchen schrumpft seine Schwimmblase. Ach. Oh. Ich verstehe. Oh. Das ist relativ gut durchdacht. Nee. Aber wenn du einen Secondary Type hättest, wärst du halt echt ne Idee wert. Schade. Bei der muss man langsam schreiten, damit er es so steht. Das sieht nicht aus mit Anni. Anime. Der... Ich bin Millimeter gegangen. Spiel. Wow. Singular gleich plural. Der Anime. Die Anime. Gleiches gilt für Manga. Der Manga. Die Manga. Sorry. Voll ein kleiner Club Scheiße. Wenn ich mal was weiß, dann will ich damit auch angeben. Jetzt ist es mal mit Klammern. Dieser Witz handelt... Wie du dann sagst... Wie viel hast du... Erdner. Dieses Wubbelding auf dem Kopf sieht weird aus. Ähm. 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 Dieser Witz handelt darüber, wie du sagst... Ähm. Womit ich vergesse nicht bis zu wenige Gespräche vergisst. Ja. 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 Wird das mich der Bot nicht geteilt haben? Was hast du geschrieben? Achso. Das Problem ist, ich kann zwar viele Wörter in die Bad Word Liste setzen, aber ich kann nur eine Response setzen, die der Bot dann ausgibt. Und einfach nur falsche Grammatik ist... Deswegen habe ich mich nur für diese drei Wörter entschieden, die der Bot auch erwähnt. Weil die mich am meisten triggern. So mein kleiner Versuch, meinen Chat zu erziehen. Also eine eigene Funktion. Ja, wir hatten das doch. Der Bot ist im Python. Du kannst mir das doch schreiben. Ja, was ist Blacky noch da? Blacky, du kannst doch Python. So, was haben wir denn hier? Westliches Meer. Ja, nicht ohne sein Verwaschen. Tatsache. Verdammt! Die Körperform dieses in Uphernähe beheimateten Pokémon hat sich in seinem Habitat angepasst. Im Westen ist es Pink. Nehmt 15 Euro die Stunde. Ja, der meint. Nur dann nicht. Können und wollen mögen ist ein Riesenunterschied. Ich könnte es auch. Ich habe noch keinen Bock, mich mit Python zu beschäftigen. Ich habe ja noch nie mal Bock auf irgendwas, was Programmieren angeht. Okay, wir müssen mit einem pinken Schale los anscheinend leben. Niemand mag Python. wird Python nicht immer gelobt als die beste, ähm, wahre. Ich kann mal auf irgendwas, was Arbeit angeht. Ja, das ist wichtig. Arbeit ist halt generell bäh. Weil Arbeit ist... Hier, Blacky. Oh Gott, zwei Programmierer. Jetzt schreitet euch über die Programmiersprachen. Go for it. Oh, verdammt Brot ist nicht da. Der kann auch noch mitmachen. Da sind ja nicht so viele Programmierer. Blüm. Egal, ähm, okay, wir werden mit einem pinken Schale los leben müssen. Ich kriege leider nicht meine Lieblingsfarben, dann nehmen wir halt das Pinke. Möchte das jemand sein? Das ist eine Schnecke? Ähm, ich würde es als Schnecke betiteln. Wasserboden? Ähm, ja. Ja, ihr seht ja selbst das Ding. Möchte das jemand sein? Ja, natürlich noch nichts hat. Was? Scheint es in der Unterzahl zu sein. Ja, komische Anwendungsentwickler hier alle. Ah. Äh. 15 Euro die Stunde. Komm an Bord. Es handelt darüber, dass da einfach... Das finde ich gut, die Erklärung dahinter. Das ist noch ein C++. Es geht so. Ich hatte nur sechs im Jahr, weil im zweiten Jahr... Das ist... Punkt. Mehr muss ich dazu nicht sagen, wie ich zum Programmieren stehe. Dafür war ich im Netzwerktechnik gut. Ähm. So. Also. Schade los. Es entwickelt sich auch nochmal. Muss ich dazu sagen, dann sieht es nicht mehr so knuffig aus wie jetzt. So soll man mal googeln. Wie geht das dann aus? Schade los. So. Poké Wiki. Genau. Gast verdäumt, dass dann die Weiterentwicklung... Hm. Actually, die Version sieht halt echt kacke aus, dann. Ich glaube, wir fangen dann unterwegs einfach irgendwann später die blau-grüne Version und trainieren die nach. Ich würde auch der Person dann anbieten, dass ich den Namen übernehme. Weil ich möchte das Viech eigentlich wirklich im Team haben. Nächste Technik, den Bums, den keiner braucht. Natürlich brauchst du das. Wir wünschen du deine Sachen abspeichern, wenn du kein funktionierendes Netzwerk hast. Hä? Der geht nicht. Du kannst auch nicht mal programmieren. Will keiner von euch schade los sein? Das ist ja hier. Ich nenne das Ding auch Dave. Ich nenne das nach mir. Das ist ein cooles Vieh. Ich glaube, es wird langsam, oder? Das wäre sehr passend. Ich habe das noch offen. Initiative. Es ist bokeh langsam. Na toll. Vielleicht nehme ich es doch nicht. Scheiße. Es ist wirklich unsicher. Es ist wirklich langsam. Stoppvogel, du möchtest es sein? Das ist C++, verstehe ich die Logik. Ich bin aber zu voll zum Lernen. Okay. Bisher ein Null Sturmvogel. Ich tue es einfach schon mal ein. Wenn keiner sagt irgendwie, hey, ich habe auch Bock. Soll ich die Null hin? Nee, nee, nee. Mach aber nur Sturmvogel. Jetzt reicht es dann, ne? Also wenn du jetzt guckst. Nein. Keine Null. Jetzt halt einfach. So machen, ne? Was, 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 was? Moment. Soll ich was angefangen? Also, es möchte nicht noch jemand sein. Das heißt, wir müssen nicht losen, dass es nur ein Bewerber gibt. Das macht es für mich sehr einfach. Fünf, vier, zwei, zwei, eins. Und Chance. Vorbei. Gut. In mein Team. Äh. Ah ja, dann kann Anton weg. Wir haben jetzt dadurch unser Wasser Pokémon. Tschüss. Nice. Damit haben wir ein, nein, nein, ein neues permanentes Mitglied im Team. Oh, du bist ja halbtot. Und auf Level 7. So. Damit tauschen das auch ein bisschen wie jetzt so ein Bericht. Gucken wir erstmal. Moment. Es ist nur Wasser bisher? Ist hinterhältig, ist alles. Oh, guck mal. Äh. Ausgeglichen. Tebekörper. Trägt es ein Item bleibt dieses an seinem kleberigen Körper haften, wodurch Item Diebstahl verhindert wird. Ja, das hat eine Fähigkeit. Relativ useless. Aquaknabe, Lehmenschelle, Härtner. Ja, prinzipiell ein gutes Moves. Kann man was anfangen. Weißt du, wie man Pokémon tauschen kann? Können wir was tauschen? Ich glaube, ich kann tauschen. Aber ich kann noch nicht breeden. Also ich kann dir irgendwas geben. Gibt es halt noch nicht mal einen Starter. Den kann ich noch nicht breeden. Was brauchst du oder hättest du den gerne? Kann ich schon irgendwelche Exclusives fahren? Nee, oder? Was wir ja alle selber bisher haben. Mein Mew kriegst du nicht. Und mein anderes Ding. Ich muss kurz überlegen, was es war. So, hm. Wasserboden. Ich könnte das komplett zurücklaufen und scheinungs killen. So, ich habe zumindest eine Ahnung, dass ich in den Keller gehen muss zum tauschen. Aber kannst ja mal mit Y probieren. Irgendwas. Du bist einfach nur irgendwas. Okay. Ein Evoli findest. Du musst da sein. Ich werde es vergessen. Bis dahin. Das Evoli zu einem Glaciola machen ist eigentlich auch noch. Plan. Dann haben wir noch ein Slot frei. Okay. Uh. Weil eines ist natürlich für Soundfucki. Ihr könnt euch schon mal aussuchen, wer Soundfucki sein würde. Will sehen, wie man tauscht. Irgendein Platzhalter. Ähm. Komm, ich fange dir was hier auf der Rote. Sonst traden wir. Soll ich mit dir tauschen oder mit irgendjemandem einfach nur? Na, komm. Was haben wir denn hier noch ein Barmelin? Komm, fangen wir ein Barmelin. Es ist ein cooles Wasser Pokémon. Ist brauchbar. Definitiv. Ich glaube, viele Münzen nehmen. Ich würde mich auch mal überlegen. Hm. Hier. Weil es halt, glaube ich, schnell ist, ne? Natürlich brennst du jetzt. Was denn noch sonst? Die Leinen, soll ich mit dir tauschen oder mit irgendjemandem? Also es gibt irgendwo auf jeden Fall Evolis. Ich weiß noch nicht mehr, wo und wann und wie. Evolis würde erzählen, weil ich es ja später in eine Gen-4-Entwicklung weiterentwicke. So. Andere merken das was? Wir sind ja andere so schön. Irgendwas relevant. Dieser Witz handelt darüber. Seid ihr nicht merken, dass ich gerne meinen Namen auf Evoli habe und verzweifle. Ich finde das großartige mit der Erklärung. Sprechen an Menü. Verdammt, habe ich es in die Box. Global. Interessant. Kann ich jetzt mit Leuten tauschen, die genau da sind gerade? Irgendwas drücken. Mit dir bitte. Okay. Ich weiß ja noch nicht, was passiert. Oh nein, ist das Glas kaputt? Nee. Nee. Der klebt einfach nur was. Irgendwas einfach nicht irgendwas Besonderes. Ich hätte noch was drücken müssen. Oder auch nicht. Ich denke mir, das dauert so lange. Das dauert so lange. Das kann noch gar nicht sein. Mann. Natürlich muss man wieder ausdrücken. Sie sollen hinschneiden. Ah. Press Button. Darf ich doch nicht. Mann. Will ich eigentlich auch nicht, aber na gut. Passwort. Ähm. Wir gucken gleich mal. Für die Geduld. Ja, ja. Ich war total geduldig. Blablabla. Lange das PC. Wir nehmen erstmal. Wir nehmen diese Barmelin. Sturmvogel. So. Wir machen das hier. Okay, weg. So. Gib dir zurück. Achso. Was haben wir noch hin und her tauschen? Okay. Mit Passwort. Dann gucken wir, dass wir das selbe Passwort festgelegt haben. Wir haben noch kein Passwort. Mhm. Was? Ich muss immer wieder. Ach so. So. Viel besser. Also du hast schon. Okay. So lang. Ja. Ja. Hooray. So. Was haben wir? Zwo. Sechs. Zwo. Fünf. Eins. Neun. Neun. Sieben. Viel Spaß im globalen Raum. Okay. Hui. Hui. Was? Wieso wird es handeln? Äh. Ja. Man sucht sich ja den Tauschpartner aus, glaube ich. Hm. Siehst du? War da gar nichts? Jemand? Irgend. Da. Da. Hi. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Wie war das mit Y? Ne. Doch. Rufen. Tauschen. So. Ich stehe jetzt hier. Ah. Winkos. Einen Tausch durchführen. Ja. Auch Müll schicken. Oh. Ich hätte sogar aus der Box mit mir. Jetzt mir sparen können. Dann hier. Barmelin. Auf die Reaktion des anderen Spielers gewartet. Die Reaktion ist. Genau. Tausch. Komm mal. Voll Dingsbums. Ohne Relaxo im Bild. Die Tauschanimationen sind eigentlich immer richtig cool gewesen. Das muss man schon sagen. Achtung. Kommt es bei der Abwicklung seines Tausches zu einem Verbindungsfehler. Oder wird die Konsole ausgeschaltet. Da kannst du für kurze Zeit keine Pokémon mehr tauschen. Na. Ich habe es gerade so gelesen. Ich habe nicht mal was gedrückt. Aber na gut. Okay. Barmelin sieht echt cool aus. Oh. Was war das Heilball? Oh. Ich habe es noch gar nicht. Cool. Pokédex-Eintrag. Knospi. Das Knospen-Pokémon. Es lebt an sauberen Teilchen und sondert Pollen ab. Die eine laufende Nase und heftige Sinisen verursachen. Wow. Was ein Arschlochviech. Okay. Willst du es zurückhaben? Mir ist es egal. Weil wir haben eigentlich beide Trash-Pokémon getauscht. Das würde uns beiden eigentlich in der Lotterie helfen. Wenn wir das andere behalten. Weil wir dann mehr Nummern haben. Weil ich kann es dir auch zurück schicken. Mir ist egal. Echt gleich. Oh ja. Warte. Äh. Ist das wohl ein Reakt? Ja. Wie du magst. Dann würde ich es gerne behalten. Wie gesagt. Für die Trainer-ID-Nummer. Weil. Und dann habe ich jetzt einmal deine Trainer-ID dadurch in meinem Pool. Äh. Das war da. Ich habe eine höhere Chance. Also. Die Seiten sind immer so. Das ist fünf oder sechs Stelle genommen. Ich weiß es gar nicht. Und. Ne, ne. Ich würde es gerne behalten. Eben genau. Weil ich es erkläre. Ähm. Weil. Das wird immer. Eine Random-Nummer. Aus dem. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich geht es bei 1 0 0 0 0 0. Bis 9 9 9 9. Ich glaube nicht, dass es bei 0 0 0 0 1 losgeht. Aber hier wird irgendwo zwischen dem Pool. Also in dem Pool. Wird eine Random-Nummer vom Spiel gezogen. Jeden Tag. Aber ich werde enttäuscht abgebrochen. Okay. Ähm. Und da wird geguckt. Hat irgendein Pokémon in deinem Team. Oder auf deinem PC. Diese Nummer. Oder. Hinten. Keine Ahnung. Die letzten zwei. Die letzten drei Ziffern. Irgendwo stimmt da was überein. Und. Je besser der Treffer ist. Desto besser ist der Preis. Den du gewinnst. Oder gewinnen kannst. Jeden Tag. Deswegen. Ist. Du hast natürlich. Standardmäßig. Deine ID. Und. Sobald du tauscht. Hast du die ID. Und das natürlich behältst. Hast du die ID. Von jemand anderen. Jetzt habe ich zwei ID's. Dadurch im Pool. Glücksspiel. Ja. Ja. Es ist Glücksspiel. Du hast ja kein. Du setzt ja noch nicht mal. In Game Währung. Das ist einfach. Du kriegst ihn los. Es wird eine Nummer. Oder was heißt. Du kriegst noch nicht mal los. Es wird einfach eine Nummer gezogen. Und. Jeder kann hingehen und sagen. Hey. Hier. Ich habe die und die Nummern. Die dabei. Kriege ich doch irgendwas. Was. Aber. Ja. Glücksspielleid. Ist es. Aber ja. Also. Cool. Sollen wir. Beide eine Chance mehr. Hey. Auf einen Meisterball. Mal. Man konnte. Start vier. So. Ganz gut. Ich glaube. Das war. Wenn die. Der Spieler. Die. Pre. Patch. oder wann hier war das mit den wenn das spielstand über so und so viele stunden war irgendwas war auf jeden fall ich kann wenn ich mein gern ausgeschaltet aber wieder neu gestartet habe habe ich eine andere nummer gehabt und ich hatte ganz oft eben in der schule getauscht und mit mir selbst getauscht weil ich rubin und saffier hatte und mir dafür ganz viele starter getradet haben das heißt ich habe andauernd aus und angemacht und habe jeden tag eine ap plus bekommen das war ganz praktisch ich würde eigentlich gern noch mindestens 12 stunden machen aber ich müsste echt mal ganz dringend auf toilette weil ich habe jetzt seit fast sechs stunden deswegen müssen wir ganz kurz entspinden wegen bausee und ich höre ein bisschen musik bei mir bis gleich ich lasse ganz kurz werbung laufen währenddessen weil dann ist die werbung für die die neuen stream an machen dann weg für eine halbe stunde hier verpasst ihr jetzt eh nix wenn der app locker hat ist sowieso nichts nur kurz bevor er euch wundert dann bis gleich ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 es wird spät na großartig von einem dummen bike aufs kreuz gelegt aber du kannst gar nichts machen wenn ich mich mit dem k-schlüssel hier einschließe gibt nämlich nur noch einen weiteren schlüssel und den haben meine kollegen die sich beim blumenfeld aufhalten wer zuletzt lacht immer noch am besten wir zuletzt nach dem letzten von innen abgeschlossen also zum blumenfeld das sind die zwei die da vorne standen wir sind jetzt weg genau war klar so halt den schnabel und den honig raus und zwar bis auf den letzten süßen zampfen was wir sagen ich habe vergessen die folge gesprochen habe dem galaktik braucht den honig um möglichst viele pokémon damit anzulocken ist jemand was machen wir nun wir dürfen nicht zulassen dass das kind los sind und hilfe holt die lösung liegt auf der hand wir sorgen dafür dass das bike seinen mund hält sie töten mich dann bekämpfen einfach etwas player aber kein doppelkampf oder nicht gerade oder gut das wird noch nicht typ boden sind dann ist jetzt effektiv gewesen aber gift stache kann ich absolut mit leben warum ist doch noch gar kein gift weg natürlich wurden wir vergiftet was denn aus uns alles kacke haben wir nicht zu nehmen aufstieg unverdient absolut unverdient drei hp die wurden mit mir schaloko es gibt einen haufen mp du solltest nur hat man können wie du kannst das gift stachel der andere kommt ja auch noch genau wunderbar bei den gift überschreiben jetzt mit sich nicht so early im game sollte einfach alles von hinten aber ja es wäre jetzt wirklich so das kann nichts es war kein quitt seine sechs und sprachkompetenz 8 bubble net ich kann sprechen nur ist es halt der seit sechs stunden habe ich hier und babbel da wird die zunge etwas müde aber nicht mehr so laut sein das hat gut funktioniert damals noch 20 mal das ist nachgelevelt aber ich frauen für die müssen wir auch noch nach wenn man mensch ist das peinlich die werden bestimmt den lohn kürzen jetzt bekommst du das mit mir zu tun moment ich habe die besseren karten dadurch kampf gegen meinen kollegen bereits ausgepowert hast total mehr hp als vorher ein pokémon das wird überläuflich sein level bis 12 kann es klappen über wird es eklig gott sei dank und wir haben es ein guter einstieg ja 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 okay es ist eine anderthalb gehört kein zweifacher krebs ansonsten wäre es jetzt viel weniger gewesen es ging wirklich gut aber sowas gibt es nicht so viel ep die ep berechnen sich anhand der das hp dv die evys die evys waren es der determined value in gen 1 und 2 und individual values sind es ab also seit gen 3 hätte ich doch nur ein paar starke pokémon du könntest auch dein eines pokémon sehr sehr stark machen diese wörtsnase ist zu stark zu stark mir fehlen die worte stark ist das kind und mein wortschatz ist eigentlich echt groß das war es für uns dass uns zurück zum windkraftwerk geben oh was ist das für ein ding diese typen müssen uns hier vergessen haben das ist ein schlüssel der gehört bestimmt zum windkraftwerk ich habe damit nichts anfangen nimm du ihn ein kahlschlüssel wirklich nicht ablernen vernünftig und deutlich zu sprechen wirst mich gewettet diese schurken wollten wir meinen feinen süßen honig stehlen war nicht nur seltsam gekleidet sondern haben auch völlig gutes zeug gefaselt wer weiß was das für leute waren würde zum dank gerne etwas schenken hier bitte ein glas honig jetzt ein honigbrot wenn du etwas honig auf die rinde eines süß riechenden baumes schmierst lockst du damit vielleicht pokémon an ok aber ist ein a-spam vielleicht sind irgendwo items versteckt was wie dieser baum hier aber ich habe es klauen ich meine noten ich meine bekommt man hier was wenn ein baum den du mit honig beschmiert hast nach einiger zeit stark wackelt könnte ein seltenes pokémon darin was darin stecken ich bin immer ganz begeistert wenn ich so etwas sehe was kann man nicht sogar möglich und mann schlägt die blumen die auf den feldern hier wachsen sind etwas ganz besonderes wirken frischer als alle anderen blumen in der sindo region findest du nicht auch das verdanken wir den pokémon weißt du das aber schön das hat sie ja gelohnt hier ich die richtig gut was anderes also ja auch die kaufen ja gibt die bonik ich werde es aber jetzt noch nicht machen es noch fliegen können und sonst ewig hin und werden um zu checken nene 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 oh 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 ein mannner wie ist aus dem eigen schlubft zwischen drei musik pokémon sein körper besteht zu 80 prozent aus wasser es wird leicht von seiner umgebung beeinflusst das seefahrer pokémon kommt er dann aufs seefahrer größenvergleich ich bin also bitte 145 wie auch mehr sachen 30 kilo zwischen deutlich mehr ist das gewicht von einem zehnjährigen wiegen die machen dass ich kino die kannst du unter dem arm mitnehmen dann glaube ich jetzt falsch pokémon das spiel also speichern ist mal wieder eine gute idee nehmen wir das mal mit oder ein level hatten dass ich eins oder frisch geschlüpft ist nein hier wird nichts gequotet ich habe gar keine erfahrung mit irgendwas so angefangen oder schlecht das nicht gut spezial angriff bauen weil es ist näher davon wasser pokémon ist das wirklich nicht gut halt bei regen status probleme wo das eigentlich ziemlich gut schweifglanz ein blickendes licht das den sozial angriff drastisch erhöht was ist denn brauchbar level 11 der neuen pokémon und rüttel davon sind musik pokémon gut ja ich sage ja auch nur dumme sachen denke auch nicht nach obel einfach von mich hin so wenn sie den k-schlüssel verwenden er sinnvoll ist offen so wie bitte nee oder das den schlüssel hat er richtig hier gar nicht erst abschließen müssen bin ich der große verlierer aber ich habe keine zeit für selbstmitleid werde den kommenden an dem commander bericht erstatten das ist stummpunkt noch vorne jahren achten wir fehlen ach komm mal habe ich geschafft verdammt was vorlesen so schnell gekleckt ein pokémon panikon sehr schön dass wir können wieder in ruhe drauf ballern einfach zurücklehnen mal ein bisschen ja der herz macht sich halt jetzt wieder ein halt richtig smart also es ist kein problem damit nur ein pokémon hast aber wenn ein pokémon nicht einen angriffsmuff hat ist das in der regel etwas schlecht keine ahnung ob das das müsste kurz sein eigentlich wenn ich mir die augen so angucken und dann spielen wir jetzt metal gear pokémon muss dieser witz handelt sich um das erste 3d mittel hier was dumm sind gut dass du es erklärt hast hätte mich verstanden mit zehn angriff und speziell haben wir mehr verteidigung ja ich sehe schon worauf es läuft genesung auf level 10 bitte das ist ja op mogel ist eher physisch oder das ist meine ganze arbeit zernichte gemacht ja das ist blöd für dich dann fang doch mal von vorne an gib dir mehr mühe ich könnte hier laufen und den umgehen aber ist ein xp die elektrizität aus dem windkraftwerk abzapfen und das ist unsere mission machen wir aber nicht das böse strom ist für alle da 1 ohne sich hat gift das böse nein nicht gut nicht die gute ja gibt es da war ja klar und das hat eine 10 prozent wahrscheinlichkeit zu vergiften oder selbst ins 20 ist nicht first hit man das ist doch kacke ach komm jetzt machst du täckel ach jetzt habe ich dich vergiftet jetzt kann ich ja täckel machen ich hasse dich gerade richtig man das spitz gemein das hasst mich wirklich das vier hp ne charme an das ist die katze jedoch doch definitiv geheuler ist nicht so schlimm coole animation leider nicht die status veränderung da ist der zoll wurde immer die draufsicht bei gebäuden wo man recht müsste genau hier stehe den gag was war das machen guten schaden nochmal genesung katsch tolle animation das passt zu so einer snob katze sie sieht so aus ich habe schon geheilten macht ein bisschen mehr schaden als mir recht ist nein ich möchte es nicht riskieren ich möchte auch keine items einsetzen ich bin geizig jetzt überlebt mit einem glaube ich also heute sehr schön so das aber ich würde jetzt dann doch es ist halt doch fast ums eck nichts geht mir mehr gegen den stich als kinder die sich als starke trainer einpuppen glaube ich dir da ist bestimmt was zu sind verdammt wieso versteckt niemand was in blumen waren er sich versteckt ihr nicht mehr hart verdientes geld in blumen wasen also ich immer für die kleine würde auch in so einem kleinen plastik säckchen packst du dann irgendwie keine ahnung dann kann seine ganze schreine rein und puls ist einfach wieder wer welcher einbücher würde in einem blumentopf in der erde nach geld suchen keine eigentliche sei smart noch blumentöpfe er sagt doch so kein mensch man denkt sich ist also ich finde das wäre ein super versteck aber was habe ich gesagt jetzt ist kein super versteckt mehr vorher wäre es eines gewesen ich bin dafür denn dann pokémon mit dem namen kämpft was dann bekommt das was du in den kommentar sektionen schmerz laut schreiben die kommentar sektionen ist und dann kommen so ein kleiner was wir schon mal ein pokémon kann ich mal weiter kämpfen da kommt so ein kleiner link läuft durchs haus hebt alle ach so habe alle wasen an und wirft diese gegen die wände dann wieder raus hast du nichts gewesen ich bin einer der drei commander von team galaktik wir wollen eine neue welt erschaffen eine welt die besser ist als diese dafür arbeiten wir sehr hart und alles was wir im gegenzug dafür verlangen ist verständnis was selbst das scheint zu viel verlangt zu sein niemand versteht uns du auch nicht habe ich recht macht mich wirklich traurig dann bleibt uns nichts anderes übrig als einen pokémon kampf über alles weitere entscheiden zu lassen wenn ich gewinne verschwindest du von ihm willst du werden wir team galaktik diesen ort verlassen kommande maas einer der commander ist entgegen der weitläufigen meinung männlich und zwei weiblich und einer ist männlich bei einem sehr weibliches aussehen na gut es war es was moment wir haben aufgepasst was hier passiert nur gas oh ja dass die fette katze ich meinte du bist halt auch noch tanki ne wie kannst du es wagen meinen pokémon derart zu behandeln was ich habe noch nicht richtig auf die fresse jetzt die mindestens 5 du bist mal donnerwelle langsam werden dann wäre qualifin können Das Viech ist wirklich kackend schnell. Das Ding ist nämlich schneller als Latias. Das Ding wird doch deutlich schneller sein, dass ich. Genau. Ist das gemein? Nee, hä, hast du nicht wie flink? Vorher gar nix. Und es ist halt so schnell. Ich kann es kann noch nicht mal ich. Dingsbums. Biss einsetzen, damit es zurück schreckt. Paralyse. Alter, du. Mistvieh. Oh, Paralyse wäre so angenehm. Jetzt wäre Biss gut gewesen, aber. Kann das so schnell und fett gleichzeitig sein? Keine Ahnung. Und das war meine Flinkklaue. Shoot. Roti wird totgehen. Gut, dass ich keine Nasdaq spiele. Trip. Ähm. Puh. So, dass wir andere Pokémon dabei haben noch. So. Du bist aber ein normal Pokémon. Perfekt. Steigerung 7. Nein. Teuler. Ja. Auf minus 1 Stärke. Und dann lassen wir mal auf 0. Ne, gut. Das ist tot. Ach, Mann. Ich muss jetzt dick EP geben, oder? Ja, ja, ja. 18. 12. Was? Ja, 16. Blablabla. Ja, ja, ja. Das ist super. Wird ja. Zurück. 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 Wann bist du denn wieder full life? Nein. Aber im Versuch zu heilen, sich jetzt selber tot prügeln, oder? Das wär's. Nein. Kacke. Oh nein. Nichts, komm, bitte. Okay, okay. Glück, dass es aussieht. Eine alte Karen, die die Manager sprechen will. Hört sich dabei um ein Namensklischee. Die meisten Mitarbeiter stürzen. Was ist hier, was falsch? Mach noch mal. Soll ich was machen? Na, genau. Karen sind... Nein, komm schon. Verwirrung ist eines der schlimmsten Sachen in Pokémon. Immer noch verwirrt. Ich dachte, du darfst nicht sterben. Wir brauchen die EP. Mann. Dumm, dumm. Doof, doof, doof. Ah. Ein HP. Oh, wow. Stamm. Ach, scheiße. Ah. Jetzt kannst du verfehlen. Jetzt kannst du verfehlen. Ich finde, dieses passive Training ist super effektiv. Ja. Was hätten mehr sein können? 13. Channel 15. Channel 15. Okay. Ich dachte, das ist ein Pokémon, die das Gesicht hat. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Und daneben so. Ja, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Ja, das war falsch. Ich habe ja ordentlich Mist gebaut. Aber das macht meinen gar nichts. Gegen dich zu kämpfen hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Und jetzt verabschiede ich mich und verschwinde von ihr. Fürs erste. Ach, wieder so einer. Team Galaktik. Wir reden immer davon, dass wir so viel Energie und so viel Pokémon wie möglich sammeln wollen, um ein neues Universum zu erschaffen. Aber für mich hier gibt es überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls, für deine Hilfe wirklich sehr dankbar. Jetzt kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Papa. Ui, du stehst. Geh durch ein Papa. Bäh. Oh, tut mir leid. Ich musste pausenlos für sie arbeiten. Vielen Dank, Herr Trainer. Das ist die ganzen bösen Leute verjagt. Jetzt taucht das Ballon Pokémon bestimmt bald wieder auf. Kein? Hallo? Danke, sein. Herr Winkler hat sich ein Ballonartiges Pokémon hergestellt. Und zwar immer an einem bestimmten Tag. Aber welcher war das nochmal? Sagen mich, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass das Kraftwerk Windkraft in Energie umwandelt. Oder dass wir hier ein kleines Kind, das ist nämlich Luftlohn, und das entführt gerne kleine Kinder. Also, selbstlieb. Das macht's wirklich gerne. Vielen Dank, dass wir uns Leute verjagt. Ja, an welchem Tag kommt es denn nur? Wenn man gerade im Lurk, ich weiß, ob es ums Game geht oder echt ist. Was genau meinst du? Mal gucken, ist es da? Nein, noch am Bidoof. Oh man, wir werden heutzutage nicht gut bezahlt. Ach, Mann, du stinkst. Aber du stinkst. Ach, du stinkst. Noch kann der Kleine nicht gemeint zu mir sein. die hüte menschen anfangen würde mir gleich die kugel geben irgendwie lustig dass sie sich an pokémon kampfregeln halten aber das ist es denen egal in real life hätte der commander einfach eine stolik er habt den player als geisel genommen ja aber im pokémon universum gilt das rechtes stärker wenn du gewinnst dann hast du recht funktioniert bestimmt vor gewicht auch so frei bekommen wird ich schicke logie in den kampf wenn du honig auf die rinde eines süß duftenden baumes schmierst loggst du so vielleicht pokémon an ja das habe ich schon mal gehört da oben ist bestimmt irgendwas mit items wenn es nicht so elektro pokémon würde ich ja was sagen wir nehmen das das ist halt nicht gut oder man ich bin noch kein bodentyp was sind stark und sagen wurde dass die uge neugierter singt sehr schön coole augen bis die augen und augen angriff sinkt toll hat patschi wieso irgendwas anderes außer status muss man verfehlt dann noch nicht griffen ja perfekt was ein fight irgendeine elektroattacke hätte es mir schon längst töten können patschi wieso aber du möchtest halt nicht in freiheit leben aber kann ich verstehen freiheit die möglichkeit alles zu tun was ich will wann ich will oder bei dave sein das ist wirklich schwierig so kann man patschi wieso pokédex eintrag sehr schön elektrohörnchen pokémon es lebt im baum wird schon baumwüpfeln und erzeugt elektrisität in seinen backentaschen die es über den schweif entlädt ok von mir aus mal gucken wer will nicht in der sports sein mag scharfes essen ist ein bisschen albern haben wir verteidigung mitnahme patschi wieso hat mitnahme du läufst in zeit mit mit uns aber hallo läufst du mit das ist wirklich nur ruckzüge gehabt in mein team ja bitte doch kleinsteinen zum zweiten mal fliegt kleinsteiner aus sorry wir sind heute wegen fall von denny gekommen wegen mord an seinem bruder und dann hat gewonnen na dann geht er halt müsste liegt mir wenn es ja wieder nix item x items ob in den bergen oder der ebene ich bin stets zum anderen bereit los geht's so viel also kabel kabel gott das muss man doch eigentlich ist mit zwei akte knallert alles weghauen können denke ich mir mal das müsste eigentlich nicht funktionieren perfekt wunderbar ich mach mich aber kurz mal weg und mute mich weil ich futter mal ganz schnell zwei kekse hier so ich würde euch hier nicht voll knuspern ich bin mal schnell zwei drei minuten oder so bis gleich also im 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das ist eine interessante Zusammenfassung. Ich fluche wirklich oft, ne? 616, schön. Ah, das hat gut getan. Sonst kannst du was essen. Sonst müssen wir die Packen hauen. Und Captain, das ist der Strategy-Roll für Subtas. Tipps für Trainer. Die Albums in deinem Beutel werden automatisch der richtigen Tasche zugeordnet. Achso, ja. Ja, 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 ja. Was heißt? Nix Hype Train. Woher denn? Ich habe, du bist doch nur aufs Board da oben, oder? Es liegt ein weiter Weg zwischen Florian und Ewigen. Genug Zeit, also für einen Kampf. Ich mag Züge. Wirklich jetzt die ganz alten Memes auspacken. Kleinschein, perfekt. Wunderbar. Krimerbar. Mh. Mh. 15, 16? Oh, 14. Nur? Ist das Solo Pokémon? Mh, egal. Die Kommentierung von Threadgeroll sehr unterhalte, ja ist super oder? Ich finde es auch sehr sehr gut. Ja, 504, wunderbar. Was ist das Ei für ein Plateau hier? Ich liebe Pokémon, die süßlich duften. Ah, das ist ein bisschen weird. Oh nein, ist das ein Pflanzen-Pokémon. Für ein Wasser-Pokémon. Das ist auch schlecht. Zauberblatt und wir sind tot. Mit Lehmschiller arbeiten. Was sind denn Sorgensamen? Oh, was? Insomnia. Aha. Insomnia ist eine gute Fähigkeit. Oh boy. Das dauert ewig. Wir brauchen definitiv noch eine andere Attacke. Nein, 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 nein. Schlecht. Oh Gott. Oh. Ich bin unterhaltsam. Ich dachte, du gibst mir das Geschenk, aber ich verschwinde. Nein, so ein gemeines Käpt doch gar nicht. Moment, was? Ich habe nicht aufgefasst. Bin so wirklich fatalisiert. Ist das jetzt kaputt? Nee, es ist schlecht. Ach, Kacke. Wieso das denn? Hm, ich wurde doppelt markiert. Würde, dass ich nicht markiert wurde, weil sich aufhebt. Nee, das ist ja Plus Plus. Das ist ja kein Minus. Minus ist Plus. Das ist einfach nur, du wurdest doppelt markiert. Aber verwirrt sein darfst du trotzdem. Ach, komm. Ah, Stachelspore. Das war's. Na ja, gut, klar. Pflanzenvorkommen, das sich paralisiert. Bleibt eigentlich nur Stachelspore. Ja, hätte ich drauf kommen können. Tja. Ich habe mal wieder nicht nachgedacht. Prowers. Ganz was Neues. Hm. Ja, ja, aber ich habe ich bemerkt. Ich hoffe, ich verletze mich nicht. Da haben wir den schon. Nein, hatten wir nicht. Wir erst mit einem schnellen Kampf, bevor ich zum Ewigen Wald aufbreche. Mal bin ich nicht, dass wir dem Dave glauben. Kommen wir mal drauf an. Also er kann schon normal sein. Pony da. Shiny Pony da ist cool, dass er blaue Flammen ist. Wir sind aber noch paralysiert, aber... Wundenschlag ist okay. Nur zu Dave. Ja eben. Zu Flummi auch. Ja, zweimal. Ein Prisexion. Okay, ich wollte gerade sagen, war da noch ein HP? So, wunderbar. Stumpfvogel kommt echt gut beim Level hinterher. ja 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 60 ja fährt man ernsthaft vor allem jetzt der bis in den 90er attacke ist gut den eisstrahl ohne step ja 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 60 40 einfach gut direkt vergessen kommen kann man gleich auf der kommen egal und wieso hat noch kein item dabei was das wirklich mein controller wenn man sein handy mit sein handy laden der woche auf mich zu legen wieso wenn wir so auf dich legen ich verstehe das nicht aber hier war doch vorhin ein trainer ach nee das war das kind ich habe es verstanden wir sind immer noch so weit von frauen nehmen wir eigentlich nur super nah am trauenfugier ich würde den wald gern noch machen und dann ja den wald machen dann machen wir nur den wald und dann gehen wir ins bett alle zusammen was ist wie eine zitrone oder eine kartoffel was oder eine kartoffel was zitrone kartoffel was 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 okay ich bin anscheinend ist meine frucht oder sehr oft ein gewächs ein verzehrbares gewächs aber was ich bin schon so richtig stolz die kartoffel aber und höchst was haben wir dich haben wir dich haben wir denn da oben haben war ja auch wieder gegen liefter schacht erst mal hier deutsch sagt weil sie nur werden ja das nachbremst ist echt eklig lang wie hier ändert sich die farbe die erleben ist der dunkler werden das ist wasser gut warum geht es gerade ich komme ich auch nicht mehr so ganz soweit ich weiß können kartoffeln und zitrone ach das meinst du ja 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 stimmt glatt ist ich habe mir aufgepasst das muss an die person gewesen hat auch für glatt das war super zum beispiel er hat so ist schon mein gott da kann sie gießen wir brauchen wir nicht hallo eine boke ball das aber nett ich frage mich welche pokémon pokémon man in dieser gegend findet alle alle ersten 151 sind in dieser gegend aber die hat echt mehr super niedrige encounter chance ein scheinux das ist schlecht für uns richtig schlecht wir brauchen unbedingt im boden typ haben wir echt ein problem aber erst mal lieben stelle eventuell verfehlt das schein uns jetzt auch gleich dann natürlich sehr optimal überblicks ok dann kann ich absolut leben da müssen wir jetzt ungefähr 80 prozent genauigkeit sollen teckel teckel ist okay das war mal 75 prozent teckel hat die teckel hat mittlerweile eine hundertprozentige gibt aber gut früher hatte teckel 95 jetzt aber so ätzend wenn du mit teckel gemisst hast oh hey fünf prozent ach jo das stand aber wir aber noch nicht einmal selber im kampf das überholt ja gleich alle anderen so an chile so und ich hätte nicht wieder nicht wechseln aber habe weiß dass ein der patsche wieso es könnte attacken haben und ist es schneller ego ist also ein kleines flinkes viel und wir sind ein kleines langes okay was soll ich jetzt mit den simpelsten sitzen basic schulissen auch erklären oder soll ich auf den uns anmelden ich bin bin dafür dass alles erklärt ich finde das großartig was war das war das getrackt oder nicht nee ok scheiße wird attackieren ja was geht es ob du einfach weiterhin am stück triffst scheiße machen doch gar keinen schaden der mittlerweile wir heilen bei dem wir drauf haben wir auch echt schön wenn man irgendwas daneben geben würde wenn man schon die ganze die genauigkeit senken einmal einmal daneben ja schon recht das zeichen des guten willen danke luft ist eine mischung was zum beispiel stickstoff kohlenstoffdioxid und sauerstoff das wenn ich mal viele pp was für ein schock wie konnte ich nur verlieren blöd laufen gut also da ist ja nicht hoch den haben wir den haben wir ausgerechnet hier muss ich mich verlaufen mitten auf dem weg von a nach b das ist die kennzeichnung der gute nathan mit seinem onyx dauerstoff braucht man zum erhalt des menschlichen lebens sonst wird der kleine der fahrzeugen schläft noch eine sehr sehr lange zeit seine lüge was ist eine lüge ich weiß eigentlich nicht was du meinst ich weiß es wirklich nicht ich habe mir nur halb zugehört ich habe einen dummen spruch gebracht ich habe nichts gesagt so nee das ist nee weil er die aussage oder man an doch wenn die nächste schon item schutz geil okay am kampf hätte ich keine nachsicht das war ein cooles ding also ein cooles start ding kämpferin klär hallo und das war cool ich hatte gehofft die linke eingehen im fein jetzt weiter aber wenn die normale schade oh ja gut 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 los habe ich selbst habe ich selbst natürlich warum sollte der gegner auch unter seiner verwirrung so leiden wie ich unter der verwirrung nach mann alles beschiss hier eine lüge ist dass ein menschlich aus irgendeinem gründen nicht die wahrheit sagt ja heute jetzt und es gibt doch nicht betrug alles betrug hier log und betrug so mache ich für mich immer lauter interessant soll 16 wunderbar das black hat ein level auch guck mal patschelis hat ein item gewonnen black gesagt auch schon auf 15 black ihr land täglich wir könnten blick ihr alleine kämpfen lassen ich gebe mich geschlagen schließt einfach in einer anderen liga in der champions league du bist also bauerndorf liga keine ahnung wie fußball liegen heißen ja die erste liga zweite liga dritte liga punkt so alte in den beutel stecken danke patschi wieso so da stehen gehör ausgedribbelt aber hier heilen aber schick eigentlich dazu beschafft das ganze allein durch den ewig wald ja du siehst müde aus möchtest du dich ein wenig aussuchen ja geil folie und black ist auch glücklich dass er geheilt wurde so dass er jetzt alleine kämpfen könnte theoretisch noch mal super dran hier könnte man schnell nach unten ach erschrocken ich bin noch unschlüssig weil ich mich ein bisschen amüsieren immer komm her baby zeigt ja mal wie man sich amüsieren können die picknicker denn dort ist aha ein plinther aha so eine ist das also mein herz ist eine mit kabel oder bluetooth musik oder filme und so weiter abspielt wie gerade gemerkt hatte ich habe wenigstens eine neutrale attacke im gegensatz zu den plinther und ich habe wenigstens eine neutrale attacke im gegensatz zu den plinther genießen und das feld fängt schon an zu müssen gut dass mein glas leer also so hätte ich das vorhin auch schon gern gehabt wochen definitiv mehr cover coverage attacken oder was einige angeblich ist egal wir haben das special attack die kämpfe starten alle mit dem rechten joycon werden man in der oberwald rumlauft er läuft mit dem blauen also dem linken ich glaube ich kann einfach gleich wieder die pension rein und sein weil acht von zehn ap sind weg aber brotig level ab toll funk sprung ja 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 65 die physische bei funken sprung das heißt die funke springen über heißt ich habe noch gar keinen kontakt mit dem was die funken ausgibt das ist eine physische und keine zweckel das war eine bezeichnung das nicht fein oder mehr wenn der fall ist eine bezeichnung dass nicht beiden oder mehr gegenseitig damit treffen nach einer nicht teilnahme nicht teilnahme die schweiz nimmt an nichts teil sondern neutral in dem man kein krieg teil das beispiel so ja genau hier braucht man nämlich unser schneider und dann kann man den wald skippen im ewigwald leben viele gibt aber ich habe kein gegengift gekauft das meinten ist nur ich weiter da gehe ich lieber um ich gehe da rein ich bin mutig ach ja man hat ja ein buddy hallo mein name ist weiser und du bist du hast also dave es sollte mich sehr dich kennenzulernen ja mal dürfte ich dich um einen gefallen bitten möchte durch den wald also ganz alleine habe ich zu viel angst hier sollen nämlich einige zwielichtige gestalten die sich team galaktik nennen zusammen ist man weniger allein heißt es doch erst uns den wald also gemeinsam durchqueren ist gemeinsam weiter ich werde deine pokémon stets in top form halten die heilt nämlich ein pokémon und vergiftung kann deshalb nicht kämpfen ich wusste ich hätte mehr gegen gift im punkt vom pokémon sogar kaufen sollen wer gut gewesen gegen gift so da wäre der most stein an dem sich evoli zu folie purba entwickelt wir haben noch keine und ich möchte auch kein folie purba ist meiner meinung die hässlichste entwicklung wir gehen weiter er kann mir einen duden bestellen ist auch noch mal was lesen dann lies ah das sind doppelkampf ließ ready player one unbedingt und zwar nicht den film gucken nicht den film gucken um gottes will nicht den film gucken nein 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 nicht den film gucken bitte bitte nicht den film gucken aber das buch lesen um das buch großartig und holy fuck ist der film verhunzt der film war der film ich habe ihn noch nicht mal ganz gesehen ich habe ihn ausschnittsweise gesehen ich habe die ersten 20 minuten gesehen und es ist so viel falsch es ist so viel abgeändert nein 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 das macht so vieles kaputt also die poppa ist echt hässlich ja oder also es ist halt das schlechtste definitiv aus der evolution reihe du fragst mich sicher was cool ist oder nein ja ich sag es trotzdem käfer pokémon aber moment doch doppelbattle gelene und das war's was und julius ah ja ich glaube ich gucke den film ich habe gehört dass der gut ist nein du tust dir echt nicht an ohne scheiß das ding ist weg das kann vergiften cam rage john der film ist wirklich unter aller sau absolute frechheit klar dass der film nicht eins zu eins mit dem buch nachmachen kannst du noch nicht sollte es absolut verständlich wollen wir nicht das hier aber holy shit das ist ein komplett anderes ding das ist als hätte jemand den das buch gelesen und seine fanfiction einfach auch er drei ist hier aber okay gut dann können wir jetzt patschi wieso weghauen weil der vergifter ist weg ähm als hätte dann jemand einfach sein remake draus gemacht dass ich gedacht so eine gute idee die klaue ich mir jetzt und mache was eigenes draus auf derselben grundlage so ist dieser film grüße sowieso keine filme sehr gut davon gibt es ein buch natürlich gibt es davon buch das ist großartig eine relativ frühe aus auflage sogar glaube ich guck mal versteht man das erste auflage sogar da ich habe das schon so oft ausgeliehen auch weil das so ein gutes buch ist einfach absolut empfehlenswert das ist so fucking viel besser als dieser film ich habe jetzt auch keinen bock noch mal aufzustehen ach klar das ist los für heute was nein quatsch ähm warum hat die aquarewelle nicht getroffen auf patschi wieso lebt es noch und noch was nicht es gibt ein buch dave ich bin paralysiert das erklärt ok katschi wieso ist weg oh ne moment das ist nicht weg aber es ist verwirrt ich höre dich selbst was 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 heilherz was wo moment was im gang genießt wobei das scharnier daher hält mich ja am leben hat sie gesagt ich verlasse mich jetzt auf sie hau dich selbst hau dich selbst ach leck mich doch goddammit natürlich knitterst du ach du ach du schwieg mann ah kacke ähm patschi wieso hat billig oh den können wir jetzt grad nicht nehmen mann halt was passiert hier was passiert hier ok ich kann ah ic ernsthaft also wer den film also jeder der den film gesehen hat und den schon gut fand kauft euch das buch ohne scheiß the ready player 1 ist so ein gut geschriebenes buch vor allem mhm 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 wenn deine kopf schon anfangen mit dir zu reden solltest du schlafen gehen fast nein wer lernt das überhaupt gerade ich habe mich aufgepasst schon wieder okay dummer tag genau er saß roller meine kopfhörer sprechen eigentlich oft mit mir gibt es davon ein höher buch stimmt jetzt konnte man ärgert mich dass das wird alles so easy gewesen also habe ich noch mal nein manu er sieht mich so auf wenn leute nicht einsehen wollen das käfer pokémon total cool sind ja nun heilst du mich ich schreck mich immer etwas und plötzlich zwei wilde pokémon gleichzeitig auftauchen das geht auch okay du kannst mich nicht heilen out of battle da sind knospis brauchen wir jetzt nicht mehr moment warum lebst du dummvogel lebt wieder okay okay was das sind meine ohren schwitzen was was wer sagt dass wessen ohren schwitzen was können ohren schwitzen musik ist gut wenn pokémon und trainer einander blind verstehen entsteht eine besondere energie ich sehe sie ich kann sie deutlich sehen deine unmittelbare niederlage warte dave seufzt was worauf ja ja ich hätte warten sollen können tun müssen leines und lisa ah ja aber okay und das ist nicht so schlimm naja weil um 15 15 aber kann doch irgendeine attacke und erst das linke wieder weg energie bei der pflanzen attacke die wir auf mich richtig übel gewesen sehr gut beide auch schon näher war für die gut alle sind schneller als wir natürlich ich habe gesagt dass sie dich heilt als sie mitbekommen ja tot fängt fakt 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 toll ich verfehle es auch noch im berg regel mal wir können schon lange nicht mehr draußen ich will flammen radia 10 und dass ich cool aussieht ich kann nicht mehr leben und sonst würde ich mal viel wieder leben die haja und schon mal das level ab schön sehr gut aber da killen gibt es auch special points das aber initiative wir können nicht immer alles mit was npcs so von sich geben ich habe das problem dass ich meine ohrenmuscheln was meine ohrenmuscheln das kommt was zu warm wird dass ich schwitze einige gefühl item nehmen von parчит wie so item nehmen von parurrection item nehmen von parchnick ich lese es gar nicht erst item nehmen von parchi item nehmen von parci item nehmen von parchi item nehmen von parchi wieso und lebt wieder wunderbar angenehm in den beutel danke für die wiese für das speichern alles gut das gespeichert schon 36 der will einen satz heiße ohren da bist du da bist du ja okay ich fangen wir so erst mal gott man dieses genere und mach ja kein scheiß schon er war ihr könnt jetzt schon mal ausmachen wer möchte das frauen vogel sein ich will das haben aber wenn die mir das jetzt versaut das wird ein arm zittern vom ganzen schreiben musst du das irgendwie so eintragen du du möchtest das war so gesehen weil später von magil er dürfen alle bewerben bin es mehr als eine person eine person gibt es ist automatisch sobald es mehrere sind müssen wir halt wieder auslosen du ficker du verfickter ficker ich will mich wieder auf meine paralyse weg machen da mit auf mich also bewerben das ist nachgewiesen wer das zornvogel sein möchte ach man weil er jeder die gleichen chancen haben wir zuguckt möchte dieses zornvogel um jeden preis in meinem team haben und ich benenne die pokémon die im team zumindest zeitweise dauerhaft im team sind nicht wie viele pokémon die wir momentan noch so viel drin haben die fliegen ja nach und nach raus gegen pokémon die ich im team haben will und die werden ja mit namen versehen und wenn er immer wieder nahmen deswegen das zornvogel das rechte war der wunderschöne geist cap hat sich angemeldet wenn du es aber auch sagst ja ich hätte bock das zornvogel zu sein oder ich habe bock das zornvogel nach mir benannt wird dann müsste ich halt ein raffle aufmachen wer übrigens schon mal ein punkt mehr namens gebe vereins ist natürlich raus für alle anderen auch wenn sein pokémon aus dem team geflogen ist so anja wir sind level 20 kann man es nicht leisten wird drauf zu hauen ich habe nein normale attacken funktionieren ja nicht ich habe ich wieder vergessen deswegen muss da da sein ich erinnere ich bin vergessen mein move ist jetzt einfach nur ich fühle mich jetzt hier hin und wir warten einfach ja es ist über 50 prozent habe ihr lieben so ja ja hoi kaka kaka was aber auch stimmten mehr wenn ich in der früh aufstehen irgendwie so an was jetzt ich brauche mich halt nicht anzugreifen weil das blöde scharniere halt auch mit draufhaut uns mehr dann tötet haben wir noch primär ball und finster ball wäre richtig passend eigentlich ei 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 2161 und das war ein haus zu sein ausgewesen danke für deinen haus sind zu mir mal ein menschen Wie kommt's? Woher? Ich bin verwirrt. Oh, was? Als ob es mit dem Premierball jetzt geklappt hat. Ach, pappalapap. Okay. Hey, Blacker weiter mit 16. Schön. Warum hat es geklappt? Egal. Es ernährt sich von Angst, die es über seine roten Kugeln absorbiert. Tagsüber schläft es im Dunkeln. Der ist noch creepiger als sonst, der Eintrag. Traumfugel ist ein Arschloch. Ich glaube, Gold oder Silber, der Eintrag war. Es liebt es, andere Menschen zu erschrecken, an deren Haaren zu ziehen, nur um deren Reaktion zu sehen. Heißt, Traumfugel ist langweilig und erschreckt dich zu Tode. Einfach weil es sich denkt, was machen wir denn? Ey, der läuft einer. Den erschrecke ich jetzt mal gucken, ob ein Herzinfarkt kriegt. Das ist ein Traumfugel. Ich liebe dieses Viech. Traumfugel ist amazing. Ja. Ich habe Stonechart gespielt. Oh, was war Stonechart? Stonechart. Ich habe schon mal gehört. Jetzt ins Bett. Ich wünsche viel Spaß. Dann danke für das Reinschirm, für den Host. Und dann gute Nacht. Traumfugel ist super. Und die beste Ausseite Gen 4, Traumfugel anzunehmen. Das wird ja jetzt der Traumfugel später. 2D Roguelike Dungeoncrawler. Okay, das muss ich mal aufstellen. Das klingt echt interessant. Stonechart. Gehen wir später mal an. Das klingt, als würde es mir gefallen. So. Gute Nacht. So. Zack, zack, zack. Äh, hallo? Ach so. Gut. Cap. Weicht Cap. Weicht Cap. Hat gestern ein Riesen-Update bekommen. Das ist 10 Mal so groß wie... Uh, okay. Ich guck's mir mal an. Das klingt gut. Und dann hat es Regiro. Hallo, hallo. Was? Okay, Cap reicht. Gut. So, wo unsere Cap geschickt werden? Nach Hause. Also, Bericht. Was kannst du denn so? Mag bitteres Essen? Forsisch. Macht oft Unordnung. Oh, Initiative runter. Spezialverteidigung. Das ist ein kackt Ding. Das ist richtig schlecht. Wesen ist forsisch. Ja, es passt. Schwäbe ist gut. Aber, uh. Das ist nicht gut. Das ist halt wirklich nicht gut. Initiative runter ist grundsätzlich schlecht. Andersrum wäre es voll okay gewesen. Spezialverteidigung runter? Pff, ja mei. Aber, uh. 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 Oh. Sollen wir noch eins fangen? Irgendwie Neues? Wir nehmen mich da zuerst mal mit. Wer kommt denn überhaupt weg? Das wäre ja dann schlauer wir. Ja. Das Team füllt sich erstaunlich schnell. Da. Ich habe es genau gesehen. Aha. Den Superball kann man wunderbar brauchen für das nächste. Kann man einfach zwei haben auf einmal? Ich bin ein enttäuschelst. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Da haben wir ja noch eins sehr gut und wieder mit einem Käfer. Ei, 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 ei. So. Äh. Da. Im Glück sieht man die Iwis nicht. Wenn ich die Iwis sehen würde und mir denken würde, so, hm, boah, da hat es nur fünf. Solange ich es nicht sehe, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Das ist mir komplett egal. Wenn ich aktiv nach irgendwo hingehen müsste, zu einem NPC oder sonst was, und gucken müsste, was das Pokémon für Stats hat, dann würde ich mich drum kümmern. Allerdings würde ich mich nicht drum kümmern. Aber wenn es mir einfach so hingehalten wird, so, ey, du musst einfach nur einen Button drücken und du siehst es, ja, dann guckst du halt. Klar. Deswegen war es viel besser. So. Hm. Ich kann dir ein Ticket ziehen. Was? Wenn ich eine, was? Wenn ich eine, dann bin. Ich kann es drücken. Ach so. Da hat ein Wort gefehlt. Jetzt, ich komme mit. Oh, verwirrung. Verwirrung ist blöd. Das killt sich doch nur selbst. Wirkungslos. Oh mein Gott. Ich kann, nee. Geht nicht. Wir killen es. Step. Allein. Stumpfvogel-Aquaknabe. Ja. Stumpfvogel-Aquaknabe, glaube ich, ist am klügsten. Nein, 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 nicht hauen. Heule ist okay. Heule ist okay. Damit kann ich leben. Wunderbar. aqua knave nicht mehr verwirrt stauner das lässt mich aber nicht zurückstecken oder er hasse ist gerade das nicht verwirrt okay 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 und jetzt go bleibter dann ein zwei zwei drei fuck you Ich könnte auch Shiny Thrawnfugil handen Also wenn ich jemals was handen Wollen würde Nein, 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 nicht angreifen Was würde ich handen als Shiny Vulcano und Thrawnfugil wahrscheinlich 3 3 Ach come on Dave ist schuld Ich bobe was Gar nichts Ich bin an nichts schuld Ich bin unschuldig Ich bin Ich bin die Unschuld in Person sogar Ich habe in Pokémon Go so viele Thrawnfugil gefangen Und habe immer noch kein gutes Ich habe weit über 1000 Bonbons Nice So Cap 2 Cap 2 Cap 2 Ich würde gerne eigentlich die Stats vorher sehen Bevor ich dem Namen gehe So Bericht Warum denn schon wieder Initiative runter Das ist genau was ich nicht will Mein Angriff ist Bullshit Ist ja noch schlimmer sogar Das ist mutig Cap 2 ist auch nicht so gut Das soll halt einfach nur nicht ganz trash sein Dann wäre ich ja schon zufrieden Ich bin noch eine größere Enttäuschung Dann gibt es einfach nur zu wenige Mühe noch Da Gebe Käfer Und hier müsste doch eigentlich in Diamond Murkrow sein Also Kramorx Kramorx So deutsch Hier oben müsste doch noch ein paar items liegen oder Wer ist schon gut rumlaufen Kramorx 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 Ich muss mich nur richtig anstrengen Ja Das ist Mein Sohn wird Kramorx Ich glaube ich leiden unter mir Ich kann es bis zum Ende bringen Ja aber ne Ich habe immer doppelt hier Ich kriege immer zwei Pokémon gleichzeitig ich hab dann wirklich hat gar nicht so eine hohe encounter chance einfach nur nicht dann bin ich ja schon glücklich lebens tropfen nein ich sage meine nein 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 der wollte nicht wissen was ich für eine assoziation dazu im kopf hatte du tust da halt einfach mal ein bisschen schwer die sport von mobbing ich gebe dir doch ganz viele chancen du musst dich halt auch erst mal selbst finden noch und überlegen du bist auf level 11 erst dass er noch jung da ist in meinem leben noch ein bisschen da weiß man noch nicht wo man hin will wo man überhaupt ist schlecht ich habe nichts gemacht ich bin voll lieb aber so viele chancen ich dir gebe also als ob du bist tot und ein nicht nein 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 okay gut 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 über mich und gehen aber nicht die selbst haben gehört das werk hat nie nie um gott oder dumme blonzen ich kriege gleich den januar war einfach nur das tun ich meine ob bitte nein du bist doch dumm du stirbst gleich nein man heil und 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 nach mann dumm mist npcs naja mal ein level up für stompfung machen etwas das stimmt so gut jetzt wetten dann wahrscheinlich sechs perfekte evs gehabt und sie tötet wenn ich sagen kann und seit passiv macht nix mann mann zwei städte laufen wieder im encounter es ist schon angenehmer mit zwei gleichzeitig vor allem möchte ich die trainer kämpfe unterwegs gleich mitnehmen warnung ist edgy ich habe meine da versucht sich zu töten dave zu plötet ich habe mal einfach nur ein wenig verwirrt heutzutage in der welt kann man ja nur verwirrt sein verwirrt oder depressiv oder wütend was anderes geht eigentlich gar nicht mehr doch kennt mich jetzt zu zeigen oder einfach alles zusammen ja jetzt aber mit einem hasbio normal und geist als ihn war dies ist auch eine interessante kombination nein ich habe mich verklickt nein 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 er ist tot oh 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 was das lebt und eine sonstin stimme und wir sind tot also es ist tot nein ich bin verwirrt und herr und schlag gut 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 bist du schnell bitte nach kann ich werfen und es klappt nein mann okay angreifssing muss ich durch die verwirrung noch ließ eine säusel stimme und es ist halt schon wieder vorbei so ein nutzloses stück man ich mich verklickt habe man nur okay noch mal in andersrum jetzt passt es ja jetzt kann ich da hast du einfach einfach aus mit das bilder sagt es ist gut aber was hätten wir denn noch zum angeboten einfach knaller täglich bis es zu strong funkt und genauso geht mich könnten hätte ich ihren funken sprung nehmen hat sie wie so funken sprung ja doch nicht verwirrt nicht verwirrt das sollte es geht kann man nicht zu stellen etwas zu stellen zu parken zu stellen es ist einfach alles um ihn rum über die bocke wird aus oder so weitermachen ich bleibe was und weine ich sperr dich im pokébälle ich wollte nicht auf ok ich wollte durch klicken ich wollte den finster beinnehmen der finster beinnehmen viermal höher ich werde es auch scheiße GODDAMMIT okay wir bringen sie raus das mit ihr ist ja furchtbar sie macht nur kacke sie ist so useless ernsthaft das ist ja furchtbar nun nun das hätte ein shiny dabei gewesen aber nein 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 das würde ich nie sagen welches möchtest du denn sein oder welches versuchen zu fangen und zu benennen das männliche oder das weibliche das ist die freie wahl das darfst du dir aussuchen die hand weg mir ganz egal schlechtes schall und rauch es gibt so viele männliche pokémon nicht mehr machen und das weibliche zu fangen da eben guck mal wir haben lauter männer geht doch gar nicht mehr blackie fliegt die erde aus deswegen ne 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 wahrscheinlich sind die männer alle so kacke gewesen das macht kein weibliches was muss der geschlechtsneutrale den trigger legendaries sind geschlechtsneutral kann ich dir irgendwie kann ich irgendwie sagen stopp hör auf stamm falling schwächer das ist besser wenn sie die applemiyor keller vorher schlaf wurde bei Ja, oder ich hole mir ein Thaunfugel und wieder geben Hypnose bei. Also das ist ein Nerven-Einschlepper. Das wäre natürlich auch eine Idee. Genau. Mach du einfach nur nicht schadenszufügende Attacken. Dann kann ich absolut leben. Jawoll, fehlgeschlagen. Die Hälfte? So finsterball, Heilball. Ein Superball. Ich würde es jetzt erst mal mit zwei, drei Pokéballen versuchen. Und ich greife es nicht mehr an. Sobald du auch nur ansatzweise beruht bist, sofort Superball. Das wäre ja gar nichts. Wenn Dev zu der Frau spricht, muss ich ein Gespräch zwischen das, was für ein Paar denken. Ja, aber sie ist furchtbar. Die macht ja überhaupt nicht das, was das soll. Es ist ja schön, dass sie mich am Leben hält, aber nee. Ich möchte ja kein Pokémon fangen. Funktioniert so nicht. Eins. Zwei. Zwei. Catch. Yes. Ach Gott. Hauptsache, das andere ist schon. Ja, Spitzname. Hmm, Surprise. Gericht. Zaghaft, dickköpfig, ist alles. Kann ich überleben? Nee, lieber das als irgendwas Negatives. Absolut. Nehme ich. Zaghaft. Aber das passt halt nicht zu Cap. Neutral, ja, lieber neutral als schlecht, ganz ehrlich, ganz einfach. Deswegen für ein, äh, äh, mein Team. Zack. Zeit, kann man wie ein weibliches, ist es gut. So, wunderbar. Ähm. Äh, äh, das ist, äh, halb tot. Warte mal. Lala, lala. Also. Schau mal hintereinander, doppel. Ach komm. Äh, das ist wieder. Äh, okay. So ging es scheinig an. Nennen Sie, ohne, sie würde es mir ja so versauen, oder? So, warte mal. Äh, ich wollte es eigentlich nur hier heilen, genau. Zack. Ähm. Aber warte mal, wir machen ja nicht das Doppel. Äh, äh. Kacke. Ja, müssen wir so machen. So. Ich hab ein seltenes Pokémon aufgespürt. Ich auch, ich hab ein Sonntagel. Achtung, Plage im Anmarsch. Genauer gesagt, Hexer-Plage? So muss ich den verstehen. Bin, bin ja, äh, I don't. Äh. Äh. Welches Level haben die? Nein, nein. Äh. Äh. Keine. Äh, keine Äh. Äh, keine Äh. Äh, keine Äh. Das ist im Burmip, Pflanze irgendwas. das ist schon eine halbe stunde ein absolut nix das ist die wichtige tageszeit das wichtig ja auch ich selbst selbst natürlich du nicht schade auf mich wäre natürlich super gewesen weil das geht auf beide blöd weil er als geist pokémon bin ich immun gegen den stadt sehr allerhand am besten weiblich das männlich geht geht aber auch ich weiß gar nicht dass das immer kriegt er glaube ich eins geschenkt mal wieder wie immer wiederum bestritt ja ja du bist gift das ist gut also nicht konfusionen unglaublich effektiv dagegen windstoß aber ist nicht so sonderlich ich habe es mittlerweile der langsamste auf dem feld scheiß faden das war sehr effektiv faden schuss jetzt wörter moment wieso ist das neutral gewesen sollte ich als geist sich nicht resisten nee das wurde irgendwann mal wegen bei letzten gründen angepasst war früher so jetzt ein clip schon einfach warm weg meinen namen nicht mehr ausgedacht habe was mal war dann da der jetzt recht nicht waren der ist alt der vergisst dinge ist dann bei mir noch nicht noch was im alter zu tun das war immer schon so mal ganz kurz was gucken wir sind noch voll ich bin heute schon stunden lang mit den dingern wir können hier noch voll sein doppel level ab gut bin ich gut gut gemacht cap ich glaube da wird 20 interessant wirklich dass der physische stärker steigt als das special mal gucken bei brot hier ja komm der ist jetzt aber den kann man eigentlich liegen lassen mhm die halten ewig ist das tolle daran was hält ewig was 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 hält ewig moment chat lesen so die joikon oh ja ich habe gerade über die joikon geredet jetzt habe ich daran denken in der pro controller auch nur hat meine halt irgendwie jetzt sind drei seit mann mal gucken die kann bestimmt wieder irgendwie mittig neu tarieren was weiß ich mit bestimmten tastenkombination geht das ja bei meisten kontrollern ich bin ich ein gutes system wenn wir zur allgemeinen checkregel machen immer dazu schreiben warum ging es zusammen ich bin dann einfach ich bin halt ich das ist halt aussage genug sagt es ist halt dave war 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 aber gut kämpft guter fight komplett durchgehalten weil er will gemacht sehr gut aber noch einer genau kritik und der preise sein wir das sound es ist wahrscheinlich nur käfer davis dave der dave ist am der höchsten exakt der war stolz auf mich ja immer vor allem mittwochs ew zornklinge ew 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 können wir den bitte ganz schnell töten ganz ganz schnell bevor der auf ganz dumme ideen mit zornklinge kommt aber mittwoch ist der froscht tag ja und auch andere dinge sind am mittwoch vor allem mittwochs besonders an den tagen in den verfeld der oder während des 9 pennen weil ich so komplett kaputt bin äh nein der lebt ja immer noch nein nein ok es geht er war nicht effektiv auf geist ok ich dachte das wäre neutral noch ein level ah ein viertel level aber warte zwei drittel level shoja und ja ok ach ok weil ich den text so schnell hoch habe sind die autotexte so schnell weg ach dumme autotext dinge item item give me all the items i need so eigentlich nicht aber i want was ist der froschtag die froschmeme ist jetzt wenn es der my dudes jetzt ich hasse sie weil sie overused werden und scheiße wenn ich jetzt im grünen soundfugel sehe ich schmeiße alle bälle ich kill die sind schon näher war scheinen die soundfugel ist grün und da sind mir die stats komplett egal so tipps für zwei jener in mehr und viele items in meinem dunkel nicht sofort entdeckt also also wir hier moment haben wir die beiden schon ja das sind psycho heinies wahrscheinlich ne ach die haben wir noch nicht kommen wir auf rabbit um karma zu farmen oder auf jedem anderen image board wenn ich ziege ich opfer immer meine ziegel natürlich oh guck mal ein kampf pokémon das sehr anfällig psycho attacken ist sowas aber auch bei psychopsyche und jetzt musst du nicht resisten oh doch ist resistent au 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 ne nicht entern kg kampf ist gegen mich useless psycho ist nicht gut entern das vertrauen funktioniert ist eher das problem ich bin in der 2 zu 1 situation oh ist das schlecht ähm weil es gar nicht geist auch warum also nicht effektiv ach du warst doch noch die ganze was ist er für tot was kann die tonne eigentlich zwei flaschen leer getrunken ja ich habe auch einen haufen getrunken ach doppelkampf wenn man selber nur einen hat ähm 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 der camp ist ja älter als ich sogar deswegen da vergisst man halt dinge ähm ähm schluss in case nee ach so klar du bist ja im poklamen da war was ich kann halt auch einfach nicht nett sein ne immerhin bist du nicht so alt wie andere alles gut das eine jahr zwischen uns macht halt schon echt viel aus das ist puh so dafür bin ich aber auch ein jahr älter als andere wieder deswegen hm ach so ach so noch einer ach Gott ich möchte langsam aus dem Wald aus ich merke wie ich wirklich abbau immer noch wach sagt der wichtige hallo fernlos er ist älter als ich eventuell ich bin äh 29 ich werde bald 30 und ich muss immer noch überlegen äh wer bin jetzt 29 bin ich inzwischen ein pokémon wer nicht da ist kann nicht claimen du benutzt dieselbe aus wie ich um den stream jetzt zu beenden was wer nicht da ist kann nicht claimen die regel gibt es immer schon bei pokémon hier das ist eine ganz alteingesessene stream regel und als derjenige der im view account auf platz einsteht solltest du das wissen wo du laufen nicht fehler frei aber stabil probierst du wieder hier hier ob den wirst wirst die die wochen definitiv mehr variationen in attacken mit vielen mods und absurden zahlen jede zahl mal 999 automatisch oder jede zahl mal mal auch das komplett krumme zahlen auch absurde so erkennt man es halt mal 500 schön so seid ihr alle im leben das ist schon angenehm dass sie andauernd alles hält mich aber auch in den kämpfen ja nicht sabotiert aber sie hilft halt auch nicht hier 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 mal ganz kurz darüber schlieseln okay das ist das welt gut noch weiter honig diese endlich wie man die liebe zu kirby und eboli kirby echt aha aber wir sind durch gott sei dank da ist der ausgang jetzt fällt mir ein stein vom herzen alleine hätte ich das niemals geschafft vielen vielen dank dave war abrupt das was angela aha ist doch nicht naja gut da war hier will ich die angler jetzt herausfordern vier angler und das der ort schon okay ich lasse die angler angler sein ich kann mir mal gucken was die gute zu bieten hat ja erst blick mir hier bären und pflanzen die neue an am renner bären am renner bären ja ich muss mir das öfter vorsagen damit ich mir merken kann welche es waren zwar am renner bären und genauso nachgepflanzt wie man gepflückt hat und sie gießen ja so pirsich 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 ich muss das wirklich machen pirsich pirsich whichwww pirsich 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 unka man im bank haben wir schon ist es ball vergesst immer das blacky level 17 kapador ist irgendwie schade nein 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 item geben interessant das ist eigentlich das dieses dreieck item item icon dass die alle haben jetzt noch was nutzloses verfahren das werde nutzte los der sonnkern dann können deshalb das schlechteste pokémon von allen ich habe mir nicht gemerkt was das war ich habe die magie mitgelesen viele bären sie nur sind zu bemerken also zu expert das ist ich werde langsam ein bisschen bekloppt im kopf acht stunden feierabend ah ja jetzt zum ende du bist immer noch nur ein kapador lecky aber wir kriegen dich noch zum gather dass du wirst eins unserer backup pokémon und möchte ich hier wir schmieren jetzt honig drauf speichern auch dann hier sind eines der ersten sachen die wir morgen machen später als honig drauf ok was stopp noch mal sind wurde mit honig beschmiert möchtest du mit honig beschmiert wurde sie ja schon weiß nicht ob das deckt so wir gucken mal was hier so ist und nervig die wachflanz der sinno region super damit ich das zubert blutsauger schmarmelin haben wir auch schon das pummelhoff heißt nicht ob es pummelhoff in der edition gibt und mit was hast du den feierabend black hier ist gearbeitet also actually work geld verdient und so oder hast du an etwas gearbeitet gerade das im hyperstand was braucht man mehr ein anständiges pokémon mit anständigen attacken überstand ist keine gute attacke überstand das sind tut hören ruf hat 150 stärke heißt du machst gab mal 75 pro angriff ohne es ohne step bonus heißt in gavardus server geben wobei eine physische sagen wir mal ein gavardus mit klapphammer auch schon aber es ist eine physische wassertag im effekt hat keine einer es gibt welche die 80 stärke hat wäre bei 140 120 pro turn dass du es in 2 und 240 schaden machen wenn du mit einem hyperstand 150 machst das überstand ist ein special move während du aber eine physische hatte mit einer physischen attacken bei gavardus deutlich mehr schaden macht bei gavardus einen höheren angriffswert als spezial angriffswert hat ich will sie mich jetzt ins bett macht sich auf meinen feier die wichtig dass man gemacht und nehmen wir machen gleich schluss ich habe die befürchtung wir haben alle pokémon auf dieser rüte schon wenn ich dran denke wenn wir das eben die klicken wir haben ja alles schon fährdus ich finde kein neues im wald gab es welche der wald von nerven und sind käfer pokémon niemand mal käfer pokémon was man irgendwann nach der liga mal wenn man eine kohle hat kopfbericht ein paar netzbälle fängt ein paar käfer pokémon baller die kurz durch werde sich eh nach fünf minuten entwickeln ich will das nächste stahl pokémon stahl ich habe kein stahl pokémon in planung habe ich stahl pokémon generell nie so geil findet hier ist wirklich nichts das ist nach zwei ich habe meine gilt was die ist nicht gemacht für freitag ich weiß was ich jetzt mache ich möchte mich hin macht die gilt was delis für heute damit ich mir keine sorgen machen muss keine gedanken darüber machen muss morgen heute wie auch immer 30 pokémon gefangen ich das ding gemacht im tilten ausschluss mini er würde mich nie raussmerfen so was haben wir denn jetzt cap gut noch level 13 impact sturm von geglaubt brett und also blackie ist eigentlich mehr so das meme also patschewieso fliegt ja als nächstes auch wenn es mitnahme hat mitnahme ist natürlich unglaublich gut der vorher noch er sich so aus als würde ich sachen planen achte ich habe eigentlich nichts stahl pokémon geplant ich wüsste ja noch nicht mal was in gen 4 stahl pokémon ist da geht es ja los das einzige was ich geplant habe war ich will vor und vorgibt und irgendein cooles wasser pokémon ist mir das eingefallen ich habe vier starter ist auch vorhin eigentlich spontan gewesen so wasser starter hatte ich schon mal pflanzen starter passt nicht weil ich den hier eigentlich möchte also blieb nur affe ich habe den namen hat immer vergessen ich habe keine ahnung wie der ist in ferne ist die letzte stufe im englischen ich vergesse mich gespeichert habe ich glaube ja speichern noch mal wie gespeichert sagt wunderbar das ungewohnt mit joycon zu spielen für mich ich noch mal immer mit trocken spiel ich guck mal ob ich den jetzt wirklich irgendwie fixen kann aber zack 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 gott damit acht stunden pokémon das ist fast ein arbeitstag wenn hobby ist das viel so aber nacken ich höre dir gar nicht was knackt bin alt auch relax aus werden alt so mal gucken gibt es noch irgendwo content ja wunderbar schon gefunden wie sie der einzige in normalen größe nein ich bin dumm bitte weder bestätigung noch irgendwas darauf antworten so guck mal nö passt schon oh gott pokémon macht spaß wir sind noch am anfang aber ey es ist nicht so es ist zäh wie gen 4 c ist bisher aber gefühlt nicht so zäh wie damals also ich weiß nicht ob es einfach daran liegt dass ich jetzt einfach rum dort und ein bisschen ahnung habe was ich machen muss wo ich hin muss damals habe ich ja gar keine ahnung gehabt es macht spaß es macht mehr spaß als damals wenn wir es auch in den muss morgen weiter und so weiter wie ja dann erholte ich gut aber für die die noch ein bisschen unterhaltung brauchen wollen möchten ich hau ich zum servinter der spielt inskription das hat er gestern schon gespielt ich habe mir ein bisschen zugeguckt das ist ziemlich cool das ist ein was ist denn das irgendein kartenspiel ich mag es auch noch nicht so ganz es ist noch horror deckbilder ich glaube so hat es er beschrieben es ist ziemlich cool deswegen guckt da noch ein bisschen zu kurz vielleicht gefällt es euch glaube ich ein indie game ich weiß es gar nicht ich denke mal voller twists kennst du es es ist echt cool das sieht cool aus und der kerl ist allgemein der ist ganz okay nur der wo ich meistens hin weil er der letzte ist der on ist von einem typen der pony island gemacht hat oh gott das erklärt vieles das erklärt sehr vieles ich gehe jetzt pennen gute nacht dann cap dir gute nacht und hoffentlich bis morgen und der rest auch so bevor ich mich groß verbabbel schiebe ich euch jetzt einfach weg so hier warte mal wie geht das nochmal hier ist copy paste zack ich schiebe euch da jetzt einfach rüber wie gesagt der kerl ist cool er macht cool content ja habt ihr einfach spaß und hoffentlich bis morgen wenn ihr bock habt tschüss bis bald 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 bis bald